aber der kommt hier kommt ja gleich ich hoffe ich mache wieder aus und gucken mal irgendwie so sollte wenn mal vielleicht gleich hochfahren wird gestartet dann gehe ich mal wieder zurück so ton habe ich auch so nicht prima live leute schönen guten tag samstags nacht täglich 14 uhr livestream herzlich willkommen an alle erst mal schon die durchgerauscht sind marco polo moin markus polo noch mal daumen hoch einer lang jung niederreiner staubsauger war staubsauger was willst du hier morgen an alle lassen laufen jonas hönig moin gaming star moin jonas holzwein moin jonas moin markus noch mal moin ne das ist ein hd jetzt haben es doch hier nach der soll wieder tag und wo gar nicht hat justin liege hi und so weiter 92 moin sandro rote moin ball ja moin gehen wir 2000 wieder wach probo sauber gemacht kaffee geholt und ab geht das hier ne heute sind wir noch mal mit torreif und jens und bastian kommen ja auch noch oder gleich der unter dem kaffee kai böhme moin fabio bestmann moin opa wie immer dabei das ist schön fabio klasse martin zapp moin tobias hunfeld moin marcelo klöckner moin jonas gt moin karl böbe moin da ist einer durchgerutscht eben moin moin an alle die es durchgerauscht sind hier lucas hat und moin tiftlo moin jens matthias moin ich krieg nur jeden zweiten heiko elena moin justin moin justin lege justin brand moin matthias moin fabia moin gg endos moin lukas ls zocker moin hat bastian dich erreicht ja da muss man ein bisschen tüdel der kommt gleich nach marcos hd moin darum sind wir heute wieder auf der ostsee wir wollen die ersten england hin aber mit so vielen leuten müssen wir jetzt auf der ostsee weitermachen flügen sehen drillen und hast du nicht gesehen wisst ihr alles und scheiße nicht bobo sauber machen von den kühen also was matthias lindenblatt moin agras franken moin julian busch moin agras service franken moin noch mal amster hier nachher agra franken moin mens jens peterhagen moin zocker for life moin tom münding mahlzeit mahlzeit ja gut von mir aus wenn du spät ist fertig agra franken noch mal moin julian busch moin ls moritz moin julian einmal langt ne ich musste schon genug um morgen hier wenn die winger tag und war mal elli alles gut und ist die hochzeit jung ne freue mich jetzt schon hochzeit erstmals auch braten und alles und rohr lecker oder musik machen haha servus hat mein traktor profil reingemacht flosse du bist so wie ehrlich nie glas moin christian weingärtner moin opa ihr basti wollte ich fragen ob er mitspielt natürlich da wir mitspielen darf immer mitspielen dem märz moin dazu wisst ihr doch xx pancake x bin in den beck am start kannst du mir anderen namen anschaffen oder warte rolle moin ich finde pinguin aber keine ahnung moin sage ich auch nicht noch mal ich sage aber nur noch morgen fertig felix begrüßt mich jo felix tag und so markus hd moin hamsterchen noch mal irgendwie ach so ihr schnackt schon wieder und einander junge geht dann ab hier du tüm 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 gucke dich gerade aus dem trecker toll von den kram jung mark bauer puhr hallo moin anton julid moin renne im herbst heiraten klasse renne niklas dann hat hallo jason hallo ombur fabi wie geht's ja ganz gut ja auch gut wie heißt die seite wo die mods direkt auf dem muttern sind jonas die heißt weiß ich auch nicht jonas holzweg pc martin morgen mark ist alles für die weiß ich nicht jonas keine ahnung was du meinst damit welche sei die wo heiß und was da ich denke mal ja mein team hat abseite ja du ich bin das alles kristallkugel hier oder habe ich hier aber die ist geradeaus geschläft christian bruns morgen christian winz geht kann ich mal ein schluck kaffee nehmen jetzt auch jetzt mal ein schluck kaffee als es ganz trocken anton hi riebe gaming moin oh mike ist auch da siehst du mikey was stehen die alle noch drumherum sag mal wir warten drauf was sollen wir machen ich soll ich auf den häxler gehen nach was ja los silo rein da hast du weißt du auch wenn wir hier weitermachen silo weitermachen weiß ich nicht muss man mit jens gucken wieder lagt oder wie er spielen kann da ansonsten einer läuft alles flüssig ne brauchst du nicht dass er sieben oder oder nicht der steht schon beim kuh silo lea richtig steht alles beim kuh silo so einer ab auf dem häxler der eine fährt ab steht alles die trecker stehen beim kuh silo der häxler noch im mais wenn man passt vielleicht kommen kann weiß ich auch nicht abfahren oder nicht ich kann auch noch bin ist schon da was ja 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 ich muss wir noch schnell was ach so nenne okay alles klar gut ich könnte schon gas geht ja ja wolltest du gleich silo fahren mit hast bock oder was mit der oder war oder nicht oder was und wir waren ja gestern am silo fahren können wir weiter machen ist immer zu viert und fahr ich zwischendurch fährst macht die kühe oder du kannst die kühe machen was wissen kannst auch düngen kunst immer streuen da ist auch noch hinten ecke kannst auch preschen wenn du willst hier ist alles durch die bank weg zu tun kannst auch kompost fahren wenn du willst und sie aussuchen rené winkler ja bei basti ist alles klar bin auch wieder da und wünsche euch viel spaß die hunde tanzen draußen schon irgendwo vom leitung glüht darf ich zu dir opa sagen einfach mal von mir aus wenn ihr das gut tut nur nicht frech werden ihr weißt ja doch auf der ostsee ja jojo im moment das ist eben die mitgegeben zu spät was sie abgeht gerade fünf mann oder so sind wir gleich das sind england ist ein bisschen eng wir gehen nachher nach england irgendwann heute nacht oder so mal gucken ich bin auch wieder da und wünsche euch viel spaß das klasse von dir gut ja ich höre ich wo eben wo sie da nichts von dir der will jetzt nicht steht bei zehn prozent das gleich schicht hier oder man so leo leo du kannst ja gut mit geht mit mit gps fahren und so ne leo leo ich rede mit dir feld 1 der 7 steht hier auf dem hof und der flug liegt ja auch irgendwo rum ja muss ich jetzt aufteilen jetzt ein extra machen wer ist hier nicht im moment flug steht und hört sich an der mein ls crash die ganze zeit wiste das kommt davon antun zimmer darf ich zu dir opa sagen antun natürlich darfst du das lieb und nett sein und alles gut dann darfst du auch dein opa wenn du möchtest blut engel fabian hensinger moin buschi buschi ist da moin sag mal agrafen silvus buschi und basti agrafen halli das leandro akzept noch mal reinkommen auf welchem server seite ja zwei deutschland 2 so weil ich schnapp mir gleich mal in den kunstung austral ich weiß weiß welche engländer noch noch nicht gemacht sind auf dem akkord auf 11 markus hd kann man halt abend noch mit socken so viel war der noch nie auf einer burschi mal sehen was passiert gleich vielleicht muss ich ja gleich 112 anrufen oder was die gute abbrennen die oder was machen wir bekommen schreibt opa beschreiben was macht er sagt opa wir schreiben und mein wegen der hochzeit rené winkler wo ich morgen wir irgendwann wach bin mal sehen wie lange das geht heute was macht ihr wir sind hier um hoch am arbeiten so leo bist du da oder was ja ich stehe da 7 da drüben und dahin steht steht der flur um ecke hd gaming was sie wird sicherlich auch die 1 und die 10 muss gepflügt werden wie war das so schön junger mann mit der absicht zum heiraten sein älteren ehemann dem das wieder ausreden 6 hektar die 1 und die 10,7 hektar die 10 dann er wird geäckt oder irgendwann unter den rhein nimmt kam er wieder los schon hier 9 9 oberzau jetzt war ich fahre mit dem wir hinten hin so wird das tun weil dann gibt es nämlich schöne zähne hier und fahr ich eigentlich an geben vorbei jens da musst du ein bisschen aufpassen an den stellen mit den ästen naja ich merke es gerade ja ja da musst du ein bisschen in der hecke fahren burschi schreit jetzt kommt die leben in die bude super ja mal sehen wie lange das gut geht hier red devil hallo alle zusammen wie geht es so schlimm ist mein lenkrad ist ja die wucht heute nicht war da brauche ich nur mit mit nur angucken dann dreht sich das schon von selber bauernbauer fabi wie geht es gut schon unterwegs mir geht es gut wir auch erst mal eine runde abdreschen nachher auch noch mal hier vorne kriegen die miss mike brünning zocke ringelbach viel spaß dabei das ist eine feine sache ringelbach ist immer gut kenne ich gar nicht so noch was eh nie so dann habe ich das nämlich weg das wollte ich gestern damit noch machen jetzt kommen liebe die bude hallo zusammen wie geht es ja ich hatte wie jetzt traktor unterwegs zu fuß so gar nicht immer ach so weiter gebe ich nicht hängt das jetzt alles ein bisschen nene bei mir ist auch nicht mehr die geht es auch nicht mehr nene bei mir läuft nichts gerade also wenn dann lese ich das schon vor der schädte sich springt anton kennst du die bindebach ich kenne ich kennen wir nicht moin alle zusammen ja rein auch mal eben voll du musst du das eigentlich in hauung red devil schreibt hallo reiner total fällt mir fix der erst hat mir aus der bahn geworfen die ist die iwan schreie teil opa soll von angie sagen dass sie nur kommt ja das ist schöne sache ich warte immer ein bisschen über black panther gaming fragt woher kommt der simon da war ich kann ich dir nicht mehr sagen so aus dem internet irgendwo veraltete abschleppstange drinnen geht nicht und kuhn pack jungen 1.10 die letzte oder nicht ja die neue als er wird mir als dinks angezeigt wieso das denn nicht vorhanden kann ich angehen dass der menu martin habe ich auch drin in 1 7 dann wird mir auch angezeigt dass den ich habe ansonsten ist alles drin gut alle noch mal raus was machen wir warte mal kuhn muss doch gehen wir hatten doch letztes mal auch schon gespielt hast du da war doch auch gut war dass das kuhn pack drin die stange kann man ausnehmen martin zart hat basti geblockt wenn ich schreibe kein problem schmeißen und flitzen wir noch mal eben raus und langen das eben ab was war das jetzt die stange dass die stange das kuhn pack und der menu und obwohl ich ihn eben gerade runtergeladen habe die mann jungen 1200 wie kommt man auf die welt gar nicht das sollte man nur mal fabian best man baste soll ja dann praktisch die dünge stufe mit zählen beim flügen vorweg das soll der mann rausnehmen das noch nicht so tragisch macht den raus die stange raus eben das versuchen wir mal aus allemann raus okay der überhaupt nicht raus ich mal aus ich muss gleich wieder ein wasser jansen kennt einer von euch den formen karte 2000 wie sagt er auch nichts stange wollen jetzt dass man nutzt alle haben noch nie muss ja das ist wieder auf zwei nimmts ja die litte tüte marinanski mit ein spielen aber wieso denn dass das kuhn dlc nicht machen wir da dann jetzt die 1001 oder nicht ja 1100 ist hier drin ein 1.000 ja ja sagt er mir auch an ja meins ist auch aktiv also aktuell ja ja wir versuchen noch mal das war eben was wir mich jetzt mal machen ja dann kommt ja alle rennen dreck regen hatten wir alles drin das geht ja alles was haben wir jetzt mal schon mal was haben wir doch gleich gebacken also liebe community schlese gleich weiter vorerst mal bastion wird schon mal nur mond 1.17 drin ist ja nämlich auch nach kreisen eben gerade untergeladen haken runter raus weg damit warum ist mich und die stange aus brauchen wir so nicht vorher nicht gespielt so die ist weg jetzt mal noch mal sollte man machen jetzt wegen dem dem dlc er könnte man ich jubel mal hoch so stadt deutschland zwei stadt kann ich schon mal auf so wie das geht nico rüdebusch alles senkrecht nö wenn noch die jungen sagt es lag etwas bei euch kuhn jetzt sagt man noch das kuhn an jetzt sind eine steam version das wird automatisch gab ich habe keine steam version wir auch nicht ich habe die von normal von von dir ist sie direkt von von drei ins ronder geladen kann auch das sein ja das ist das weil das hatte ich glaube ich auch schon mal mit was ich nicht irgendein leo oder irgendeiner hattest du steam leo gerne irgendwann früher waren auch schon mal eben hat er ja meine hat die aktualisierten du hattest noch die alte version aber ja irgendwie war da hast du von daher feiner volador wer ist jung wer da bremen es lag etwas bei euch und wenn man gucken wo mir bleibt alles einmal 2 9 9 9 9 9 kaffee und er ist ein guter start das freut uns haben wir am besten mal dann äußern proper wie geht's den jetzt gut ja also ich muss noch mal rennen fürsterling tag du durch ihn zurück ich stehe wieder am hof petrick ja wurscht oder jakubaschk oder wie er heißt stream basti auch ja er wird sicherlich auch die juli streamdoklix ein bester freu ich stehe so sie dann wollen renne zurück knarnex wollen jungs wie lang es blut ihr heute weil jetzt ist vorbei nein bis auf dem end also l3o 0 das ist leon richtig leon leon behauptet 91 90 kann sehen nenne dass je hensin bleibt doch mal immer lange draußen bis bastian dass ja 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 das muss ja erst mal darauf ihr kommt alle rein das müssen besser kein ding muss nur die anderen ausmachen denn jedesmal synchronisiert er sich ja ach gucke an der bw oberherz mein liebster aufzuschleim seit der bb vertrat sich auch über ist er fürchterlich mit dem mit külpten sagt ein bescheid mit verliegt ja und bastian leidtren ist klar wie ich hier jeden tag nie aber ja also zwischendurch kann auch mal so knopfdruck kommen und denken sollen moin peters läuft das leicht jetzt doch geil lh gaming wie findet ihr die map so scheiße blue movie 112 nachdem müssen wir abgehackt ja das ist aber nicht schön was machen wir jetzt das ja guck gerade irgendwie das wollen wir jetzt so lange besser klappt thomas war dort immer die karte offen machen ja da hast du gesehen bw verneinen das nicht der christ ist der jens krache nur in da hast du ja kein problem ich mache ein bisschen dünger rein und das ding hier liegen wir schon aber letztes mal auch gehabt das ist eine kompostanlage funktioniert ja denn wenn die sie nicht gemeldet haben kohle 236 siehst du haben großlohnunternehmen heute geil das wird bestimmt lustig passen auf so ich mache die karte wieder dich sonst kann ich sehen hier keine karten besichtigung mensch lade die runde guckst du dir an war ja auch so leichter ding okay dann nicht wollen christ die karte stört ja weiter ausgemacht martin sagt wobei ich bin immer noch krank was kann ich noch mal hier sind ja zum arzt gehen marco grüß mal nicht mehr jemand brütt ein du bist dann man die pass und jetzt passiert ich glaube jetzt gerade noch mal mach, mach in Ruhe, klar, gehen wir lang, wir warten so lange, ja, das ist nur wenn wir wieder raus müssen, wenn wir wieder rein und wieder raus mit synchronisieren, dann können wir ja dann eben schnell auch nicht warten, das ist doch nicht so traurig, rein raus, mit ihm aus, ja, das ist eine feine Sache eigentlich, rein raus, heißt das nicht eigentlich Schluss aus, mit ihm aus? Nein, dieses rein, raus, das will doch mal, ne, 1717, kann man mitspielen, nö, geht nicht, alles voll hier, was haben wir da denn noch, warte mal, da muss auch, halt Kacke drauf, Marco Kraft, wenn es dir nicht gefällt, guck mal, du hast da oben, Drillen, der noch ein Ding ist, Mais rein, was geht denn los, hä, der macht dich wegen Dünger, Na gut, bleib so stehen, auch okay, Zapfelle anbauen, ist doch dran, ich erscheine, du erscheinst, siehst du, dann erscheint zuerst mal, sag ich jetzt auch, ah, geil, das auch, sauber, Stringo Müller, Juden, dann kommen wir die Tage mal im Nacht, da, weiß auch nicht, ob das was bringt, da mit der Stange, da, das ist nur wegen, was auch mal, so ein Gimmick spielen, dann irgendwie, wenn einer liegen bleibt, oder so. Der Stringo Müller fragt, weiß einer von euch, wo man Gülle-Textur herbekommt und den Jahreszeiten-Mod, ich habe davon wenig Ahnung. Ja, beim Bauern, Christi, Gülle-Textur, da ist Jens. Was, ja, du bist drin, ne? Ich bin dran, ich habe gerade auf Start gedrückt. Ja, okay. Tobias Walter fragt, Basti, heute kein Battlefield-Eintream, oder machst du den später? Nee, ordentlich mehr, da gab es einige Absagen, und dann habe ich gesagt, nee, dann machen wir das ein andermal. Ja. Ist nicht, was hier kriegsentscheidend ist. Nee. Ah, Gaming-Loi, hi, alle zusammen, und viel Spaß. Leandro, akzeptieren, so, weiter wird's. Kopf stehe ich dann hier. Auf Torax rein. Jo. Mach dir das schon wieder. Gaming-Loi, hi, Butcher, wie geht's dir? Den gibt's gut? Jo, wie immer. Ach, ich liege hier in meinem Opa-Sessel. Hahaha. Sieht mal, ne? So, ich will auch sowas. Egal, ich muss im Guggen, im Auge drüber. So, schön nach hinten hin, so, ganz gemütlich. Ah, ne? So, eine Massage-Kette, damit Pängeln dran. Keil. Bmw-Fan. Nee, lang nicht gesehen. War schon sehr erholt, sag ich mal, ne? Dass ich dich nicht lesen musste. Nee. Nee, wir streamen noch nicht langer, aber wir haben gerade erst einen. So, ich sitze ja mal ab, soll die alle drin jetzt und so? Irgendwie da hinten? Du hast ja mehr Sammelpunkte hin. Ist ja ein Regal, das ist die Geneva, wo du die? Ja, in der Butze hier. So, die alle? Was sind die? Ja, ich erscheine schon, ich erscheine. Du bist ja schon erschienen. Wo ist es Torreif denn? Und die auch noch nicht da? Ich bin drinnen und sitze schon im Häcksler. Ja, dann häckselt man. Da ist Bastian. Was ist mit Jens los? Junge, schöne Klamottenhauser, gut. Ich weiß. Was wollen wir denn machen jetzt? Dann kriege ich in mehr Euro Cent. Also irgendwas jetzt machen wollen. Ja, was hast du denn Bock auf? Alles. Alles. Ja, Torreif, du sitzt im Häcksler? Und Jens fährt was? Mit dem Fendt jetzt? Fährst du Silo oder was? Ja, der Fendt fährt bei mir gerade ab. Willst du auch Silo fahren? Da steht noch der 8R mit dem Silo-Wagen. Bei den Kühen. Hast du? Mach ich auch. Mach alles. Ja, wenn du Bock hast, mach. Dann geh ich mal eben bei und hau den Rest weg da hinten. Was auch bei den Kühen da hinten. Das Silo fahren wir unten runter. Wo warst du jetzt? Ist beim Kuhstall da, ne? Beim Kuhstall, da ist schon was drin. Sind wir nur gestern Abend nicht mehr mit fertig geworden. Leo, du bist mal meine Zuschauer seit ne Grüß. Ja, grüß, alle schönen und so. Ja, Leo, 17, 17, dann kannst du mal ein Video machen, wie man Mötzveränder. Irgendwann kommt das auch immer mal. Leo, du bist am Pflügen, ne? Ja, ist so. Ich gehe jetzt düngen den Rest. Weil, könnte ich jetzt auch sagen, aber du weißt nicht, wo ich auf und angefangen habe, da auf dem Feld. Warum mache ich das jetzt mal eben? Ich will da endlich mal anständig was runterkriegen von dem Acker da. Darum juckel ich da mal eben schnell hin jetzt. Ja. Was war das denn, Roboter? Ausländischer. Jens, ich hab dich gestern vermisst. Wisst ihr? Ja, tut mir leid. Ging gestern nicht. Ja, das andere läuft. Das gut. Ich komme dann auch gleich in den Silo festfahren oder irgendwann. Meist steht ja ohne Ende. Oh my God. Schön. Liegt das an den Straßen, dass der hier so schwimmt wie in Wien, wie in Wien, wie in U-Boot oder? Was fährst du denn? Eigentlich ne. Die Nacht, er. Nö. Ja, so ein bisschen jüdelt der. Das ist ein Gewicht vorne an. Das, das, das Scheibengewicht von, von... Ja, das kannst du ja mehr drauf machen dann, wie du willst. Klack, klack. Muss mal ausprobieren. Platten zuschalten. Ja. Mit B und X, weiß auch. Voll im Programm. Ja. Muss mal Shacky machen. Ja, läuft. Du hast doch voll die Ahnung. BF1. Freu, Ovi, Bassi, alle abzieht. Nidl, siehste. Jonas Dias. Espana. Canis de Campo. Buona, Stina, Stias. Muchacho, ne? Was? Was ist jetzt denn los? Chris, bist du das oder was? Ich hab ein Problem. Ey, Chris. Ey. Ein Sabbel. Das hörte sich aber komisch an. Das ist ja Angst. Der geht wieder übers Handy oder was? Ich bin voll in der Nacht. Das hörte sich ja an, dass sie dann einen Schlaganfall kriegen. Ja. Das hörte sich echt gefährlich an. Ich sag so, ups. Alles gut? Hey, was ist das für ein Scheiß? Hör auf damit. Das macht einem echt Angst. Das hört sich nicht gut. Mach die Kiste aus, oder was? Ehrlich. Jojo, welch ein seltener, schöner Sound auf der Ostsee. Ja, das passt ja. Siehste? Das fühlt sich unheimlich an. Ich klingt, als wäre er bekifft. Wer ist das? Das ist leider. Jetzt ist er weg. Chris, das ist deine Leidung. Mach aus. Hat keinen Sinn. So, irgendwo war er hier jetzt. Warte mal, da muss ich mal eben selber gucken. Das ist schon wieder hell, wa? Scheiße. Da. Oh, oh. Das ist die 7. Also, bei mir haut er hier gerade richtig in die Internetleitung rein. Irgendwas stimmt bei mir nicht. Meinst du es bei dir jetzt, oder allgemein hier, oder was? Bei mir. Bei mir geht er gerade ganz, 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 ganz Internetproblems. Ganz schön schleiße. Scheiße, ich komme hier auch nicht irgendwo. Ich fange da hinten in der Ergabe an. Ein Stück rüber hier und dann geht das. Mist. Nächstes Mal warten, bis fertig ist. Ja, unten, ich weiß. Weiß. Ah, lenken ist prima hier. Geil. So mag ich das haben. Muss ich darüber aus besser. Ja. Dann bin voll, bin voll. Das ist ungefähr da. Da sehe ich das. Aha, bis dahin muss ich. Hey, man hat. Und jetzt auch immer noch in alle anderen. Außer wir begrüße, wir merken. Wir sind hier im Doppelstream und da ist es dann immer. Ach so, ja. Das kann auch sein, ne? Erst mal ein Stream, das war alle Mann hier. So. Da muss ich ja selbst mal irgendwo rüber. Was machen wir da dann rein? Kartoffeln hier oder wann? Eine 7? Ach, krass, haben wir auch noch jede Menge da. Dann könnt ihr beide ja gleich den Meister war da rein karen. Jens und Thoralf. Gegebenenfalls setzt Leo da Anna an oder was nachher, wenn du eine gerade Ecke hast. Kann Leo festfahren oder was? Und dann können... Ja, ich hab das hier jetzt komplett gerade gezählt. Ja, und dann können Basti und ich nachher noch ein bisschen rummähen oder so. Ich glaube, das ist auch reif da hinten, das Gras. Ja. Für die Kühe noch ein bisschen Gras-Silo machen. So jemand eine Silo leer machen. Telekom hat Probleme, ich bin ja nicht Telekom. Hä? Ne. Ei. Und schon bei dir ist alles okay, Bild tun und sind super, Burschi. Danke, siehst du. Immer mal Feedback, ne? Weil jetzt immer zu viele Leute hier in den Gängen sind, aber wenn das hinhaut, ist gut. Wenn es bei drei Mann geht, dann geht das bei allen anderen, dann muss das auch gehen. Booni, was machst du so? Ach so, dann hab ich da. Gaming-Loyal. Ja, hab ich. Oh, 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 oh. Wo willst du, da willst du wieder runter? Alles klar, gut. Fahr, 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 Fahr. Hier vorne im Kreis rum. Alles klar, gut. Nichts, dann hab ich da nämlich auch gleich weg. Sehr schön. So. Ähm. Red, spielst du mit Butcher? Ja, tu ich. Jo. Basti, nicht, dass du noch in Sniper 3 Modus bist und mir den Butcher umlegst. Ey. Oh, Manni, ey. Der hat doch nur Blödsinn in den Kopf, der Kerl, du. Oh. Oh. Papenburg, CDA 1, ne? Wie lange machst du noch auf BMW-Fan? Weiß ich nicht. Wie ich mich fühle, können doch noch ein paar Jahre sein, oder? Ich fahr links um die Mühle. Jawohl. Ne, ich komm dann gleich mit hin mit Festfahren, oder wann? Also, zwei-, dreimal rein da und dann sonst fährst du doch nachher mit Festfahren da. Affe mit Waffel, Moin, Gesichtsfelge, Moin, L19, Moin, Fabian, alles klar, jawohl. Gesichtsfelge, das ist auch geil. Ne? Die Namen sind immer kreativ. Gesichtsfelge. Das kann ich, das ist noch ein... Viel gut. Ne, aber es gibt es echt welche, da fährst du die am Kopf und sagst, meine Fresse, wie kann man sich bloß dran nennen? Echt. Fägen-Kauen, da krieg ich auch noch. Fägen-Kauen? Ja, ja. So mit ohne Zähne, so. Was auch? Mit ohne. Mit ohne. Mit ohne, nicht so ne Fresse. Schau mal, Leand, das ist auch wieder weg. Wem ist weg? Leandro. Achso. Ist abgeschmiert. Leo, oder wann? Anscheinend, ja. Das ist Franken. Das war mal geiles Netz da hinten. Andreas, moin. Auf was ich zocke, auf PC. Ja. Na, es wird keiner reinkriegen. Wo sollten die Silage hin? Da, wo ich losgefahren bin? Ja, aber bei Kühe, da ist eins, da sind es in den Gänge. Da waren wir gestern Nacht schon. Von wo komme ich denn? Losgefahren bis unten rechts. Da, bei Kuh. Die GAK-Kuh, Kuh. Genau. Ich kippe mal rein, ich habe mich auch gleich durch hier. Ein paar Mal hin und her noch eben und dann... Das ist die Dünger reich, fertig und dann komme ich da hin und fahre fest oder irgendwann. Ich bin irgendwo einnödeln, weiß ich auch nicht. Fritz Ansatz mit Flügen. In der Ostsee, Flachland-Map. So geht's so, ne? Guck, da, so. Ein bisschen, so. Verhugelt. Wie lange bin ich dran, seit 10 Minuten. Ich wollte um 2 Uhr jetzt anfangen, aber... Ja. 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 So wie live. Welche Jonny an Oster? Ha? Oster Papa. Welche Jonny? Simo Gamer? Achtung. Moin, Bootscha und Basti. Super, hat mal eine Frage. Wo kann man Kompost verkaufen auf der Ostsee-Map? Nirgends. Nirgends. Das kommt halt nur. Das ruggelt uns aber ab und zu mal ganz schön, ne? Bei mir nicht. Bei mir nicht. Wie funktioniert. Bei mir läuft einwandfrei. Und ich habe die schlechteste Leitung von uns allen. Hm. Team Neustart, vielleicht mal. Hm. Wie komplett Neustart, meinst du? Nee, also ich wende nicht. Irgendwas scheint wohl hier so ganz gerade nicht so. so prägernd zu sein. Ich muss mal sagen, wenn das da ist. Du hast ja mehr Ahnung wie ich. Erstmal geil, das war dann ein Fick. Ich nehme das links gleich mit. Jawohl. Jetzt mal ausprobieren mit. Ja, vier, fünfmalen das auch nicht schlecht. So auch gut. Habe ich noch nie gemacht. Hier mit der Leitung hier. Opa, herzlich willkommen am Dienstag mein neues Handy. BMW. Na, klasse. Tolle Sache. Guckt ihr jetzt auch über Handy-BMW, oder was? Oh, ich kriege ja Augenkrebse. Auf Dauer, oder? Was für ein Jan Bäre fährt äußer propper. Oh, ich habe doch eben gesagt, Mann. Acht er. Akku 8% tschüss, alles klar, Martin. Vier Jahreszeiten ist ein cooler mit. Ja, siehste. Wir von euch hat die Bambusleitung. Alle. Nein, Basti eigentlich nicht. 90 habe ich jetzt. Das ist ja noch der Mais vom Anfang der Map hier. Das ist ja noch nichts gedüngt irgendwie und so. 95, ob man mit Laptop spielen kann. Na klar, wenn es ein vernünftiger Laptop ist, dann klappt es auch. Ja. 7, 8, 9, 10. Und ich bin weg. Siehste. So, siehste. Einmal noch ein bisschen Ecken aus Fummel hier und dann bin ich auch gleich da. Jens? Ja? Ich fahre jetzt nochmal links vorbei. Okay. Und nächstes Mal können wir dann rechts rum. Warte. Kommst rum, ja. Dann schmeiß mal die Koalas von der Leitung. Achso. Der Burschi. Scherz. Das ist was. Was? Nee, alles gut. Alles gut. Alles gut. So, fertig. Das Stück haben wir auch. Der ist auch gut. Nächste Mal spritzen. Severin, hi. Hi. Marcelo, moin. Der ist auch so. Der ist auch so. Der ist auch so. ich werde wohl gamescom bis jetzt ist eigentlich mein plan gamescom das wäre was geworden du ich hätte dich so zusammengestampft mit meinem achter ja das glaubst du bist jetzt fertig hier neue lager schalenöl war der wieder den herzen verhetzen abschrotten können denn lucas zockt und wie bist auch so das stadt ihren an naja was sie dann und steht auf der leitung weg die schläft du bist jetzt geht doch läuft doch jetzt oder was sie haben zu mal kommt halt diese die die hosting lexcom haben zu machen also nicht also bei mir jetzt nicht bei mir gar nicht und letztes mal hat es gut ist getestet haben wir bei mir auch über sein ding und war von nun will ich da so eine überland leitung da oder war ja ich habe leidung 12 kleine kommt ab und zu machen das kann ja sind guter synchro fehler gewesen sein kannst du auch haben dass bei synchronisation so viele auf einmal dann wo ich hier meist gelegt habe habe ich ja noch über wlan da war es extra die steckdosen der zwerg ist natürlich alles weg ist ja du machst das auch was aus wenn man hier auch wenn man loch in der decke bohren dieses jahr dann kann ich da direkt mit kabel rein und das hat jetzt hier ist ein set mit 1200 mbitz ja habe ich das sind direkt bei den kühnen ist das schon fertig sie hier näher dahinter noch eine bja da noch ist mal alles voll sie los dahin eingefahren bürgermeister will ja nicht so richtig ran am vertrag da ja das war kohle man ja und andere geräte hier noch zu nur so ein pipi kram hier auf dem app grüß mich mal joachim mittel mittel tag tim moin jeff hallo luis moin so lenkrad ist geil jetzt aber noch nie so schmatzig so da brauchen wir es mal nicht mehr ab in erge dann komm ich mal noch wieder hin man franz moin richtig tobias richtig danke gut erklärt gute erklärt ja gut erklärt ich habe heute auch irgendwie was falsches gegessen das liegt bestimmt einen snickers l.a. olympiade von 1984 edition wo hänge ich denn was schaltet denn ich bin ja auch so super durchgekommen ein bisschen außen an auslösen haben hier ja das sieht mir auch müssen wir doch mal absägen was in dicke ist ja du bist immer an der hecken war wo die dicken sind ganz rechtsfahne gedacht kommst du so durch aber kommen wir gleich machen der weg der in so einladen nicht und hier hinten war wenn du hier an der hecke fährst du beim kuhhof muss auch mal ganz rechts an der hecke fahren dann passt er da genau durch nico ja ist empfehlenswert das g27 so siehst du das ja ich sehe das ich fahre schön geschmeidigt wie ein schwarzwald das ist schön dass du das ist dann bräuchst du ja nicht sagen bin ich schon retour jetzt mit zwei mann fahren eine hecke oder das muss über schon ständig einer festfahren also ich habe jetzt links abgekippt ja und ich sehe ich möchte nur das gerade aus einer an unter 90 nee das war mein schwarzes snickers jetzt sind das weiße snickers die sind von olympiade 84 das ist special edition und ich hänge am ast ist aber das macht noch dreimal also gewöhnt lang weiß wo du sitzt ja leckt mich doch da hast du ihn recht klicks vielen lieben dank für den trinkgeld aber man kann leider nicht mitspielen siehst du wird doch gerade oma will die krampfadern spazieren führen das kann nur money sein oder ja sag ich doch viel spaß warum fahr ich denn so weit ich kann hier quer einmal nämlich quer hast du mehr ja wie haben wir hier denn 89 oder geht eigentlich immer diese blöde anja ich sagte das blöden äste das ist hier also ein 1 1 1 1 eine gemeinde hier das ist ja die die normalerweise ja bei uns immer alles schön hecke purzen hier wollen wir werden zurückgestürzt können wir auch mal gemacht aber da kannst du ja gleich sondern so ein hackschnitzel fuzzi kaufen ja oder holen das lohnt sich ja schon der red devil ist da allein an anja gottschling moin du brauchst jetzt hier nicht spammen danke janis moin mannieter bis nachher leider noch ein beten bis morgen oder so meine woche stress früher sommer stress irgendwie der früher ist es durch stress recht irgendwelche m tor oder wat wenn da wat ist irgendeiner immer im frühjahr bin geschrumpft kommt schon wieder das alte wo ich anfangen zu schrumpfen ja sicher gar nicht lustig also ernst zu nehmen die haben wir hier Elias moin Gamer hi knickfliege ja schön mit einer flasche bier ja sicher Lukas moin hi wann kommt wieder ein livestream äh boah das dauert noch ein bisschen ist ja auch kein netzplan ja so schnell geht das nicht mehr ein livestream wo installiert man den kursplan im mod-ordner richtig aber es gibt doch eine beschreibung dazu ja und da ein bisschen mitlesen ja google ist das nicht immer so einfach grasenverkehr uah ist auch pflicht blackwolf oh ja da haben wir einfach ein fach gibt dafür zwei stichwörter oder einmal lichtraumprofil und zutens straßenverkehrssicherungspflicht meine güte hey die katze, Junge ich sag nicht dass wir dann Polizisten dann musste ich auch mehr zu wir haben immer wieder so viele polizisten hier hab ich gesehen habe ich gesehen ja ich was wirklich was mich wundert dass sie nämlich so jung schon eingestellt werden heutzutage muss er die mangel bestehen und durch den deutsch jetzt kommen 95 gut erklärt kann man schreibt maschine schreiben ja ja männer schrumpfen nicht sie verkleinern sich aus angst vor dem shopping waren der frau meine frau guckt meine streams nämlich auch ab und an mal moge laut moin vjc wie ach so wenn ihr ja 20 was los werden draußen werde sie deswegen sind die berge und wie ich denn was wenn ich glücklich gemacht hast du jetzt wenn die gerade glücklich gemacht wieso jbc fährt radlader gerade gewonnen habe ich doch gar nicht an den das machen wir nächste woche mal mit pferde viel das hat sich heute alles ein bisschen geschlagen ist so schön eigentlich also ich finde gut dass du da bist ja ich finde es auch gut so ganz in ruhe ein bisschen rumdödeln alle mann aber noch spaß hast du heute noch ein normales video nee das lang doch hier oben auch nicht weil morgen ist sonntag kann ich die stream lieber freischalten und dann läuft das richtig genau so ist es ja im kohlen rückholfeder siehst du diese ja sie ist auch gut habe ich auch mal drin ich hatte auch mal ein polizeihund schon lange her und er hatte sogar sein revolver unterm bauch kurbelgehäuse in beleuchtung gibt es auch kann auch ist geil die karte war ab so es ist der 99 klar dass auch alles naja passt ja wie man sein ob er kann ja sagen jetzt dann kann ich noch mal ja wir sind ja jetzt 30 noch gar nicht weiter gelaufen lassen ob wie lange ich mache heute ich denke mal bis 17 uhr morgen gestreamt und dann 17 und noch mal raus alles gut bei dir bis heute erst auch nicht stumm ja jenster ist am gehirnzellen die arbeiten jetzt wie sau wieso wird es euch denn sagen gefährt ja auch traktor heute traktor genau es muss man ja so sieht es aus der mit dem boden und spiel der platzpatronen eingesetzt hätten und ist meine seite kann ich kein vernünftiger misshaufen ja 19 das ist ein problem in der wachleiter anrufen du ran gehst also wenn ich urlaub habe ich urlaub dann gehe ich an gar kein telefon besser aus der wand ziehen marcel ist basti hallo und fragt hier eegi klanz eisel ist die popper bist du ein in echt landwirt ja das war doch natürlich da habe ich gelernt und dann als von über 20 jahre in dem beruf tätig gewesen und bist du auch landwirt immer noch wirst du auch mal bleiben und der nef mit fahren l 19 das doch entspannter besser als rtw ist der marcel blanzer schön dass basti dabei ist das finde ich auch weiß ich doch christoph reif erstmal schönen guten tag ist auf schön dass da bist oder verboten und den motor drückt dich richtig durch den stuhl külküben rückholfeder richtig solange du nicht mit dem milchreis doch da auf dem box jetzt da macht nichts als menschlich der opa ist schon wart maschine fährt zu schnell weg alles tut mir leid der moin und schießen frau mit mutter milch nicht böse gemein patrick ne weiß ich bei dir sowieso nicht alles gut hallo opa bottscher thomas moin paddy jetzt 88 cent kann jens übernehmen die sich löst frampi moin gibt aber gast der torräfte meine fresse und jetzt aber hat man da 59 reise fallen wieder ein noch mal knabber rein jetzt in die kasse ja spielst du auch ps4 oder pc neben wohl nur nintendo aber das ist gerade pc und morgen haben wir auf der ps4 gespielt einfach mal die videos angucken ja die leistung von heute habe ich noch nicht freigeschaltet manchmal entschuldige da muss auch immer verarbeitet werden ja das war jetzt schon freischalten aber da das ding 360p ist doch kacke aus ja genau 59 und ein wir haben es ja ich drehe um jens ja rohn moin raus jetzt hier nichts beim rom nächstes mal ist hier kann reiner mal raus bahn und kramer bitte ich habe keinen bock auf so ein spam geheimnis danke mit dem mitspielen und dann die noch mal fragt haben nein man kann nicht mitspielen die drei kepler gesetze entdeckt johannes toll wenn ich danke claudius kannst du komplett raus drücken des bandiers und troll das merkt man jetzt schon wer so anfängt aber ist ganz genau wie das endet also raus bahn miguel moin kommen bei uns verrücken ja bäume bäume achtung bäume immer recht hängen der äste genau das geht aber ich bin noch zuerst auch mal hängen geblieben ein paar habe ich schon abgeknipst da hinten auf der anderen seite ok kenne die lenny kiefer ich gucke gerade auf beiden bildschirmen euren stream auf dem rechten butcher sein und links streben und links basti sein ja guck mal und geht läuft bei dir prima männer wie am malogen sieht nur so aus viel spaß aber ich danke weißt jetzt bescheid ach so dass man da also ich will ein lans bulldog mit e-starter haben strieger lacht und grinst genau wo möchtest du ihn hin haben ist alles offener kippen wo lustig das muss über den dreck fahrende händler scheiße kriegst nicht weg dem miss wo soll ich damit hin das ist auch wieder meistbeine händen aber muss ich prob an eine horche 9 meter da ist kein keine ecke vorweg scheiße viel danke 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 was ich finde ich das natur hat mehr leihen kars lk 30 durch prügeln auch das tue ich schon muss noch hier wenn man dann drin überhaupt 800.000 oder geht auch nicht mal rennen die dinger also noch habe ich der leihen kars lk 30 ich bin mal wieder auf der suche nach 9 war langsam finde die sehr laut für mich an stadt zu ist sie sehr laut und es gibt welche die sind leiser ok alles fitter ist wieder mein baum des todes jetzt muss links vorbei ah da 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 buch da da verdichten der arme mechner macht das ist nicht schön macht spaß und irgendjemand muss es ja machen ja das moge laut mechanische tastatur muss laut sein das liegen diesem gesetz die ist wirklich sehr laut auf die kleinen dicken blöden haben sie damals auch schon mal gemacht 5 ich würde war sie ich würde nie fünf annehmen aber achtung zugehört weil sie komplett neu aufbauen möchtest also ich bin ja sowieso der intel mensch aber die neuen arm die reisen prozessoren sind richtig geil und kostenwürziger und ein paar test gelesen so ganz in bestimmten sachen ja also multichor sind sie schneller single chor sind sie aber langsamer wie nennt aber ich warte noch wenn wir auch noch mal zusammen basteln jetzt im sommer mal gucken aber ich warte noch mal sehen wir dann aber rauskommen und immer gucken wie heiß die dinger werden und was weiß ich doch die bände kommt sie so bei mir nur noch wasserkühlung mit frauen 9000 die waren aber ähnlich da war das ganze gehäuse am glühen daher wenn die die abgekühlt hast was soll ich machen mit basti wechseln warum kannst du mal abfahrer sein justin jetzt noch die ganze nacht kann man auch mal machen machen wir gleich dann fährt jens mal eine runde fest das ist eine radlader fährt straße lang und eine sägt immer die erste ab und tut es dann von die vork rein das kann man machen aber jetzt im moment sind wir am links fahren hier und da wollte den radlader hier zum festfahren mit zwei mann rein hier da musst du mal drüber weg denn was ja dann brauchst du auch noch eine grafikkarte ne derma so harry ken gaming pc habe ich mir noch nicht angeguckt hat der rad ja oder halt auch bei 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 den namen schon wieder vergessen den habe ich selbst um in der abo bist der liste drin jens ne 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 ist ein bekannter von mir habe ich kennengelernt damals auf der gamescom der macht auch so was er hat mal bei gigabyte oder arbeitet immer noch bei gigabyte und er baut aber in seiner freizeit da gibt es ein ganzes geld für prozessoren konnten kurs für computerteile und was wir dann darum jens kommst du jetzt ja ich bin auf dem weg fahrt mal eine runde fest eben weil er lässt tastatur und maurus da halte ich nicht viel von weil wenn man auch so mensch ihr habt jetzt die sieben die dinger da und alles die laufen noch wie tut oder nicht also denen ich habe es in ordnung aber sollte ich mir noch mal ein neues system aufbauen dann werde ich mir den 1700 reisen holen aber ich bin zufrieden ich habe erstmal jahre genug es läuft doch sage ich doch aber jede eine sache schon er kann gerade mal er lässt in minimalen auflösungen und da ist auch mit 15 fps zocken das macht natürlich dann kein spaß das stimmt schon ist nicht gleich ein komplett neues system reinbasteln dann aber wenn je nachdem wie ich das nutze mein du bist jetzt wir sind jetzt jeden tag in der gänge hier die dinger die rennen ja fast 24 stunden am tag am tag so dass wir dann schon noch ein anderes das wäre ich da nur mal so ein zwei drei stunden dann rum daddelt oder was kurz kurz nach sieben gibt da mir der rechner und geht dann geht es aus später oder aber wie gesagt wenn du zum beispiel streams und ich bin der rechner schon außer gucke ich über den tv oder anhalten ja das hat man ja auch da muss ich mir bloß noch mal eine tastatur für und tv zulegen und jetzt geht das gut mit unser ding dauernd mit diesem war das auch spaß sind wir durch kalmer tor 3 3 wir müssen da noch hin aber jetzt das neun steht auch noch was das ist aber auch eine biogasanlage großen holand das neun steht 60 wie da ist nicht die drei der torrat die drei muss man die luft voll kriegen so fahr du mal in der runde fährst gleich ich versuche garantiere für die meister kaum mit spielen und alles hier jung naja ich sag ja aber tante ilse im praktikum hat sie mir das nicht bei du siehst ja wie das aussieht hier so sieht das auch gleich aus und ist das gut er ist so tit weil die lüdie wollen mal eben was anders sehen und dann könnte sie das auch mal eben sehen für euch mal ein paar mal und dann wird er gut natürlich nenni ja so muck wie das liegt roman vogel heu ja tag und so meine i7 läuft wie sonst was siehst du christoph das ist auch ein gut hier bitte ich habe jetzt vorgewände gemacht gerade gezogen soll ich jetzt hier ein einstellen was willst du denn machen ich müsste eigentlich auch gleich mal kurz weg ja deswegen einstellen sollst du kein wir haben ja eigentlich angestellte nicht 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 mein einstellen zum fahren genau wenn man drauf hat das ist auch von die lea aber das ist der 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 milo 2 spiel 9 und dann auch mit drei alter wirst du zuletzt mit dem trecker gefahren ich wieso ist der sitz so weit nach hinten differenzial auf straße an du vorne und hinten das kann sein dass mir das gerade beim aussteigen passiert ist geht gleich erstmal der werkstatt abdringen getriebe aus einer gerissen ja 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 selber schrauber hier mich ja toniker kfz kann bei mir sein weil ich jetzt die tastenkombination nah beieinander kann sich freuen junge dass das jetzt virtuell ist weil du willst ja beim lohner anfangen glaubt ihr der hätte dich irgendwie durch mecklenburg vorpommern getreten dann dann müssen wir den noch mal auf die bühne nehmen dann muss ich dann noch mal weiter jetzt zu spät das muss doch ding erstmal arbeiten auch wenn er es noch durch hält ja wenn wir sehen was schraube schraube klausel wieder hast du eine garantie drauf hier weil sie mir jetzt schon ein bisschen warum hier 33 stunden dominik moin ist basti und jens nicht immer über den mist fahren wir gehen die anders wenn die ist so stellen peter aus grüß mich mal tag spiel die hohen buch ich setze dann einen ab und dann bin ich weg jo was haben wir vor heute ja ich wollte jetzt machen was machst du ich wollte jetzt noch wohin ja jetzt wohin viel spaß das ist schön aber doch wieso hat auch mal was anderes ich finde gut anja gottschling liest du auch mal den chat wie oft soll ich da noch einschreiben welche web das ist ja da leute jemand mit modis handy und auch stehe wahrscheinlich wohl steht da noch schreibst du es jetzt noch mal rein hast du fünf minuten pause und danach bist du permanent hier verschwunden kannst du jetzt aussuchen was du möchtest ist der ratzfatz immer gleich langsam ist so wir dann emilien moin wo laufen würde ja dann auch morgen kini mit gute putscher ist auch am start das auch am stream ja alle auf einem eb hier schön an der aussehegeleine aussieht am hellig aus war irgendwie kommt es ab 16 uhr die waren auch okay okay macht nichts und basti kennst du mich noch von der pappel party stream wenn ich kiefer ich habe schon länger her an die 1 0 bei dir ich habe eine m2 ssd und eine 1 terabyte normale ssd und eine 6 terabyte normale hd aber reichen aber sozusagen die preise hoch ich habe meine 2 terabyte ist dass die festplatte geguckt diesen recht hoch ja dann langt alles ich bin jetzt 250er drin mit spiel drauf und betriebssystem flankt wie gesagt die m2 ssd sind 512 gigabyte und die normale 1 terabyte es ist immer schnell hinterher so du kriegst fünf minuten pause da sind wir alle man hinter einander schön immer so ein biten von oben ein bildchen machen wie kann man bei dir mitspielen wenn du bergmann bist gar nicht ist takt fertig weil ich da viele privatmords und sowas drauf habe und da ist dann feierabend leo viel spaß kommt heute abend immer tschüss 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 war das jetzt ein drohen oder versprechen mero hey das habe ich noch gehört das weiß ich Tim Tepper die gibt es auf dem rothaus da habe ich die her hier die Ostsee da müssen wir unbedingt nachher noch eine zweite mais lege wollen na drille es dreht sich ja dumm und dem die hier ist ein bisschen in der ran oder wenn alles runter ist verscheuern hier was ist denn hier fahren haltet ihr davon alle mann wenn wir uns mal so auf dem los hügel breit machen oder auf dem mecklenburg vorpommern los hügel habe ich noch nicht angeguckt doch grafisch ist die schicki das muss man machen ich glaube das wäre auch dein denk aber die felder reiner wir hatten mal die mecklenburg angespielt ja genau vom team aus war das die los hügel dann weiß bist du zu klein dass wir denn mal so vielleicht sonnabends dann mal irgendwie nicht jeden sonnabend aber wenn es dann mal passt oder so uns da denn alle mann treffen mit den zwei kleinen feldern wo wir angefangen haben das erste war 85 hektar und das nächste 125 da habe ich aber auch schon langsam da hängen wir aber wirklich da also das also ne du das hat die 1000 hektar wiese und wie geht viel ne die Leute hat reichlich du bist dann hinterher rausgegangen weil du dich ja auch Molli kummern musstest ja muss aber ja auch ein bisschen aussehen ne ne gut das wird schicki sagen wenn es optisch nicht passt kann die felder noch so groß sein dann scheiße ja das habe ich auch schon angeguckt ich fand die auch ganz nett die hat einen schönen Hof und alles schön aufgebaut Südthüringen war auch mal angedacht war auch nicht schlecht aber da waren die hatte glaube ich noch Macken damals oh mann ich fahr direkt auf dem Wittmühle zu ja eben um terror die last die last karte die aktuelle version die ich habe vom andiskan ja die ist äh ist toll ja scheiße ich habe die damals gesehen die ist auch sehr sehr nett aber diesjahr ist ja an die seine die hat ganz ganz kleine felder qualität Ok genau richtig ja weis was ich meine da brauchst du auch nicht mit einem ganz anders zu hause dann kannst du lieber mit fünf noch an an 多f einen habe ganz gut drei kilometer erstmal gerade ausfahren war da wifi was als leger irgendwelchen machen wenn mal sehen wie weit das geht einfach mal anbütteln wenn dann zu viel wird noch mal wieder aufhören das war kein problem jetzt habe ich aber wieder rockler hier meine fresse habe ich auch gerade so es geht wieder nächstes wieder nicht kängurudiesel ist das hier denn welche map meister jetzt gerade gespielt wird das ist die ostcv4 die christopher mordhorst guckt auch nicht in der händen hier ja mein tag jung nico moin gibt es eine modliste von den mist näher gibt es nicht jacob gibt es nicht und da wird es auch gegeben war ich gesoffen oder was ich weiß ich ja ganz böse erinnerung wenn es heute frühstück wird jetzt für die fahrer finde ich schlepper einmal und jawohl teleporting man kann ja auch sachen suchen über die man sich aufregen kann nur man sich so undeutlich ausdrückt wo gelockt deswegen die sache lasst euch zeit mit dem schreiben einiges kann man entziffern einiges kann man leider nicht entziffern aber lasst euch zeit es nimmt euch keiner was weg jetzt mal eine ganz gute frage warum kann ich mit dem radlader eigentlich vorwärts und rückwärts ganz normal fahren ohne drive control kann man nicht das info einstellen drei kontroll kannst du deaktivieren wenn der taste gedrückt hält mir weil ich mit dem fan fahren da konnte ich das mit drei control alles schön machen aber der radlader macht das gerade nicht deswegen frage den habe ich auch anders eingestellt ach so okay weil da muss ich sonst jedes mal mein hebel nach vorne und hinten düdeln den habe ich jetzt auf normal gestellt dann kann ich einfach bremspedal für der rückwärts und mit gaspedal vorwärts das habe ich nämlich auch gerade alles gut wieso und von mir bin ich hier nur am springen hier wieder rein ich fahre gerade durch im wald das ist nur am boge schritt geschwindigkeit und jetzt bin ich hier im wald drin fest und ist dir nicht gefällt dann drückt format c und fertig also wirst du schon wieder anmerkern botcher ich bin dein größter fan und kochen spielen kennst du mich noch warten wie sie das bei euch aus feedback einmal läuft alles und so kennt sie wohl immer für der hannes jo kenne ich es wird lange merke wenn ich zurzeit reisenberg aber habt ihr für ein thema sonnenstrahlen treffen wir sieben minuten auf erde auf und alter schwede sind wir hier bei lesch kosmose oder wie heißt er noch da quadrate der umlaufenden verhalten sich wie die dritte prozent der bahn radialen alter ist ja nur noch professionelle in der gänge ein guter kennenzulernen wollen man da klar was hat es noch schon hier war es nicht zukommt hier ja genau bist aber schon die ganze zeit unterwegs denn ich lasse mir dieses hin und her springer hier dann alles 17 läuft alles gut alles bestens mit ich ja das mussten haben jetzt ja wir kommen ob das von hier nach da oder sonst irgendwo wo das dran liegt das was hier rum lag wenn oder so euch ist alles gut leute ja jojo danke für deine hilfe ich gehe nachher auch ein lsd 17 lsd lsd ist geil ist alles schön bunt denn lsd school lsd 17 17 kann ich nicht aber normal nur fliegen schöner gibt dem opium den opium hat opium oder wie war richtig auch volles rohr alles fit bei dir ja ja nico gut offendorf näher aber ordendorf wenn du das meinst wollen wir ja auch gut so bild und ton alles gut oder so war auch mal im feedback hier leute zähl mal also ich hab's auf den zweiten monitor laufen alle schickler gibt und dann ist gut ich wollte mal rausfinden wo dran das hängen anliegen kann was sie dann lagt oder was der an der samt beim beim bei selbst gehusteten ist das immer immer so eine sache ach so gut und die server läuft so was meistens immer dann werden wir uns mal für so eine geschichte einen anschaffen dann war was hält davon wenn wir mal so ein projekt denn anfangen wollen das wollen nicht jeden tagen oder was aber so nicht so zwischendurch mal wochenende hatte ich gedacht und eine leckere map raussuchen wo man damit weiß ich drei vier fünf mann auf rumdütteln oder so also ich habe für mein server bezahlt ich knapp 90 euro mit zwölf slots für das ganze jahr und das teilen wir uns denn ja 12 slot 12 man können da rein und nennen oder was ja genau richtig ach so du kannst das aber dann jederzeit dann noch nach oben hochschrauben wie du es haben möchtest nikotin 6 wo man server irgendwie wart welcher gut und war nicht das weiß was die lobby am besten genau schnack mal ruhe über mal und dann ja ganz ruhig suchen wir uns eine schöne map raus irgendwas wo wir auch nicht was bütteln können das ist ja auch die sache einige mods sind auf dem dedicated server laufen die bescheiden aber wenn man selber hostet laufen die gut umgekehrt genauso kenne ich auch nicht die müssen wirklich schon sehr guten multiplayer mäßig abgestimmt sein dann checken wir daraus ja läuft google geht einmal licht durchschalten bitte ja bitte klack 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 als gut fertig geht linker links blinker rechts und das braune vom sitzwerk machen würde er würde mich bei meinen geräten um anja also solche wörter aus deinem munde da tut sich ja sonst was auf die ja wo gibt es den bergmann sagt lenny den gibt es bei forbidden mods das ist ein ganzes pack kleine und große muss man gucken die sind auch von forbidden mods nicht selber hergestellt also gemacht nicht auf der allgemeinen seite da aber kein privaten mod claudius nicht lange fackeln bei sowas raus weg tschüss was wollte ich jetzt sagen ja es ist ja auch verfahren konnte werde ich mir mal deinen deinen mörder gerät mal angucken da voller abfahrer dann mal vorfahrt echt ich glaube da gibt es noch verkehrsregeln und die interessiert nicht ob voll oder leer oder aber auch bange ist sie hier schön halb in der hecke rein und geht an zack passt und jens gut ne wohin da wo du fährst oder nicht oder brauche ich warte auf den augenblick wenn du willst wieso geht doch das liegt ja ganz allein am lehrer ob er sich duzen lässt aber normalerweise gehört sich sowas nicht der was aber noch eine respekt person aus und zu mir den was ich gerade hier sein was auch wenn ich verzeigte den im shop so ladewagen ist da oben guck da das ist der originale und hier wieder los da einmal zweimal dreimal viermal vier stück sind ja anja passt schon alles gut gut ich habe das verwundert da muss ich anfangen wie rotwein zu saufen war da ist der faddy na wo guide noch mal eben nach frank gucken da bin pflügen aus der dahin macht oder wenn 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 leo da angesetzt hat ich fahr doch noch mal einmal hände eben und dann kannst du weiter machen ganz kröner frank ja dann heb die lüne und beten was zu kicken hier sagt bescheid und dann ist gut ja gleich nächste runde ich weiß ja nicht wie können wir das die wir machen wollen hier ob es voll ist ich weiß es nicht muss mal gucken und voll ist voll der nächste bringt dann auch ohne weiß auch bescheid beim nächsten mal mitspielen flüge 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 alles glas moppelort reingehauen die spaß natürlich wird das gemacht wird anliegen ja da kommen wir an und fluch und umdrehen ja einen großen lemkin oder irgendwie so was dann zwei stück zwei mann auf einen acker auf so eine fläche dann geht dann auch er könnte eine gute map empfehlen die ist gut ist das der 800 avario ne 900 serie weil 800 brauche ich nicht dass sie genauso aus wieder neunhundert genau und in echt sehen die um bisschen anders aus der passi ja das ist ja doch ein bisschen schmalere hause vorne und so die schnuppen beim 800 ja und wenn sie neue 800 serie ist nicht die hat eine breitere fresse gekriegt sie neue sieht wirklich genauso aus wie der 900 aber ich habe die neue serie schon gefahren im realen und dann sagten die auch alles aber was fahrt ihr mit 930 das ist der 800 er gegen der kompost freuen wir alles klar also kann man sich dem vom motor doch unterladen vom aussehen her ja weil ich jetzt beim vom 15er ausging um 15 oder 800 da der war ja sei ja die schnuppen beten ganz anders aus wie ein bisschen kleiner war der auch kommt vom motor her ne da ich gedacht dann wenn jetzt nur eben von innen sieht er genauso aus von außen ist dann kann ich die neue neue serie behalten ja was sollst weil denn drastisch schritt kleiner nimmst in sieben monaten hast du wieder probleme mit 200 zeichen versteht ihr wo gibt es die meist textur ja diese dieser karte verbaut richtig so wie meist textur alles so wie es hier jeder zählt so ist die auch thomas mahlzeit erfahrung mit letzten 17 4k was eine grafikkarte also ich denke mir mal da wird schon mindestens eine 10 60 wenn nicht sogar eine 10 70 wohl 10 60 sollte reichen mit sechs gigabyte große wenn ich mich mal einmischen darf ich habe die 10 50 die seit einer woche und ich spiele auf 60 fps auf volle auflösung ja die packts auch noch ja ein full hd aber ein 4k genau nicht schafft sie nicht schafft sie dann nicht na jojo dann kannst du das ja g 27 und mit reinschreiben dann hast du jetzt wieder platz 92 prozent so sind sie denn wo laufen sie denn wasserseite verkehrt muss ich einmal ganz um zufassig schön am strand lang ja und ich bin voll ich komme irgendwann komme ich noch mal rein da wollte die durchfahren schön entspannt möglichst den hänger mit dem du abfährst ich glaube den habe ich sogar vermutet hat oder war das gab es den bergmann da nicht gerne 40er jahr muss man drinnen rumdöde fahr mal voll steht direkt drüber dir fabian guck mal drei spalten nach oben jetzt an der ostsee 4 zu finden bei der mutter aus der spiele ach so jojo ja natürlich alter schöne gesucht ja heute sind wir mal mit es passt ja auch mal dabei schön klasse freut uns alle mal zeit hat gebildete norddeutsche power jo da müssen wir uns die tage mal zusammensetzen mal sehen was wir da mal zusammen basteln können schöne map und dann mal mit allem an darauf irgendwie so ja auch wie gesagt ich merke es jetzt schon ich bin hier wieder am springen hin und her also meinst du auf dem server ist das besser ja dann nehmen wir sie waren doch gar nicht so teuer oder mit fünf sechs mann oder was weiß ich irgendwie so um den dreh ich mache ich schleichwerbung bei meinem partner kriegt ihr sogar meinen link fünf prozent mit mädchen wir mal darum geht es noch nicht aber wollen ja nicht jetzt ich wollte kein die die server jetzt mit allem an jetzt also ich meine jetzt nicht in der community noch ein und noch einer noch ein oder das kann man dann ja noch mal extra machen einfach so unsere mods die wir spielen wollen darauf und tüdelüt und dann war sie 5 6 so wie jetzt in der konstellation fländer 1 2 oder war dann ist gut kapfen an der jahr 10 50 ti ist in ordnung jetzt du hast sie ich habe die 10 50 die jahr von msi die hat zwar nur vier gigabyte aber wie gesagt ls 17 spiele ich damit auf vollste auflösung alle spiegel an rundum leuchte an kantenglättung volle stufe und habe fast durchgängig 60 er ist also wenn es nur für ls 17 sein soll reich die völlig aus für den preis gibt es einen trick wenn die modder nehmen sie doch mal raus gucken weil ich kann ich dir nicht sagen thomas alles klar hau rein schütze da warst hast du deine mods dann alle ausgewählt mit die du spielen möchtest im startmenü ist ein heckchen drinnen grüner so marco küffert moin aus papenburg noch einer aus papenburg mann ist auch gut papenburg schneid noch ab mann und dann bin auch mal wieder dabei und spiele gerade ls 17 speedy schön die bewegung kannst du mal häckseln nö wöcke los zu häckseln ach so ich soll häckseln noch häckseln ja auch mal das kann auch sein manchmal mal abwechslung können wir alles sehen im klar hast du dich auch vergewissert dass die dateien alle als datei drin sind nicht als rar wenn er hier ist hier morgen leidenden bäume was die wirst du mal was anderes machen musst du sagen ja wäre auch mal cool ja ich hab mir so viel ladewagen gefahren ja macht doch mit sexen oder flügen oder festfahren oder flüge dann füge ich stehe dahin muss den thomas auch schon wer soll denn darunter schmeißen auf 1 allerdings da muss der stehen 7 dafür ist es ja gerade noch eine 35 37 so wie entstehen soll doch nicht für den einzelnen langweilig werden dann war ja so jetzt außer wir jetzt noch eine 79 hat der der braucht jetzt echt nicht aufrüsten chef jenzi wie folge möchte ist das sie denn haben bis es platzt oder erreicht bei eine millionen ich muss auch noch mal gucken die auch für das aussehen dann muss ich noch mal ein schiebender helfer franken bis entlassen wo bist du denn jetzt bist du noch am jockel dahin jens ich bin auf dem silo ja was das platz gerade ja also kaum probleme was du musst du jetzt kommen ich stehe jetzt erwarte verdichtung ist voll was die flücht torgalf kommen fernab und jetzt kommst du mit millioni aus badlea aus den osnabrücker land bist du seid ihr denn gerade auf welche ach so da oben oha ja okay der tür hat aber ein wenig ja und fahr du mal hin ich komme mal im platin waren voll will ich auch nicht uns auf energie grüße und sonst noch nebenweiter machen mag bisschen und dann kann noch aber papa oha meine da oha 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 ich suche mir auch irgendwas zu ecken oder was gps war nur ein arsch lang noch eine betagte 87 ti aber geht ja auch reiner du spielst auch mal 87 80 na ja sie gehen sie so gut toll und ich habe keinerlei probleme damit ja und sie sieht ganz gut aus sage ich jetzt mal über macht meister fertig zwischen hin und her so gut dass er noch was rein oder schon daneben machen wir jetzt 977 kann so einen oben in der mitte kämpfen würden wir den hausen an auch alle ja alles brauche nur ein können wir ganz voll macht eben akm guten tag irgendwie rexen moin wirst du schon da jens ich bin noch auf dem weg ich habe es so okay ja bis gleich da immer geradeaus an der bga links und dann auf dem acker auf da muss ich noch mal nummer drei gleich neben der bga ach so okay alles klar wie mit einer 89 evg overclock ich bekomme du weißt bestimmt was ich meine oder aber nicht laut sagen nico nein mache ich scheiße nico hab ja nico du arsch ich brauche ist da jetzt an der bga links rein den weg da weiß sie ist mit der lag an der ecke dann brauchst du ganz gut zu fahren ich bin erst bei der bga also fahre ich jetzt links ich muss jetzt zurück nach kloppenburg besorgen schnack ist der cp so nack ist er da bist du jo wenn ich was sagst du bist alt ja bin ich Boah, Melvin, ja, geil, ey. Ich glaub, die geht heute, nee, heute Abend wird das nix. Wieder nix. Wieder wohnlich zu Bett. Musst du? Warum? Frau ist heute nicht da. Ich hab keinen Bock. Gestern waren wir im Restaurant zu Golden Mühwe. Ich hatte echt Magenbeschwerden danach. Ach, ja. Aua. Da brauchst du auch noch ein paar Spiegeleier mit Speck oder irgendwann. Ja, das glaube ich auch, dass das so geht. Scheibe, Brot und so, da hast du gerne die Zwischenmögen mal. Schön Käse oben rüber, so. Schönes Stück Käse rüberpacken, dann Scheibe und dann. Necker. Geht so. Ich würde mal ein anderes Spiel jaden. Nö. Warum? Ich finde auch gut hier. Benni, du Arschi, sagt er. Na, siehste, Benni. Geht dir das gut dabei denn? Nimm das dazu. Ist das in Ordnung? Lauf dich tot, Junge. Äh, spiel doch bitte mal ein anderes Spiel. Wär echt cool. Jan, ja. Aber ich zieh Tapio, komm wieder mal mucken. Janni ist da. Moin Opa und Basti. Moin Janni. Na? Janni, Moin. Moin. Andy, hi. Tiflai Lieferando gibt's bei uns hier nicht. Und es gibt keinen in der Nähe, der das unterstützt. Ne. Mehr was für Kuh steht da. Ne? Aber. Geht heute zum Chinesen? Oh geil. Da war meine Frau gestern und die hat nicht mal Tupperware mitgenommen. Fürs Befehl. Da kannst du ja satt fressen dann, ne? Richtig. Einmal bezahlen, so viel fressen, bisschen Platz oder so, ne? Mussten wir hier so einen scheißigen Rinder-Burger mit Käse reindrücken und du haust sie da die, 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 die schönen leckeren Sachen rein. Dir läuft der Sammer aus dem Mund und deine Frau hat sich noch kackenfreckt, was er eines Leckeres gegessen hat. Ja. Kenn ich um, kenn ich um vorher. Das können Freunde sehr gut so was. Ja. Das mach ich auch. Ich spiel das, was ich will. Na, Logo. Was ist denn nur Zweck der Aktion? Ja. Oh, ich frag ja schon oft genug mal, denn welche Map aber, ne? Das, was wir denn halt auf dem Platter haben. Ja. Oh, Tübinger Ostbad los, gleich drei Häuser weiter, Dankstelle. Mit oder ohne Damen? War mal ne alte Minute. Okay. Okay. Also, ich hab einmal wirklich echte Thüringer gegessen und da waren so fette Knorpelstücke mit drin, wo ich gesagt hab, nie wieder echte Thüringer. Ne, dann hast du verkehren Schlachter gehabt, da. Ja. Da waren die Prokerten, ich sag, bei uns fahren die Leute so an die Dosti-Bühne und kaufen die Dosti-Bühne zu Hause zum Trinken. Mach ich auch. Und da kommt's auch, wie gesagt, dann mal auf den Schlachter drauf an, wieder in die Markt. Hier nicht jeder macht das gleich. Ja. Ja, meine Tante hat in Thüringen gewohnt und die hat echte, angeblich echte mitgebracht, da waren so dicke Fett und Knorpelstücke drin. Fand ich jetzt nicht so toll. Nö. In den Propper-Club kommst du ganz einfach, indem du ein Abo da lässt. Das kostet nix und tut keinem weh. Äh, 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 genau. Wow. Wir sind gerade im Sommer ausräumen, damit am Montag irgendwann rausgeklappt werden kann. All you can eat ist, dann ist mir danach immer so schlecht und ich schaue dann nicht so viel. Oh. Höchternleichtes Mini. Ja. Letztes Mal hab ich auch Nacht 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 zwei Portionen aufgehalten. Ich sag, komm. Und der Rest kannst du auch einpacken. Nee, darf ich nicht. Ich sag, was soll denn der Scheiße? Hör auf, boah, du bist für unterwegs. Haha. Für den kleinen Hunger zwischendurch. Ich hab keine Chance gehabt. Dann müsste dann eben zwischendurch mal einer von euch eben festfahren, ne? Vor Ralf Jens, ne? Ja, mach mal eh ne für euch die zwei hier fahren. Kann ich es sonst auch machen, aber jetzt muss ich dich dann erstmal davon machen. Na, Butscher sitzt auf dem Häcksler. Ich häcksel jetzt mal ne Runde. Kannst auch mal sehen, häckseln. Möchtest auch mal häckseln, Basti? Nö. Nö, ich bin so der Häckse, ne? Nö, eigentlich auch nicht, aber gutmütige Schaf, ne? Freuen sie sich, kriegen sie mal gehäckseln zu sehen, hier ist auch in Ordnung. Ja. Das ist ja meine Welt, Häcksler und Drescher fahren, das könnte ich stundenlang ohne... Ja, das habe ich schon gemerkt. Wieso? In deinen Streams. Ach so, okay. Guck ich doch. Auch wenn ich da manchmal nicht immer was reinschreiben, auch die Daumen hast immer. Weiß ich. Ne, aber das war schon immer so, also Hecksler und Drescher fahren, das kann ich stundenlang ohne irgendwas. Dito. Möchtet hat nix. Gehts ja auch so, ich habe auch von mir, ich hatte auch schon einen Radwurst, aber da war Kümmel drin, auch Rhyme, das ist der Stimmel, da kann ruhig ein bisschen Kümmel drin sein am Radwurst. Ja. Kümmel ist gut, gut für Verdauung. Ja. Obso wenn Grünkohl hatte, sondern hinterher so einen schönen Kümmel. Oh ja. Hat das voll. Jens, du bist voll. Schön Aquavit und sowas, herrlich, aber Pommelonne rein in die Figur. Joa. Schön Linie. So, aufgereiht. Ja, solange man dann sein Fahrrad nicht irgendwo wieder zwischen irgendwelchen Gras oder Heubei geparkt. Oh ja. Naja, die muss man im Maul gehalten. Das wird dir ewig nachsteigen. Das war vor drei Jahren auf dem Vatertag, wo du da so abgestürzt bist. Naja. Das wird dir ewig nachsteigen, weißt du, ich glaube, man. Da haben wir so ein Fahrrad an die Strohbahn gejagt, aber. Naja, hab ich voll aus dem Maul gepackt nach Fahrrad. Hab ich auch schon gehabt. Das war wie nach Sonnenschein, du. Oh, auf ging jeder dreckig. Moped im Graben, hab ich auch schon gehabt. Tag, Eltenkraut hängen mir über Ohren, du. Weg. Lenkrad in den Rippen reingebohrt. Und du bist gestorben? Thoralf, oder was los? Thoralf fährt fest bestimmt. Ne, der fährt doch hier jetzt fährt. Was machst du denn? Thoralf? Thoralf ist abgeschmiert. Warst du abgeschmiert? Der hat einfach rumgelenkt. Die erste Zeit war es bei Basti immer so, ja, ich gehe heute Abend ein trinken. Also da die nächsten drei Tage hören und sehen wir hier nicht auf dem TS. Ne. Ich leide drei Tage, echt. Der dritte Tag ist das Schlimmste, da möchte ich mich am liebsten irgendwo aufhängen. Ja. Und danach habe ich noch eine Woche am Knusen mal gemacht. Ah. Sag meinen Namen bitte. Sag meinen Namen. Sag meinen Namen bitte. Sag meinen Namen bitte. Raviel. Raviel Eggermann. Und? Bisher zufrieden? Geh da einer flöten? Da siehst du. Da klemmt die Tastatur. Ja. Bis hat er fünf Minuten zahlt sie jetzt mal wieder gerade zu biegen. Jetzt dann wieder. Thoralf, wo bist du? Ja, warte. Der leckt gerade. Ja. Tortillas und Käsetipp. Auch geil. Dennoch bestimmt schön warm, ne? Ja. Hier. Ja. Die heißen die anderen auf YouTube. Pepper. Das sind Thoralf und Jens und Bastian. So, ich will weg. Komm nachher wieder Opa. Janine Sitau. Grüß Laura, schön, ne? Visitenkarten. Jo. Roland der Wilde. Moin. Tag. Oha. Der Wilde. Ich hab doch schön akkurat 30 Nackenstecks im Kühlschrank liegen für morgen. Ja, ist klar. 30 Stück? Ja. Was war denn da? Dreiköpfige Familie oder was? Ja, eigentlich sollten wir eigentlich ja. Zehn Stück für jeden. Meine Frau hat ja Geburtstag gehabt und wir haben gedacht, da kommt mehr Besuch. Aber der andere Besuch, die haben dann abgesagt und naja gut, friere ich den Rest halt ein. Oh, Pipum. So geht mir das auch. Nie wieder soll ich denn wieder. Das ist ja das Dumme. Wenn du dann noch losgehst und triffst ja dann auch den und den und dann auch komm, ey, gib dir mal einen Lönnen-U. Dann trinkst du da 15 verschiedene Kurze. Kein Wollah sein, das so dreckig geht. Jawohl. Ker durch den Garten. Ja genau. Der eine trinkt nur Jägermeister, der andere trinkt nur Bromelander, der andere trinkt nur Geneva und der andere nur Korn und der andere Maria und oh. Oh. Ich geh mal ganz kurz zum Anbaden. Mein Nachbar hat einen 40 Fuß Container im Garten stehen, ne? Ja. Ja, ja. Das war ja auch, das war auch. Das war, oh mein Gott. Oh ja. Das ging, oh. Also irgendwie hab ich dieses Jahr schon wieder ein bisschen Angst vor Vatertag, aber naja. Ja, dabei bist du trotzdem. Ja, das ist ja. Wir gehen Vatertag erst los und dann irgendwann zum späten Nachmittag fahren wir noch auf ein Dorffest. Und da kennst du ja Gott und die Welt. Du kennst den Landwirt und den Landwirt und. Oh wow. Ja. Löt und Löt. Ein nach einer. Ja, überall gibt es Löt und Löt. Genau. Ja, genau. Mal ein Bär zusammen. Ja, alles klar. Ein geht noch hier. Jägermeister. Bürgermeister. Jägermeister. Und um. Hör noch was. Kann ich mich abholen lassen. Jetzt setze ich mich nur noch hin. Wenn sie dich finden. Befehl geht ja nicht mehr. Nee, ich schaff das auch nicht zur Straße. Schaff ich das noch. Ja. Und dann Sprachbefehl über Handy geht nicht mehr. Weil dann habe ich meine Frau jetzt auf die Kurzwahl-Taste gelegt und dann. Oh. Ich brauch nur klingeln lassen vor der Tag. Ab einer gewissen Uhrzeit. Dann weiß ich Bescheid und ruf sie zurück. Brauche ich nur eine Wischbewegung auf dem Handy machen. Hör mich ab. Oder wieder nach. Hast du auch mal erzählt im Stream irgendwie. Da warst du nach. Na. Fehmarn. Irgendwie über die Brücke wieder zurück. Auch war es gar nicht mehr wie da hingekommen ist. Oder zurückgekommen ist. Oder so. War ich auf Karneval war ich da auf Fehmarn. Insel Karneval. Ja. Auf jemanden ist geil. Da war ich auf der Angeln früher mal so. Motorrad und so. Haben wir öfter angejuckelt. Ja. Schön. Da ist nicht richtig. Geh die Sau durch den Kneckel. Insel Karneval. In Burg oder wann. Ja. Ich bin neulich ganz solide gewesen. Schön eingeschossen und dann bin ich mit dem Bus nach Hause gefahren. Aber versuch mal nächsten Tag zum Bus los zu werden. Das ist ein ganz schönes Problem du. Ja. Flori macht Jens YouTube. Ja. Der fährt ja hier mit. Ich bin auch dabei. Wo kann man die Map installieren? Äh. Mod-Ordner. Ich würd sagen den Mods-Ordner. Wo sonst. Ja. Da wo die anderen Sachen auch alle reinschiebst. Ach. Zwischene Beine passt die nicht. Achso. Entschuldigung. Flori. Äh. 22 Uhr haben wir noch nicht. Ne. War noch nichts. Die sind aber auch jetzt schon alle versaut. Und deswegen. Niko Kaiser. Ich komme nachher wieder. Achso. Niko. Entschuldigung. Niko. Ja. Aber wenn ich dann schnell an Vatertag denke. So 15, 16-Jährige da durch ein Ohr ziehen. Haken stramm voll. Da frage ich mich auch. Irgendwas läuft doch hier falsch. Ja. Mein zweites Vatertag sagt Roland. Was? Jo. Ah. Halber Brand ist rausgeschmissenes. Ja. 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 Ähm. Ich sauber zu meiner Frau durch. Geh mal für zwei Stunden. Auf. Wie war das noch? Moment. Ich bin um 11 Uhr wieder da. Trink auch nur zwei Bier. Aber meistens bin das immer zwei Uhr morgens. Und dann wird das 11 Bier. Zweifels. Verwechsel die Zahlen nicht. Wie war es so schön, ne? Hm. Ich bin nicht um vorher. Ach das ist so. Du wirst so gemütlich. Und so schön komodig essen. Du sitzt schön zusammen. Und dann schmeckt das ja auch. Und die Stimmung ist dann da. Gratzfatz ist das wieder hell. So was kannst du vorher nicht planen. Das ist einfach so. Nein. Das kann man nicht. Das macht am meisten Spaß. In meiner Stammkneife von damals, wenn der den Laden zugemacht hat, weil er in Urlaub gefahren ist, hat er gesagt, okay, alles klar. Heute Abend gibt's Rest trinken. Und die Maggi, damals seine Kellnerin war immer so, sie hat ein Schnapflas genommen und hat von jedem was reingehauen. Uso, Ratzeputz, Heidegeist, Arkadi. Einmal quer durch die ganzen Dings durch. Ich sag dir, du brauchst drei Stück, dann liest du unterm Tresen, dann ist Schluss für dich. Dann gehen die Lampen aus. Ja. Aber richtig die Lampen aus. Meine Frau hatte damals Großarbeit, für mich irgendwie heil nach Hause zu kriegen. Wir haben so ein Rezept hier für Tequila Sunrise, also Tequila mit Orangensaft. Boah, du Brüderneut. Du musst richtig klassisch saufen. Mit Salz auf der Hand und Zitrone. Nee. Dann geht der ab. Ja, sicher. Zieht sich alles zusammen, aber das genau so muss das. Ja, meistens das letzte Bier ist immer schlecht. Ja, stimmt. Das stimmt, ja. Also immer irgendjemand tut mir immer zum Schluss und was ins Glas rein. Ich weiß aber auch nicht. Lecker Stroh rum, kenn ich den auch ja. Oh. Du fühlst dich an, als wenn du den nackig in den Hochruf gesprungen bist. Ist innerlich verbrennt oder was. Aber geil, schmeckt. Mit Vanille, lecker. Ich möchte ja jetzt seit Jahren schon mal Basti eine Flasche Ratzeputz zukommen lassen, aber er weigert sich ja, beharrlich die denn anzunehmen. Das trinke ich nicht. Das Zeug kenne ich. Boah. Das ist... Das ist lecker. Zeig dir mal irgendwie mal eine Spottel. Ach, wenn du blind werden möchtest, ja. Nö. Das sind nur Kräuter aus der Lüneburger Heide. Ja, ja. Wie Unterberg. Das ist genauso geil. Junge. Alter. Du kannst doch gleich mit Knübbeln auf den Kopf hauen. Das könnte doch noch gleiche. Du kannst den Türrahmen mit abbeizen. Ja. Nee, danke. So eine kleine Anekdote. Wir haben ja früher mal eine Stammknappe, da sind immer sehr viele Engländer hingekommen. Und die waren immer der Meinung, du Deutsch, du musst mir jetzt einen ausgeben. Ich Engländer, ich kann ja alles ab. Ich so, Jokui, ich so, Magi, mach mal einen 108er fertig. Jo, der sich den 108er in die Rüstung geschüttet, der wurde rot, der wurde blass und hast nur noch laufen sehen. Weg war er. Ich so, na, noch eine ausgeben. Nö, 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 nö. Danke, danke, danke. Jetzt auf mir auch nur laber, wie ein Gin ist. Richtig. So ein 108er, der hat schon ein Intus. Ja. Wodka mit dem Strohhheim, mit dem Gassheim da drinnen, ne? Jo. Lecker, doch. Aber wenn du eine Buddel weg hast, hast du keinen dicken Kopf von diesem Tag, ne? Ja. Also billig Fusel, da kriegst du immer Schädel von. Was ganz aber. Jo. Sag dir den Namen, Fusel Alkohol. Ja. Wie hießen das Zeug damals, wo diese Made mit drin war? Ist auch gut. Ähm, Mescal. Ja. Ja, genau, richtig. Auch gut. Und diesen billig Wodka auch so, dass mehr Bremsflüssigkeit und so ein Scheiß drin. Ja. Wir haben mal letztes Mal, war das auf dem Geburtstag, da hat ein Kumpel von mir ein Whisky geschenkt gekriegt und ich bin echt kein Whisky tränker, wirklich nicht. Nee, eigentlich auch nicht. Von Kanadisch, ja. So ein Comfort, ja. Flasche 50 Euro, oder was war das? Und, aber der war echt geil, der war wirklich. Ja. Das merkst du auch, wenn du teureren Alkohol trinkst, dann hast du nicht so ein Schädel, als wenn du dieses billig Scheiß trinkst. Ist so. Und das heißt nicht umsonst Fusel Alkohol. Geh. Aber die Zeiten sind vorbei, von daher. Ab und an mal so zwei, drei Mal im Jahr, da muss das bei mir sein, ansonsten. Tom Estos, naja. Silvester wird noch angestoßen und das war's dann auch. Öh. Joa, selbst da kaum noch. Also, ein Glas Sekt vielleicht ja und dann war's auch schon. Ja, das ist noch ein Bein. Na ja. Wir klauen uns immerher damit. Hier ist für alle Schatten, da ist auch niemandem Hetzler. Da warte, ich muss den erst mal im Platt machen. Nee, der ist gut, dann. Das klappt auch noch ein Raufen, das ist doch gut hier. Und dann haben wir irgendwie 40.000, oder eine Million 100.000, der drin verlangt. Klaus Pederer. Aber Roland, da du am Zweifel bist, gehe ich einfach mal ganz stark davon aus, du hast nur einen Monitor. Ich sitze fest. Ich auch im Sattel. Ja. Ach, was ihr alle gegen den Ratzelputz habt, der ist so lecker. Das kriegt dieser auch nicht mehr raus, doch. Der schmeckt so lecker. Wir wollen den Alkohol nicht nicht schönreden, um Himmels Willen. Nee, um Gottes Willen. Nee. Aber was ist denn Ratzelputz? Das muss ich ja mal fragen. Kräuter oder was? Ja, das ist ein Kräuterlikör, der wird hier bei uns in Zelle hergestellt. Da sind nur Kräuter drin, die du in der Lüneburger Heide findest. Schön. Da ist also nichts irgendwie drin aus dem Ausland, aus Taiwan oder China und schlag mich tot, sowas, sondern nur Kräuter aus der Lüneburger Heide. So wie Kümmerling. Also, wo ich früher immer mal eingetrunken habe, Kräuter war immer meins. Also, Wodka und Whisky und sowas, das habe ich überhaupt nicht gemacht. Aha. Nee. Ich war immer Kräuter. Ich war immer der Kräuter-Typ. Sondern was? Wenn man einen Dreck bringen würde, also ein Jägermeister ist für mich zum Beispiel kein Kräuter. Der schmeckt für mich nur ekelhaft. Dann lass mir mal deine Adresse zukommen und schicke ich dir mal eine Flasche Ratzelputz zu, wenn du möchtest. Ja, klar. Bezahle ich dir. Kein Problem. Du brauchst nicht zu bezahlen. Das machen wir so. Küstennebel. Oh, genau so Zeug. Da habe ich innerhalb von 10 Minuten mit zwei Mann hatten wir die Pulle leer. Also, das war seitdem ich es auch verzeuge nicht mehr. Das ist genau. Lieber nicht die geilen Uso. Ich bin auf allen Vieren nach Fahrräder anbellen gegangen. Das ist auch nichts ganzes. Aber so muss jeder jedem das seine. Küstennebel und Pfeffi kann ich gar nicht. Zum Beispiel, ich trinke gar keinen Whisky. Ich habe Whisky mal probiert. Das ist nicht mein Ding. Ich gehe mal durch. So, Ralf, kipp da noch einen rauf und dann nehmen wir den nachs nächste Silo. Dann trinke ich... Ja, einfach rauf zum Verteilen, ja. Da trinke ich dann lieber schön akkuraten Kommodenlack. Also Weinbrand. Mütchen. Boah. Also, ich komme aus Zelle. Meine Wenigkeit. Klaas werden nur 5. Bei uns in der Ecke wird Fleminger Jagd getrunken und wie war geil. Fleminger Jagd. Mike, süße. Jojo Trecker. Wie war geil? Macht seinen Namen der Alleyere oder was? Ja, nennen die so. Ist aus einer kleinen Privat. David. Hallo. Schau mal aus Loburg bei uns um der Ecke. 100% Moin. Ah, okay. Mike. Hallo. Jojo. Mike, hallo. Der kommt schöne Nortonflasche. Das ist Mike Modding, nicht, Leute? Achso, Mike. Lampo Acabo. Hallo. Der die Maps hier, die Holland Maps gebaut hat und das alles. Das ist das. Ah, okay. Peno. Peno. Peno nur mit Wasser. Voll die Algiers. Ja. Ja, natürlich, wenn schon, denn schon. Louis und die Außerirdischen Kohlkörper habe ich auch nachgespielt. Original. Ja, geil. Ich habe diesen Topf voll Kruise gemacht mit meinem Mac, außer dann haben wir auch Peno mit Wasser gesoffen. Alter, da waren wir voll nach dem Film. Boah. Ich bin in meinem ganzen Leben nie besoffen gefahren. Ich hatte immer Geld für ein Taxi und ich bin zu Fuß gegangen. Ja. Nie besoffen gefahren. Ne. Außer Fahrrad. Einmal im Feldweg. So was beress ich auch nicht. Haha. Haha. Aber ansonsten, ne. Da meine ich. Das ist gut. Ja, Winzer, Butzer und Basti spielen beide jetzt zusammen. Ja. Ah, wie kann ich zwei Monitore miteinander koppeln? Einfach eine Dings anschließend. Eine, eine, eine Grafikkarte. Dann kannst du sie in Windows einstellen oder eine Grafikkarte. Und eine Software. Grutwein mit Cola? Was ist das denn? Äh. Pfui. Ramazotti. Ähm. Das ist ein richtig geilen Port, Alter. Und dann kippst du da Cola mit zu. Pfui. Äh. Kulturbanausel. Korn mit Zelda, ja. Das trinken die Alten bei uns immer. Mhm. Also Korn und dann haben sie immer ein Glas Zelda daneben. Ja. Die halten aber länger durch. Die sind fertig. Ein Hexler gerade. Ha? Ja. Ich sag, wir sind doch hier zu viel. Äh. Der Hexler steht hier und läuft und läuft. Ja. 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 Weil ich jetzt gerade festfahre. Ach so. Ja stimmt. Du bist ja Hexler gefahren. Ja. Komm mal. Du müsstest euch das mit dem aufteilen. Muss einer mal eben die anderen voll machen. Oder wie rum. Weil Bastian flügt. Genau. Ich muss zwischendurch haben wir auch gelaufen. Die ganze Geschichte. Weil nämlich. Ne? Sonst kommt dann nach. Mecker, Mecker. Nur noch am Pflügen. Hier. Wir haben auch nichts anderes mehr am Acker. Ist ja alles runter. Wie auf jeder Map. Mittlerweile. Ich bin gleich da Jens. Dann springe ich schnell dann extra. Ja. Alles gut. Ich wollte bloß fragen jetzt sowas jetzt. Ich kann auch Hexeln. So ist es nicht. Mir egal. Ich mach mal eben diese Silo klar hier. Dann kann man das abdecken. Du. Solange ich vom Chef bezahlt wird. Auch für Standzeit. Kein Problem. Quarzbier mit Bananensaft. Ich kenne das hier. Hefeweich sind mit Bananensaft. Genau. Dann sollen die alle perverse. Boah. Lieber nix zu Weihnachten. Einen schönen Havanna-Clubs breit. Was ist das denn? Havanna-Club mit Zwei. Schmeckst du den Alkohol nicht. Jeden 13 Gläser und dann schwebst du. Da kann sie rauchen. Klaus-Peter. Da kenne ich das. Komm ich hier wieder nicht hoch. Oh Mann ey. Klaus-Peter hat vor zwei. Als er noch jung war. Hat er nach Küstennebel genuss. Zwei Stunden lang eine Strohklappe voll gesammelt. Ja das glaube ich. Das ist unser bester Kumpel. Rein synthetisch das Zeug. Boah. Feichling und Küstennebel und wie der ganze Mist heißt der. Feichling kann es auch selber machen. Ist ja manchmal auch nicht schlecht. Aber auf Dauer da den ganzen Abend dann. Oh. Ich war früher noch wo wir Jugendlichen gab es hier. Und die Beeren sind Apelkorn und so. Da backt dieser Maul nachher von zusammen. Oh. Zu süßes Zeug. Aber wie gesagt Alkohol nur in maßen. Und im gewissen alter erst ne. Klinger davon. Kein lieb von singen. Aber das wisst ihr ja alle. Ich auch. Ne? 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 ging aber die kohle noch vor mit gut habe ich schon mal gehört sind nicht irgendein cocktail das kenne ich von der bundeswehr entschuldige ich habe es verwechselt wir waren auf so einer veranstaltung damit mit essen und trinken wurden wir eingeladen und dann war da auch jemand der hat sein 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 fruchtsafter sozusagen sind fruchtbar aufgestellt und das war ja halt all you can eat and all you can drink langsam aufhören hier schnauze schenk einmal striche hier aber zack zack dann auch für die karte 100 euro pro person bezahlt und sagt wir werden hier nicht eher aus dem ist für alles versorfen also er war angepasst ich habe gar keinen ich habe kein fruchtsaft mehr kommen draußen der lasse holen wir waren ja die lustigsten das war alles so eine schicke gesellschaft und das haben uns mal gegönnt und die karte all you can eat and drink strunzen voll der herz ans fischbuffet ran und schön hier aus dann gefressen war so ein scheiße man kobe ist das wenn ihr für ein kleber krach richtig ausgeschlechtet ich habe typischer bauer weiß so eine bauern klappe und alle waren die damit ihren schickimicki klamotten ja die hat mich schon die hosentasche gesteckt aus dann stehen wir das video nachgeburt da haben wir echt die wir waren die besten gäste ich glaube das war ich glaube es war das letzte meintag sowas gemacht hat das war geil danach war aber nicht mehr einladen dann haben sich auch nicht mehr jetzt ist ja jetzt wirklich wir waren da schon mit jeanshose aber mit 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 hemd und krawatte aber das war ja außer auf dem krawatte waren in der husentasche dann wurde er noch gesungen und mein kumpel springt auf die tische und tanzt auf die tische und das war so mensch kommen die letzten blöden placken dann um silo und deckel rauf hier oben ach scheiße lasse jetzt fertig so es gehen wir hängen dann fahrt aber wegen wenn sie wieder im krankenhaus wegen verdacht auf alkoholvergiftung ls gamer wie alt bist du ist nicht gut du wird schon der beste 100 prozent danke nicht ach so auch gut gefallen würde würden wir uns da haben wir schon so weit wieder 16 uhr ich bin mir da nicht auf hier oben unter den alten blöden scheiß hier und voll 45 naja gut dann weißt du was du tust das meine ich wieder beharrte sehr schön ich habe mir die unterhose ausgezogen und jetzt keine haare mehr haben ja fußmatte ist da fußmatte ja ich arbeite hart damit mein hund sein luxusleben genießen kann ja auch in den karton so an ich weiß ganz genau schon gar eine sache so ein hündchen finde ich ja ich hätte auch gern wieder ein kommen und schauen und ist was freundes dankbarer wie so mancher mensch ist ja demnächst auch zum kastrieren denn was die ja packt paket aus was machst du grad ist noch im silo ich bin auch hier am gerade machen ich bin auf dem weg habt ihr gleich dicht hier in grad auf dem weg zu dir warte ich noch einen moment oder soll ich mit folgen wie weitermachen das mir egal macht doch wie du möchtest also mit folgen machen so die runde matte liegt ja das muss basti beantworten das war sie jetzt nicht wenn man die monetisierung beim steuermamt anmelden bitte was das millionen da haben wir da 245 wie wir habt ihr da noch auf dem agger mit häckseln viel tor alt oder so eigentlich bist du auch versichern auf der sicheren seite wenn du hier ist alle einnahmen die du einnimmst du hast zwar eine gewisse freie begrenzung aber er war der klein gewerbe ganz zum beispiel anmelden aber du hast natürlich auch ein bisschen dies freundlich dass da rein drei grenze klein gewerbe anmelden mal auf den schlag 45 euro ich habe 25 das ist wir wahrscheinlich dann von landkreis zu stadt wieder unterschiedlich das ist so das gleiche als wenn du jetzt auch ein führerschein und wo umschreiben lassen willst beim einbezahlte nur zehn euro beim anderen bezahlte 35 das ist unabhängig vom landkreis oder so vom bezirk hat so und da ich dich gestern schon mal blockiert habe sperre ich jetzt komplett du mit einem krebs geschichte dünns hier ja auch der hat hier gestern auch umgekrebs hier ja ja den hatte ich gestern für fünf minuten rausgeschmissen aber er ist der meinung er müsste mit diesem scheiß weitermachen jetzt ist er permanent weg jo ja paul dann gehe ich mal von aus dass du fünf minuten pause hattest weil entwand wird hier keiner er hat bestimmt um die 25 euro jedenfalls aber bis auf der sicheren seite keiner kann dir einen kran pissen nichts richtig schein schwanger beim hund oder sagt dann gefährlich werden gibt es doch du warst dass der wissen wollte ob was dieser hut kastriert wird jetzt auch jetzt ich weiß dass er kastriert wird ich wollte das fragen jetzt demnächst geht es ja los weil sie jetzt erst alt genug ist definitiv aber 350 ocken ist normal aber das ist ein td wert von daher sicherlich ich habe für mal 200 bezahlt plus tollwut im funk gut ich habe den rüden da ist es vielleicht ein bisschen das ist billiger aufwand wie auch billiger wie bei der hündin oder tue ich mir nicht noch mal an dieses rumgegeiere und umgeieren fief 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 die ist auch mit sich selbst nicht zufrieden die ist unruhig und liegt sich hin und die weiß selber nicht die ganz schlimm sorry aber wie es bei frau so üblich ist wenn das antritt ankommt einige können damit gut umgehen und andere decken über alle decks auch bei 10 angerufen die paulie hat das mache ich noch um übrigens die rechtsabteilung von mir jetzt auch noch mit dran ich habe heute mal netten brief bei meinem rechtsanwalt eingeworfen und wegen gestern hat denkt da war ich noch am rande mitgekriegt naja körperte nur noch mal gucken die dürften im moment in dem moment nicht hier bei mir auf vom haus vorbeilaufen ab dann war der nicht mehr gesehen man sollte mir überlegen ob das bei einer privatperson macht oder bei jemanden richtig ja welche katze die katze das frage ich mich jetzt auch habe eine katze haben wir die katze ach mal den schultz monni ist der gps kartoffel leger butcher ja ich habe plätze ohne gps kartoffeln gelegt genau aus mit dem stürmer ls 70 richtig bako fackeln auch nicht lange ist ja badels moin lange macht ihr noch oben ein baul muss doch nur mal eben siehst du zwei stunden in raum länger halt meine post hat hannig aus so gab es finden ist egal brauchen wir nicht über diskutieren genau wer ist das west paul west paul genau richtig und damit ist das thema findet auch wieder vom tisch wir wollen sonst habe ich das kommentarlos löschen läuft alles seinen gang und dann ist joo nick moin jonas hi nach jonas 17 x6 muss auch sein richtig christian moin felix ja nick lp wenn man da mal zeit haben werden wir das vielleicht mal machen lieber darauf zurückzukommen mit dem surfer da können wir ja mal eine zeit das passt ja in die tage mal alles hier es geht mal an und dann so eine konferenz tut und dann kommen wir mal gucken wir ja map oder was so mit 34 neff wie wir hier dann so hocken auf jeden fall schnacken wir das mal in ruhe durch weil wie war dann was wo machen wollen kann man ja auch dann weiß ich nicht wenn das mehrere sind dass jeder einen hof hat zwei mann spielen denn als beispiel lohnunternehmer irgendwie und vielleicht auch ganz nett dass man das immer so ein bisschen weiter daddelt predatoren peter und tach michael sammige grüß grüße an den potters von michael joo grüße zurück du lange machst du noch nick wir bis ende um end auch in die hat schon siehst du müsste einfach mal lesen jetzt schreiben und iwan und die schreiben alle rennen her nein mitspielen ist nicht möglich wegen vieler privat mods richtig dann erst einmal fest jockeln das dauert aber war jetzt kann sich aus mit follow me nein schätzelein fahr mal gerade hinter den häxler so 30 meter abstand halten heute mal wieder grün und ich wollte wieder grün und eckig weiß knolle moin stadt abi bisweilen liege stadt abi bis ein elfter klasse abschluss jetzt schon aufzuhören ne mach abi ist wahnsinn jetzt drückst du mal schankst hast macht das hier gemacht und wenn ihr beiden der will ja wo ein strock f gleichzeitig machte bei mir licht an und aus und hast du das nicht belegt anscheinend ja schede dann macht du den klar ich fahr den anderen weg ja mache ich nein mitspielen ist nicht möglich ja christoph jens spielt heute mit ja warum sind wir jetzt auf der ostsee und nicht in engeland weil das hätte nicht gepasst mal alle mann ikado könig moin big doch ja klar kann ich dich doch von nick lp grüße an basti jo bist zurück kurbelwellendichtring mach das aber ich echt hier die kurbelwellendichtring welche seite denn vorne oder getriebeseite cool ich denke es heißt sie mit lufthaken das war der andere ach dass der andere ich habe mich auch gewerft ihr lust als eine krisse ist meine fresse von dem meister magazin nur wie die tüte homie blau holen oder man bin dein komisch nach gut botcher ja lupius naja mal gucken erst mal durch schnacken mal gucken was man denn so anliegt was könnte man leckere schick machen gar kein mod drinnen gaming mw das kannst du einstellen von krankenwagen abgeholt von der schule lol 17 17 haben sich abgeholt warum und krankenwagen von der schule heute durch gefällen würden wir uns sehr überein also macht euch heute nur meist nicht nur meist 100 stück und aus fertig isabel wenn sie hier nicht gefällt oben recht ist ein exakt mal draufklicken schönen tag gute reise guten die gute besserung und lasse ich rechtlich von reutschelfahrern überholen grüß auch an die ls gemeinde harry harry junior das war an die lehr moin andre hallo ihr seid gut dann geld ich wollte ja auch es pippa nennen aber klingt so zweideulich ja pippun das stimmt wir haben wollen wir haben ein bisschen team und basti sagt björn bonholm anders alle tatatata man 64 also hier für sich dumm und dämlich wird zwischen erste mal das zweite mal geht das sondern dass sie schnell auf fest lpc sagt mal deinen skype namen wenn ich mein steht da oben noch genauso michael danke danke viel spaß gaming mb wenn du quer flügt dann hast du die querflug textur schon normal vom spiel standardmäßig drin ja da hat meinst ich weiß nicht genau was du meinst jetzt sehen sie haben wir nicht wieder so lange war jetzt dort kannst du euch selber festfahren ich hab keinen bock mehr echt das macht nichts aber trotzdem danke für dein drin geld kannst du gleich wieder zurückziehen und was auf das macht dich mal schnell dass wir paypal war ansonsten wieder pc fk so problem die erpresst habe ich schon wieder aber auch was man er mag mich nicht aber auch kein geld spenden oder trinkgeld da lassen da bin ich darauf angewiesen das habe ich auch öfter mal wieder grüßt mich jetzt oder abonnierst du mich ansonsten zieht mein abo zurück so klein moment mal dein abos raus jetzt erpressen 0 seine baggernageln im beste ich muss jetzt los zum einsatz zu einem wohnungsbrand wünsche euch noch viel spaß zum beim zocken christian badel gott hast du aber zeit zum schreiben ja ich kann sagen genau kevin gibt das einfach mal an einer ost tv 4 bei google da wenn dir so viele möglichkeiten angezeigt wurde sie runterladen kannst ja darunter auch eine mit der größten anbieter die wir haben ich konnte auch ein sobald ich sie im internet 4.0 genau ja pipo und richtig alle zwei jahre kommt neuer es dann aus wenn ja gerade so anscheinend über pay safe card gemacht also pech gehabt und erstattung nicht eingeschlossen bei paypal hätte ich jetzt zurück gesteckt sorry aber pay safe card tja da 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 jetzt heiße pinocchio mit der langen holznase so ist das halt ich habe das gefühl hier ist gerade momentan irgendwo wieder eine irrenanstalt ausgebrochen ja es gibt einige die kommen halt nicht aber ist ja okay man kann nicht jeden mögen ich mag auch nicht jeden es gibt auch leute denke ich meine gut was für eine kacke ratze ja weiß ich nicht also michael menschen schlecht hier in discord dann muss ich hier raus aus dem spiel ja finde ich auch also ich habe sowas habe ich keine zeit mehr das ist feuer bei uns denn sich das ein feuer y und dann bin ich weg für alle stehen und liegen gelassen da läuft dann das die noch mal drei stunden weiter ja das kann ja gut ist halt so hast du gehabt haben vergessen auszumachen aber ja ja aber wenn bei mir feuer y draufsteht das bei mir gas bin ich da siehst du siehst du nur noch ein blitz und die türknelle weg ist so richtig so soll es ja auch sein eigentlich weiß knolle viel vielen lieben dank dankeschön werden haben lohnt sich die aus dem app also ich bin nur hier zu gast genie da kann der butcher dir sicherlich mehr zu sagen dort hast du da auch gespielt oder fand sie nicht gut mit dem gefiel der verkehr ach so ja so ist so gut der ist hier nicht drauf aber so landschaftmäßig fand ich die echt cool marios moin guckst du immer ein paar streams an wie great vielen lieben dank für den geld ich mag ja auch und dann kannst du dir ein gutes bild davon machen und sind wir so durch zappen dann hast du schon mal ja das macht die spaß du dir die daumen gleich noch prozent er soll das nächste ein bisschen einfacher gehen bis den anwand drücken der ebus vielleicht ist manchen leuten schon zu warm draußen ja man warum gibt's ja einige kommen damit jetzt schon hier anonymen danke 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 und ja scheiße ist das wenn man schlüssel nicht für das hatte ich auch schon klingel melder scheiße muss man auch geschlüssel der lack bei unserer kacke so ich habe ihn verstanden scheiße wenn die schüssel nicht findest der dudelig im bett ließ kurd also wohnungsbrand ist eigentlich bei uns feuer feuer groß und dann steht da feuer y london also wird bei uns auch nicht die tag- oder nachtschleife ausgelöst wird bei uns gleich vor allem ausgesehen ich habe eine frage wollen sie die zuschauer fragen und dass sie markt viel gefälter oder ohne ich bin mir nicht sicher wie sie sie möchten dass die felder um es zu schaffen ach so mike fragt gerade mit seiner neuen map die ja da fast fertig hat ob die felder zu verkaufen sein sollen also zum kaufen oder nicht wie hättet ihr das gerne also feedback rein den kann mike das lesen von mike modding die neue map das wird auch ein ding wird auch richtig gut ein paar bilder gesehen ich würde mal sagen felder kaufen ja aber mal gucken was die anderen alle sagen ja dann hat man einen kleinen anreiz richtig na habt ihr verstanden leute ja unbedingt kaufen wird ja langweilig rené für beides bga und kühe aber kühe kommt doch krass rein haben wir auch genug auf der anderen seite kaufen zum kaufen zum kaufen zum kaufen zum kaufen felder kaufen kaufen siehst du mike kannst das lesen jane war mal noch augenblick ab da kommt er noch mehr würde sagen kaufen 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 siehst du alle würden kaufen gut finden ist der anreiz höher stimmt schon ob du das machst oder nicht das liegt jetzt an dir wenn du missionen nach und rein machen willst denn nicht so wie auf der north barband das ist nicht zu schaffen da so ein bisschen abtütteln von der größe her dass man das auch packt 100 prozent fertig ist das hat man das was sie ist am fliegen bin wieder auf dem weg zu dir rein habe hier lieben dank geld danke heute hier den kleding kam fertig ich gehe mal eben nach dann wieder da kann mir jemand erklären wie ich das machen soll dass die dinger zum kaufen machen ne kann ich dir nicht erklären mike aber da wird es bestimmt irgendwann paar cracks geben da wie das geht hier und wenn nicht dann lasst er weg aber kann man noch mal schnacken denn mike in die hast du anfragen geschickt cash gehen kaufen kaufen in die alle wollen kaufen siehst du lass dir zeit dabei so ich bin mal eben kurz zu tor als wenn die drei fertig hast dann lang dann erstmal glaube ich ja alles sonst haben wir uns hier alles runter das ding nur noch nackig die können wir die nächsten acht wochen erst mal nur noch rumdreck sein hier um fliegen oder warten okay was wenn ich fertig bin mit drei was immer gleich machen mit der drei dann das festfahren hier also hier das silo abdecken eben noch dass das den rest hier denn darauf ja und dann gruppen erst mal warum fliegen warum flug gleich ich bin auch gleich wieder da bauer sucht frau ne verarschen das ist eine verarschung sende der ganze schwach sind ja da kommt doch nicht bei rtl sat 1 und so fiksendung deutsch moin ich enthalte mich den mal sonst rege ich mich auf es kommt darauf an wurde die mods runter lädt bei irgendwelchen zwielichtigen webseiten würde ich mir auch überlegen dann mal drunter zu laden genau unterstützt man die modder und lads und den original link richtig weil sonst gibt es bald gar keine mods mehr hat man ja gesehen anfang der woche oder jetzt vor ein paar tagen da hat jemand ganz frecherweise die hofbergmann bei mottos darunter geladen heraufgeladen und das starter pack auch jan christoph vielen vielen lieben dank für den trinkgeld echt danke 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 von der falsche seite geladen können muss schon mal werden oder haben wir diesen fehlerhaft gemacht jawohl und wenn das weiter so geht wird das dann irgendwann sein dass ich ein mod haben will dass ich da fünf euro für bezahlen muss ja schon das wäre dann echt schon hart wenn das so weit kommen würde aber darauf läuft ja momentan hinaus wird so kommen immer mehr mapper und modder ziehen sich alle weiter zurück das beste beispiel ist holger ölsen der aufs übelste beleidigt worden ist und eine moderne mapper sagt okay ich stelle meine mods oder maps zur verfügung aber ihr bezahlt dafür dann ist das so da braucht sich auch keiner mehr zu wundern so wird die arbeit respektiert und dann ist es auch gerechtfertigt weil wie gesagt es wurde einfach zu viel schenkluder getrieben richtig er lässt reizen war die blütezeit von der mods und danach ging es nur noch backup weil viele viele nur noch schenkluder getrieben haben aber das thema hatten wir schon tausendmal ja ja das ist franz dankeschön für den trinkgeld danke 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 gott was da los soll ja mario auch dir vielen vielen lieben dank für den trinkgeld dankeschön da ist das doch ne eigentlich fehlt ein pacht mod also landpachten die in real auch land für da wäre auch noch eine nette sache ne so fällt der mieten halt ne ja obwohl wenn du die da bitte aber ist ja auch die sache umso mehr aufträge ich für den besitzer des feldes gemacht habe umso günstiger kriege ich das fällt ja nachher im einkauf bei der bank auf hagensteck kannst du auch pachten die gibt es auch jetzt auch schon für 17 ja ja du kannst kannst du deine felder die du hast verkaufen wieder und kannst auch pachten ok kaufen christoph mut ab das show ich muss ganz ehrlich sagen für gute mods und karten würde ich auch geld bezahlen ja das stimmen wir dir denke ich mal alle zu aber sowas von affe mit waffe schau dir doch an heutzutage kein respekt mehr vor erwachsenen es war in lehrern sie ist jeden tag erst manchmal sehr schade also ich bin so erzogen worden dass wenn kein platz mehr im bus ist und eine ältere person einsteigt dass man aufsteht dann stehe ich auf und nicht wenn da so sitzt und umi alles schicki oder wenn jemand was runterfällt dass man das sehen dann aufheben aber es fängt ja heutzutage schon einfach an mit bitte danke ja das das haben einige gar nicht mit ihrem wortschatz drin bestimmt bitte danke ist also ja da kriegst du zuhört alter schön mal ja 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 grauenvoll wie vor kurzem meine tochter ist ja 18 geworden und dann stand hier so bei halbschläge bei mir vor der haustür die mit meiner tochter unbedingt ihren geburtstag feiern wollte und meine tochter sagt die kenne ich gar nicht wir sind zwar bei ihr auf der schule aber sie hat mit denen überhaupt nichts zu tun dann bin ich hin zu denen habe gesagt hör zu leute hier ist nichts meine tochter will nicht und die kennt euch nicht so richtig und so er kriegt dann zu hören alter schil mal ja da habe ich da habe ich nur gesagt okay ich schille jetzt mal bin ins haus hat mein hund geschnappt kettenhalsband um mollkorb verpasst eine leine genommen bin vor die haustür habe gesagt so leute ihr habt jetzt zwei optionen laufen oder stehen bleiben ich mache das dings alles ab sie sind gelaufen furchtbar naja diese kettosprache die können sie sich dahin stecken wo die sonne nicht scheint ich hasse sie ich habe sie ja ich auch ich bin noch jung aber wenn ich früher so geredet hätte ich hätte knallpaft vor der fresse gekriegt ganz einfach so ich würde mich drei tage im kreis drehen oder mindestens vier wochen auf dem bauch schlafen aber so ist das heute na ja schon sagt auch man wie recht du hast fahre beruflich züge durch die gegend was man da lebt von den jugendlichen da fällt dann nichts mehr zu ein sondern ja es sind einige aber nicht alle es ist nicht alle manchmal so echt das phänomen und das steht wird wirklich aufgestanden das finde ich dann schon ganz geil ist wirklich ein kleiner teil der sich unter alles aufhält er meine tochter hat einmal versucht hier mit chill mal ich da bin ich die wände hochgegangen jetzt jetzt stelle ich mal und schild jetzt auch in deinem zimmer aber sowas ins zimmer rein wlan ausgemacht bums aber den spruch klemm wie war das so schön meine kinder haben mich vor kurzem ausgelacht weil ich morgens zur arbeit musste überhaupt bin ich in stube gehabt den fehler schlüssel geändert jetzt noch ich ja also ja was muss um fünf jahren und raus ja mal wenn ich kann diese sprache der die einem ehrlich tut mir leid aber es kommt alle sehr durch die musikindustrie die da verbreitet ist wenn du das so dich so benimmst wie die da in dem video dann bist du cool nein und das glauben sie alle das tut mir leid das ist da ist die musikindustrie teilweise dann schuld ich bin jetzt 17 und meine generation sind glaube ich die letzten die noch ein bisschen anstand haben stummjäger ich habe auch schon zehnjährige zwölfjährige 14 jährige gesehen die wirklich anstand haben also das kann man jetzt nicht verallgemeinern es gibt wirklich solche und solche und das genau man kann nicht alle über einen kampf scheren und wir sind doch die letzten die sowas tun würden ich bleibe dann doch lieber um erkannt wie die musik ok ok schauen dann fühlt es regelmäßig mein sohn louis 15 monate findet ein hund wenn dir jemand ein trinkgeld schickt immer klasse und dreht immer durch ok das freut mich ja antiautoritäre erziehung man kann kindern muss man aber auch mal grenzen setzen ist das kannst du ich immer sagen ja kriegst du mache ich und ja und oben dann tanzt mal deinen namen im schnee nee aber es muss echt grenzen geben nein heißt nein und wenn das kind 20 mal fragen nein heißt nein könntest du vielleicht ein grüß luis liebe grüße nach hamburg hummel hummel morse morse ah dicker und bro und oh alter das ist ja diese ganze sprache sorry das ist ja ich war letztes mal in der schule habe meine tochter abgeholt und dann musste ich am rektoren zu zimmer vorbei da saß einer tipp mal dritte klasse auch so aggressiv und so aggressiv ich muss ja alles kaputt hauen okay habe ich mir gedacht alter läuft bei dir war nicht älter als maximal zehn jahre so ein kleiner stepp gehauen so aggressiv ich bin so aggressiv ich so okay ich möchte heutzutage auch kein lehrer sein ehrlich nee nee du darfst nichts sagen christgarten oder klage am hals das größte auch schon als älternteil wenn du deinem kid in öffentlicher umgebung nur aufwege verpasst dann kriegst du anzeige wegen kindesmisshandlung zurück alle schon mitbekommen ich habe auch noch auf heige früher als kind gekriegt und das nicht nur einmal und für meine eltern dankbar früher auf dem dorf hast du schon mal ein schluss zurück früher auf dem dorf hast du scheiße gebaut bis nach hause gekommen hast du gekriegt und wenn du gefragt hast warum hast du noch eine gekriegt ja so mit der aussage das weißt du ganz genau wer nennt sein kind dann frederik franz ferdinand alter falter da weißt du schon bescheuert das ist eine bestrafung fürs kind so ein name hör auf ich habe auch drei namen aber das ist weil ich eben adoptiv kind bin dadurch da lief einiges schief damals ja ich habe auch drei namen früher was bei mir so üblich dass man von den paten den namen alle mitgekriegt hat bei mir ist es beim opa und der name von meiner mutter also dem mutter gegeben hat und dadurch dass ich adoptiv kind bin habe ich noch einen dritten namen ja na gut sei froh einige leute sind so arm die könnte sich nicht mal ein vornamen leisten du hast gleich drei also von daher klappt doch mal zusammen du blöder flug ich muss tanken fahren jetzt lehrer horrors das stellten auch vor meine meine güte da das beste beispiel ist du brauchst du nur stellenweise die chats hier durchzulesen was jetzt momentan in beiden schätzen mal so abgeht da weißt du doch ganz genau wo bei einigen leuten naja ich werde mich nicht mehr weiter einlassen darauf oder äußern dazu eine mutter ist lehrerin ist ja die hat noch drei jahre oha so rennte die sagt auch es wird von jahr zu jahr schlimmer richtig lehrerin oder also was heißt richtig aber grundschule oder oder oberstufe auf einer gesamtschule ja ja alles alle klassen halt ja heutzutage christian ruft der der junge hatte sei was hat er verloren seine federmappe mit der stifte da rufen die eltern an wie das sein kann dass er seine die erste verliert da haben sich die lehrerin darum zu kümmern und zu mitzusuchen ja schön was hat die lehre in der bitteschön mit zu tun wer das geht nicht auf so sachen aufpassen kann ja das ist heutzutage so diese helikopter eltern sind die schlimmsten also nicht falsch verstehen wenn ich meine mutter höhe und meine großmutter die haben früher mit dem rohrstock aber finger gekriegt und ich bin auch ehrlich gefühlt was ist heute immer noch so werden 85 hat bei mir der musiklehrerin die hat mit dem holz genial auf den tisch ja und das ist verbrochen das genial ja da waren aber alle still wenn er das sollte und lehrer macht kriegt er eine anzeige an als dann ist er sein lehramt los ganz einfach aber wollen wir uns nicht auf sowas versteifen jetzt hier wir sind hier um spaß zu haben da fällt auf dem hof da zogelt und ruhe das hier nicht bist du um hof denn was denn da haben uns heute was die meine ahnung frau mich nicht mustang die uli kiste die frisse ich denke die ganze zeit war trappelt meine pumpe dünnen an oder meine pillen vergessen heute morgen jetzt halbe stunde ist also gut dann hast du zeit und bloß seine nee habe ich ja eben eben kaffee ein geschenkender kaffee auf gesetze klaut ihr dies mit hunde los am deich ich denke was jetzt denn los seine klapper die dünnen an heiße zurück du jetzt rücken aus störungen kriegt hin eine herz klappe ist auch nicht ganz in ordnung bei mir extra systolen aber ich bin was zu trinken ja immer da ist ich bin es nach 15 uhr im spiel kriegte das im silu hier gebacken herz und torreif genau schnappe ich mir gleich mal aus dem drescher eben ich arbeite mit follow me und jens fährt immer die benen schlepper hin und er muss nur zwischendurch denn alle zwei mal ein kippen sonst fährst du dich dumm und dem hier musst du platt mal ja gut toll dann bleibe ich jetzt kurz beim silo und mehr habe ich bin da schon mal jetzt ist jetzt also gut kann das zweimal reinfahren wieder und dann musst du wieder außen an arkan und das fahrt und fährst nachher eine stunde hin und her ich will motorrad rennen hier meine gasten gegen frischfleisch fenster mal im augenblick auf hier oder auch gar nicht wenn du kommst du dir nach aßen brauchst du nicht so sponslos lp ja sozusagen in die das machst du klasse in die muss ich dir sagen ehrlich und die waren auch da und julio ist das dein opa ja die beste medizin gegen adhs ist ein vernünftige uhrfeige richtig unruhig leute unruhig erst 100 prozent jetzt ich bin ja eigentlich auch schon mal dünner fahren da hinten aber ich brauche den den radlader dafür und schaufelt sich dort dahin ich habe gar kein trecker mehr dafür jetzt den zieht ich auch nicht und dass dein opa wäre hättest du not zapi anja gottschling moin einmal lang anja ist das ist ja was passiert mit der botcher und vergessen meine medis zu nehmen morgen das merkt man dann nach zwei stunden später man hat sich ein jahr vorhin bei basti schon fünf minuten pause verein gehandelt wer wofür dafür dass reingestelle auch so die höre von gleich wieder auf ansonsten spenden die nie wieder bei mir geht ob oder leid bei das ruhe wenn ich hier schon raus muss aus dem spiel dann kommt richtig jeder jemand der modis handy hatte ja wie alt sind sie 55 hallo butscher und team heute mit basti ja luigi genauso ist es so sieht er aus ja jones und jens und toralf allemanda wie heute was ist noch beim pflügen jetzt ne ja paar minuten mein auch dann muss ja da der hund muster muss gleich ja sie auf dem port setzen klasse wunderbar grüß mich mal anja tag und nur ist gut war noch mal dann musst du nach hause gehen dann macht opa das gleich mal im ölrich steinkam hallo kann die für ps4 kommen die ostsee weiß ich nicht keine ahnung wir wünschen noch viele schöne jahre das leben ist kurz genug hab dich mega gern mache ich dich auch du bist schon lange dabei und bis ganz ganz netten kerl schick und das ist lieb massel nils danke dass du mit butscher streams ja wenn wir zeit haben haben wir ja gesagt dass man natürlich das wird dann auch vielleicht mal mal gucken so lp eis lp eis basti ist auch cool säcke ja dann geht dann finden wir alle cool ist mit 55 noch ein junger kerl rudy ja eigentlich schon geko hei ihr seid mal richtig geil was willst du machen wenn die frau nicht tüm hoffmann hei marcel dank euch bitte jo erko auch gut so was wir flügt noch ihr macht jetzt das war noch mal ich denn jetzt weiß ich auch nicht was sagen unsere kühe der mal im damakon ebus danke 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 erfreut uns dass die gefällt ich bin wieder hungrig jo kaffer darin mach ich das mal bin nämlich gerade in der ecke wie misst essen da bis hoffen 102.000 kann man auch mal aus dem anarkandeln oder bis kraft vor der rein dann haben sind die auch wieder satt die bingels ne macht opa das was opa was opa so auf dem hof machen fördern melken ne was ist denn hier als fachmann mal eine frage jetzt hier so an einen fragt man was ist denn besser wenn du jetzt haben meist roma hast du willst du wieder meist rein haben ist ja auch darauf also gülle ich würde man würde man da gar keine rat meist in der reihenfolge rein machen also man weiß auf meiste ist immer scheiße ja was man hier auch der boden her ja ja bis dann beim zweiten mal meist nicht so viel ertrag darauf haben wir beim ersten mal im realen das stimmt aber was machen die auch die gar keine gar nicht an auf platz haben hier ist ja nicht so groß muss dann haben die manchmal so viel gülle darauf das stößt die knietief drinnen und dann fliegen wir auch wahnsinn und scheiß gleich in die wohnung dann hast du dein hund erzogen richtig soll es dann und vielleicht mal rechtzeitig man sieht dass wenn der hund wirklich dringend muss siehst du ja und jeder hund gibt sich bemerkbar also einfach mal rausgehen nehmen die frage zurück jetzt meister oder camp oder kompost wenn überhaupt oder so danach dafür aufhauen jetzt ja was ist ein kompost das ist jetzt moment das ist auch so ähnlich wie heisenberg ist das ein bisschen bisschen anis kräftiger ist das was in der dampfe drin habe das nennt sich attraction soll ich mir stellt aber ich mich hier selber eine dampfe da ja ja hast du vg oder pg lastig 50 50 gestern schrieben die hier nämlich rein dir geht es nicht so gut wie ja gestern abend noch ich habe gedacht denkt scheiße ich soll es da jetzt mal was mit deinem krankenhaus geschichte da irgendwann schief gelaufen oder eben war oder alles im lot ja alles im grünen bereich das ist ich habe schon gedacht kann ja seine ergebnisse und dann irgendwie negativ so irgendwie und das dauert noch im arzt der resumen urlaub ja trotzdem macht das ja nicht die links an der wand malen hier das hatte mir gleich ein kräft und armkrebs ist das nächste da kann ich dir gleich in zahn ziehen alles anders machbar das ist auch machbar aber halt das risiko scheiße ich kenne da viele leute die so müsst haben und auch einige die daran kaputt gegangen sind was soll ja nicht bekannter von mir so wenig habe ich schon auf hitbox verfolgt und jetzt auf twitch und macht youtube noch ein bisschen aber mehr so streamer ja ist 39 der netz fahrt ja natürlich kann ich auch einige habe ich gewundert weil von den wochen lang nichts kam und jetzt mal da gesagt kam video auf youtube von ihm so zack wer zum fahrt kern knapp von der schippe gesprungen konnten damals schon haben sie ihn am offenen herzen operiert war super hinterwand und fragt meistens das scheiße rankommt sommer da da hat er jetzt ist jetzt maria das ist dann schon konnte er wurde er sehr sehr füllig und hat sich auch nicht gut ernährt sagt er kaum bewegt dann ist natürlich das noch ein vorwerk glaube alle fälle das ist so ein faktor mit unseren stream 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 und macht dann machen 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 sagt er auch jetzt also er hätte sich echt mal paar pausen können müssen ja es mache ich auch wenn ich nicht mehr kann oder höre auf auch jetzt da bin ich jetzt ein paar dinge einander ziehen wenn feiern das feierabend das meine ich auch so dass man so einfach mal sagt ich mach mal einen tag gar nichts richtig dass man die kiste aus und was weiß ich so weit ich bleibe beim silo ich fahr kurz fest ich kann vom vom öl fahren da habe ich ja viel mit kunden zu tun gehabt und hier passt sie dein alter ja auch deine statur sage ich mal also nicht nicht jetzt fett oder irgendwie und so der hatte ich muss lügen 78 schlaganfälle was immer nach einem jahr wieder hingekommen hast den tank voll gemacht mit heizungen empfing dir was los mit dir ein bisschen am reden denn das merkte man so ein bisschen da kam der gerade aus der ja wieder wieder ein schlaganfall im alter spät ich sag drei ist ja normalerweise sagt man ja dann gibt es einen löffel ab oder waren beim vierten in den jungen jahren ja und nicht überfüllen über über für also jetzt nicht dick oder irgendwie nix ja lebt danach schon seit jahren das hat auch schon seit frühester jugend schlaganfall die zeit vorbei sag mal eine schlaganfälle nur alte leute bekommen das geht schon bei kindern los und rauchte und trinkte gar nichts nichts früher mal kurz geraucht oder irgendwas nichts ist so viel veranlagt da ist keiner vorgefallen vor solchen krankheiten glaubt man sich schneller gehen als haare waschen ja jedes mal wieder real gut die waren dann vielleicht nicht ganz so arg dass er dann einseitig gelähmt war oder so aber er merkte das dann auch schon muss wieder ein bisschen gehen lernen und sprechen lernen und woran alles jedes mal aber er hat es immer geschafft das ist schon mal schön ja ja aber so im allgemeinen wo überlegt denn was man da alles schon wo man gar nicht mehr rechnen das haben wir nur alte leute oder was von wegen naja ich habe auch nicht gerechnet mit dem scheiße ich kenne jemand der 20 hatte schlaganfall weg und sitzt im rollstuhl ja alle einseitig komplett gelähmt ist kein gefühl nix mehr hat music for life wieder auf dem weg ist werde ich hier ist auch wie mit der bandscheiben da lade ich auch schon zweimal auf dem tisch tito habt ihr zu viel geknüppelt früher auf dem bau 50 kilo säcke zement mit acht scheißegal gibt zwei motor und gewerkschaft geschleppt wer wo seine sonstiges könnt ihr euch mal im letzten video von fabio schäfer youtube kanal anschauen sein bester freund hat ein mtb store zum liebten koma jede spende hilft bitte traurig dramatisch ja ehrlich sagen ja stimmt aber schauen wir das mal ja ich habe zwei herzinfarkte aber durch allergie und bin 20 stefan könig na super klasse echte mit waffe 39,2 schlag so 39 zwei schlaganfälle gehabt seit dem renner alter das ist lukas moin ich bin auf dem weg muss nur noch kurz tanken an der bga doch mal schönes geld ja nicht so jetzt muss ich mir da hier bastia die auch hier die schiebkarre da was auch auf bergmann da das asilo mit fahrmeister fahrrad binden oder war die schiefer youtube kanal da ist so mountainbike ja mini flipp im krankenhaus hatte ich schon mal eine pause verpasst beim letzten stream ja nicht haben opa hört gleich auf opa macht das gleich mit dir wenn du nicht aufhörst ne er hat die nächste pause und das weißt du doch dann ne opa ist ganz schloss da gibt es keine erbarmen da muss man früher aufstehen wir haben heute morgen schon ps4 multiplayer gespielt haben das glück gehabt gerade mach ich denn da sie kommen doch auch noch mal hinter hinten irgendwas machen zwar einen flug kaufen ich habe nur kein trecker mehr den zieht sehr klar oder krieg ich den mit links bezogen lebensleider viel viel zu kurz ich habe noch viel so viel vor dazu erreichen nicht mal zwei ja klar wäre das nicht manchmal ist doch blieb zu kurz haben wir ja auch ist ein renter gegangen oder mit 60 und zwei wochen später verstorben oh man oh gott echt leben lang geknüppelt das war's saukrank gewesen ja da ist mit der pumpe haben sie 90 minuten zu hause reanimiert der klinik gekommen ist er wieder einigermaßen stabil warten haben sie nach lübeck gebracht in die uni und haben silvestermorgen bin ich mit meiner moderna hingefahren ja dann haben sie gerade gesagt also vor fünf minuten ist mein vater verstorben 90 minuten lang und kumpel von mir auch das war ja da gewesen wie vor vier jahren auf der straße im krankenwagen 40 minuten und haben dir nur gesagt dass besser so gewesen wäre sonst nachher im sauerstoffmangel im gehirn und kam hatte die ärztin uns auch gesagt ja das war eine ganz junge ärztin kam schon mit tränen aus der aufnahme raus aus dem schatz ist ja da das ist noch sehr mitgenommen da auf alle fälle wie ein arbeitskollege von mir damals war beim arzt zur allgemeinen untersuchung da hat zu ihm gesagt sie sind kerngesund sie werden 100 jahre alt der hat die praxistür zugemacht klatscht umgefallen tot der lacht draußen vor der arztpraxis haben wir gefunden vor gott oder auch hatte die kärz und lasse ich silvester feier silvester tustag vom fahrer kommen keine fahrer die laune auf christian bade ich bin jetzt wieder zurück vom einsatz gekommen war bloß ein kleiner wohnungsbrand einmal mit pr reingegangen und das feuer gelöscht was ist pr presse oft aber nach so sauberkeit naja die letzte wünschen ein umluft unabhängiges atemgerät muss noch einer rein ich habe gerade gemacht bootjob wieder so bad benni jetzt auf pc heute morgen auf der ps4 das ist auch dramatisch sowas ja mein opa hatte mit drei schlaganfälle mit 70 und jetzt ist er wieder topfit da viel geil das geil ja auch für die kreis mit 70 nehmen muss man überlegen aber sei schon geschwächt und jetzt ein bisschen vom alter her und dann wieder fit gut ab ich bin bei der jugendfeuerwehr macht spaß lukas das ist die hauptsache dass kuppel ja auch ein geiles hobby muggi moin billinger pilz obertsche hat besuch ja ordentlich war los hier alle man am rödeln ja das geht manchmal schnell black wolf das da kannst du noch so fit sein wenn ich sage mal wenn du geboren worden bist läuft die uhr das stimmt da ist ja so die eier oben gestellt bums kommt raus eier hohe ist gestellt abfahrt dann ist bei einem ist der sand bisschen gröber ist dort bisschen länger bei einer ist bisschen feiner gibt ganz schnell richtig also das leben genießen richtig pipo und so sieht das aus lebe sowas besser lässt was nicht heißt sie sollte jeden tag saufen und rauchen und also ein scheiß aber genießt das leben auch mal rausgehen wird deswegen ja mit offenen augen in die natur reingehen nicht nur ich bin jetzt draußen cool auch mal wirklich mal langsam durch zeit lasst auf zeiten sieht man die augen die welt mit ganz anderen augen ja dann stimmt von tics von tics diese frage haben wir dir vorhin schon mal beantwortet war ganz lustig das ist die hauptsache naja ihr könnt ja alle mal für nächste woche donnerstag meine tochter die daumen drücken da sie ihre fahrprüfung sind ja die die zweite was willst du verrecker sich dann vom pc mein leben genieße ganz einfach genau perfekter zocker dass man ja mal wissen wer soll verrecken du greife dieses jahr games kommen ihr wohl games kommt haben korn techniker da kostbar raus mehr genau muss nicht immer festsitzen richtig werde er festgegnagelt youtube weins wie ich bei leben auch schon teilweise genossen hat ja glaubst du gern ja ich werde am 2.5 an dem davor meine frau geburtstag hat auch mal zweiten geburtstag feiern so da war doch der unfall auf der baustelle 15 meter von mir entfernt wo der lkw auf der zweiten spur den blitz einlänger und den sieben halbtonnen doppelkabiner zusammengeschoben hat den knall habe ich heute noch in den ohren schlafen die oder was er hat angeblich nur was gedruckten der lkw fahrer und sollte sagt der polizist so auf eine länge von zwei kilometer ja die ist klar ist klar klaus peter klaus peter wünscht uns allen ein schönes wochenende klaus peter auch klaus peter nur der blitz anhänger der war nage neu da war die farbe noch nicht mal trocken und den ecker wieder davor stand das haben sie aus dem seitenraum wieder rausgepult 50 meter daneben ist ja nicht haben eine frage an bastian raub bastian dampfe dampf sie ist einzeln drauf jetzt kommt wieder die frage shisha shisha bar hashish cb max mittwoch meine farbprüfung ja dann mal los also es ist 17 uhr der flug kann die übernommen werden ich werde noch stehen mein hund einpacken ja alle dem sturm im glück wieder ich muss sagen die keule umbeten was zufrieden geben mir so ich sage vielen dank fürs zuschauen ich bedanke mich dass ich mit spielen durfte aber immer noch das weißt du doch ich werde aber du bist sicherlich gleich noch stream wenn du da bist wenn ich wiederkommen ist ja doch dann sind wir noch wenn du willst du weißt du doch da klappt ja jetzt meine bock hat das spieler ja viel spaß mit und so tschüss 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 tschau so ist die zocker hd so redest du nicht mit mann ach so kann ich mitgekriegte irgendwie lassen noch sabbel nicht aufregen sonst richtig auch auf wie ich denn da hast du ja bringt nichts im mittel langsam eine dicke schwarze und so eine pfeifen von jetzt schon sonne am namen also naja ist der markt auch bei basti was er mal bei mein bester viel spaß basti hat mich schon vorgemerkt im studio ach hattest du schon okay ich hätte gerade noch mal reingestellt gehabt rausgehen rausgehen naja karate oma die alte sau hat heimlich alle kids mit wasserpistolen ausgestattet alter ist auf der unterbox hat mich erwischt wenn geschaut bis dann was sie sagt mucki wir kannten hier ist im kuhstall umgefallen war tod herzinfarkt ok ich kenne bauern 263 63 vom freund der vater offen auf weide wir haben so ein viertel jahr vorher eine neue herzklappe eingebaut haben sich gewundert dass er nicht zum armbot kam der lagen neben seinem treffer dort der cousin ist auch stand im garten folgt gerade eine folge ziehen einfach so passiert wieder noch ein ohr junger oder sind auch wieder hungrig die bängelst du so ich bin mal kurz auf porzellan danke ja von uns vom hof hier vorne nach hause mit dem kran armbot jessen mit seiner frau hingesetzt fernsehen geguckt hat hat sich seine frau bloß gewundert warum man nicht mehr aufsteht ja das geht ratzifatzi der hat bloß noch drei monate habt ihr wer auch rentner gewesen sich die rentenkasse wieder gefreut so ein jahr jetzt reicht es jetzt ist das mausvoll und tschüss umpacken das geht ja nicht mit oder die care fab ich finde eine ja warum ist gesundheit das wichtigste wer der will genauso ist es passiert zu viel heutzutage ist wenn der stimmt du butscher wie lange geht denn heute der live stream mal ja melanie 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 bis oben und auch die ganze ecke noch nicht genau dunkel die aber so bis mittag nacht ist das ja meist immer wo ich inzwischen nur noch mal jemand jeder beschwert essen und dann das kriegen wir hin weißt du doch wie sonst auch immer meine tante sind aus der firma 45 an herzinfarkt gestorben und ihr sohn 16 hat sie gefunden heftig basti ist mit dem hund raus ja wie wir machen da haben wir noch ein anderer packen die dinger die kleben immer so fest hier und ballen naja was über kopf reißen die zeit braucht wieder ein bisschen länger ich muss noch wieder silo festfahren so alles aber ich glaube wir sind gleich wir sind gleich durch die mods wird es doch im internet ja man ist nicht alles über kopf häckseln hier wie gesagt was er gesagt wenn die drei durch jetzt dann ja das macht ja eigentlich alles jetzt aber das kommt dann haben wir nichts mal wieder hier sind haben wir sowas denn nicht mehr zu tun sondern man muss immer zwischendurch kann man eine häcksel aktion machen das war nicht wie ich letztes mal auch schon gesagt aber bis interessante für uns alle ist besser warum auch nicht alles auf einmal abdreschen das macht man ja auch normalerweise ne wisst ihr ja alle daumen daumen da lassen jetzt wir sind die alle wund von gestern oder so und trotzdem zwischendurch machen die 289 zuschauer die es nicht im chat sind vielen vielen dank dass ihr da seid und ich hoffe es macht euch spaß jetzt müssen 183 sein 203 212 sie ist die tülen und sie einzurecht ja ja jetzt alle vergessen ja vom gucken war was die ist da offener mund und dann hast du daumen vergessen das klar moment hat mich dem angst und angie du sowieso das merkt man manchmal nicht was jörg meyer darum da unten habe ich schon gegeben danke christoph das ist cool ja noch mal ein rennen eben jetzt brauchst glaube ich nicht mehr herkommen ja okay denn das sieht man dass sie rein kriegen den agger auch lehrter oder wann gleich wo sollen der hexen oder nehmen nach klaus das geliehen nach klaus alles klar ja was kann was kalt es gibt keine modliste da privat mods renny günther moin die hc power moin hast du eine modliste achso nee das warst du schon alles fit bei euch ja warum weiß für immer sven moin alles okay bei euch ja ist gummistiefel wieder kaputt janni was machst du denn sag mal kauft immer ein paar anständige ne putzer das was zeo geschrieben hat zeo nicht gelesen jetzt ist auch egal wozu stellen man ihn und eracht den sound leiser kann ich die jetzig verklickern ein xml kannst du es machen oder mit dem sound editor kann man das auch machen mit so einem programm diese striche denn sind da diese wave dateien hast du nicht gesehen da geht das auch mit obwohl in meinem e8 da sind ganz andere sounds drin zum anlassen und aus machen die sind ja gar nicht mehr originalen moderatoren daumen nach unten ist nicht ein kündigungsgrund man ist wenn du unser moderator den christopher kennen würde es öfter hier sein würde es dann würdest du sehen wie du wieder da meint ist aber kein grund nach für den rausschmissen weil für youtube zählen daumen nach unten genauso wie nach oben die gucken nicht ob nach unten oder nach oben sondern nur die aktivitäten auf dem kanal man jemanden richtig ärgern will dann gibt es am besten gar nichts obwohl ist er christoph überhaupt ernst zu nehmen ja absolut ja du weißt wie ich das jetzt mal ja doch jetzt schon ganz ganz lange hier doch das weiß ich ja ja hallo wie lang noch dem hier nur aber man muss ja mal ein bisschen stänkern ja das macht nichts natürlich nein äußert proper ist nicht mehr dabei der ist mit dem hund raus cool dass es nimmt nimmt einer immer mit co ach so ja ich weiß war nur spaß von ihm richtig mann ist 78 genau so ist es genau wieder da hält angler sowie außer papa noch dabei tom nein im moment nicht morgen alle zusammen andreas meyer tag an kathrin osterndorf ostendorf genau an kathrin ostendorf gestern doch schon gefragt apiarius jane war das richtig weiß was ich meine denn luapi arius von uns ich glaube das war es so ne vom bringer nie sagt ein wie auch so jojo was wohl die jürgen meyer tut co jo das ist wohl so co ist auch neu hier wie lange noch bis fertig ist oder butscher keine lust mehr wie lange noch bis fertig ist oder butscher keine lust ach so so lange geht das genau kommt muss die proper nachher wieder mit chance ja wenn er lust hat habe es mal mit einem bock ausprobiert klappt nicht so gut wie mit der ziege rexau natürlich möchte ich wissen was bei hessing gaming zu hause abgeht die nur ziegen lögende mann 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 sonst auf einer sans of energy morgen tag gehört sich aber auch der name du mein lieber mann krise angst und bange michael brune moin butscher gaming kanal wann kommt er aus die proper wieder mal gucken ich weiß es nicht wenn basti los hat nachher noch ist erst mal mit dem hund jetzt weg raus und das dauert eine gute stunde ja locker so fahr die silo ist verdichtet soll ich das noch abdecken mit 336.000 oder ja natürlich da wollen wir silo machen hast du den johnny schon jolt der gelber fertig ach so ah ja du hast du eh nicht alles gut ja ja den johnny noch rein ich sage ich vorne hexen und jetzt kärchern und dann freut sich den zu bänden auch sauber machen die klima ins also auf l u hinstellen wenn du willst den den ladewagen und das kann so machen kann sauber machen weil das eine waschstation ich fahre erstmal beide runter der fans steht schon und mann sie kommen johnny jetzt nach nur genug oder immer noch nicht sag mal fressen die mir meine fresse silage heu ist voll gas gas wie war das denn noch hier und ich habe einen loswerden ja durch ging stroh noch und wasser noch wird ich bin gerade am ballen pressen hechtangler supi wie genau so cool wie osseop ist genauso cool wie osseepropper oder gleich warm kann man auch sagen 37 grad sind wir beide ne das hat ja einen geilen deutsch fahrer ja finde ich auch das cool so ein paar ballen nach nachher und dann haben wir es nur noch die bingels geht's burschen lucas mir geht's gut oder uns allen wenn du burschen meins oder boccia keine ahnung marvin moin boccia schönen gruß aus rastede bollotos jo zurück mark 15 moin besuch es zu verarbeiten auf eine art wie immer da gibt keine patienten ritter jörg meyer da meinst du jetzt bestimmt die männer den eco meint er damit da weiß ich warum das geht doof waren wir gestern abend schon wird sein opi ne maxi lp es passt sie noch da nein julian cruiser hallo wie alt wirst du 55 jünger fahrt ihr alle für den socken du die nächsten 3000 jahre alle keinen lohn hier ein paar grasballen müssen wir auch mal wieder machen welche map das ist steht unter dem stream jo ja 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 das ist jens nicht mehr da doch ist noch da musste muss ich jetzt konzentrieren hat voll zu tun ja auf dem silo ja julio du warst auch sowas wird gerne überlesen gerne ist moin wir lesen ganz klar jero mir das stimmt eckermarker 1 hallo hab mich schon die ganze zeit gefragt was sie aus dem film titel bedeutet grins man es siehste wird schon kein motorräder bei dir vorbeifahren lohnt die gegend zum fahren ja ist aber flach ne nix hugel hier so feilen lohnt eigentlich nicht weil teilweise würde ich da am liebsten so eine kalaschnikow und dann aus dem fenster raus hier oder so manchmal woher hast du die map herr chef ach so da hattet ihr schon muthauser genau mach weiter so wie du bist jo mache ich die märme ostsee gibt es bei muthauser spielen da so gut jo jo siehst du wirklich nicht hätte siehst du das haben wir auch guckst du mal nach das schneidwerk müsste jetzt im verkaufsträger liegen ja ich komm vadi kannst mir mal verteilen wo ich hin soll mit dem ladewagen die haben wir da auf dem hof kannst du auch auf lu stellen beide sauber machen also hier ja lu da wo den weg geholt hast du hast ja oder da da hinten ist der hof der normale und die lu guckst auf die karte ist hier ja bei feld 15 bis eben die ganze zeit vorbeigefahren das ist die lu das ist unser lohnunternehmen der hof da ist auch eine waschanlage und kam mit mit kärcher und leisung haben danke für die bitte ich komme in die karre in der ecke fahren hier ich glaube wenn ich fahr die sagen würde es wird mir keiner mehr abnehmen finde doch gut tut ja ich bin eine neue ich habe ja bei tante ilse auf losberg mein praktikum gehabt ich muss mich auch erstmal rein finden hier in polen karl heinz hat ihn ausgebildet um gottes willen und passiv auch fleißig da ich muss mal eben da ein einsteigen kannst du nicht verkaufen nicht eingestellt oder hatte ich jetzt nicht probiert mach nix ist ja weg jetzt fahr rein das ding gerade so lange sag mal wer zu butscher genau bitte was ja nee wie passt das zusammen siehst du geht auch ne torralf ja ich hab heute nix ds essen dann erst mal was nun was sie sehen will ich die besten genau 37 grad ja bin die stimmt ne was wären wir tot ach ne nicht ganz aber ne so ungefähr bist du eher forst oder landfan landfan forst auch ist auch okay wird auch mal spaß machen aber das muss dann alles ein bisschen zusammen gebastelt werden nicht alles so kuddelmuddel irgendwann auch hier ein bisschen und da ein bisschen von alle so nix jufo moin was soll ich dann als nächstes machen äh flügen ja fliege ich fliege ich fliege damit wir vorankommen kannst oder weil ja ich habe ja keine treck aus die große drille die kriegen wir auch nicht gezogen so muss dann noch körpern kann ganz gleich machen ich mache das feld fertig von basti ja mach mal fertig ja und da gegenüber kannst du auch dann weiter machen oder wie auch immer da muss auch geflücht werden das ist auch schon steht drauf ne die 10 oder was das ist mach mal erstmal dabei warst du jetzt ich mach die 1 fertig und jeder nach auf der 10 ja ne das auch scheiße drauf alles klar jo äh moin butcher bin auch wieder am start nikolai das ist schön hessengeming nach mach ich butcher genau achso du lüt ich habe heute ilse gesehen in dem rollator in dem rollator bindi na ehrlich wie gehts jufu mir gehts gut und uns allen auch ne zockst du auch mal mit zuschauern ja wenn wir den server endlich mal irgendwann mal zusammen haben weil meine mods gibt es doch nicht hier oder zumindest nicht die die äh privat mods die anderen jo bin kurz weg wohl meinen döner toni sito machte hat butcher bin wieder da und war noch unterwegs sascha das ist schön bei dem werderhaus natürlich klar ne die ist auch schön lau habe ich oma heute gefragt kann ich mir mit dir spielen man habe ich auf die fresse gekriegt oh man du flüster warte mal was flügt denn was zieht denn so ein ding der hat 240 der hat 165 du kannst dir den fan nehmen da unten der schafft es auch wenn ich aber wir haben noch zwei helfer laufen meister die müssen auch mal beschäftigt werden und wir haben die riesen flächen zu machen im moment jetzt ne 180 scheiße ich habe kein träger mit 180 PS den 6 h scharer zieht wie soll ich mir das noch um 5 holen wieder ne das ist der 120 das ist der 5 scharer äh quatsch blödsinn dann könnte man das zu zweit da rumdödeln aber das ist auch blödsinn 130 PS das würde gehen das ist ein rumgenuckelt 59.000 das ist mir zu viel im moment ne da gehe ich gleich dreschen wir könnten mais legen was machst du denn jetzt Jens mach es noch sauber ich bin gerade beim John Deere beim Hof hier bei der 15 sauber machen und danach wollte ich den Phantom vom Kuhstall mitnehmen und sauber machen na das ist fertig da kann ich nochmal ein bisschen silo rein kann man auch zu dir kommen ne mach mal erstmal haben wir gleich was Thoral flügt die ganze Ecke dahin ich muss mal gucken welche Trecker wo denn wie, wat, wo am besten reingehen sind jetzt zu dritt 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 und jeder will was zu tun haben also muss man machen aber ich möchte nur John Deere fahren ja und tschüss ohne auf wiedersehen zu sagen einfach äh ich war doch eben noch im Spiel äh und du zack hin fort herrlich mhm äh äh zwei Streams in einer anderen das ist auch mal klasse siehst du kannst auch drei haben morgen noch einen hm mios äh 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 ja ja Basti ist schon weg der ist mit dem Hund raus jo magisträ äh äh Das war's für heute. Der Ladewagen steht jetzt beim Lohnen, ne? Ja, stellt es irgendwo unter. Ja, ja, habe ich schon untergestellt. Die da stehen unter. Jo, mach nichts, das ist ja nicht so voll. Hm? Das haben wir, das haben wir. Hm. Ne, ist das fertig gegrubbert, ne? Die 15? Da muss auch unbedingt was rein. Ganz schöne Ecke. Können wir die zwei lieber mal was anderes rein kloppen? Da ist jetzt noch Mais drin. Warte, da ist auch noch Mais rein. So, hier für BGA, naja. 17? Da kommst du jetzt nicht ran. Das ist grubber und frisch geflügt. Und die Drille? Geht keine Dings richtig drin, da hier. Eine Scheibenegge oder irgendwann. Das ist nur ein Tiefengrubber. Auch doof, ne? Und 9 Meter Frontpacker ist auch Mist, ne? Jo. Du meinst die Horstdrille, ne? Ja. Das ist die Maislegetiliter, ne? Ja, die kann bloß legen, die hat keine Ecke davor. Ja. Ansonsten Ende 15, hier Dings rein, na, Bohnen oder ein Kram. Kann ernst machen, Minioni. Dann sag an, was soll ich denn machen? Ja, will ich ja gar nicht mehr überlegen. Denn. Immerhin damit, dann muss ich hier hinten irgendwie grubbern. Irgendwomit, dann nehme ich mir gleich den Fan und weiß ich auch nicht. Dann fahre ich Komposter hinten rauf. Dann können wir das weiter aufflügen. Dann schnappst du die Drille, die steht da. Auf L.U. Und haust du in eine 15, hintere L.U. Klopst Mais rein. Haben wir da Mais? Haben wir da Mais? Dann können wir da hinten, was weit weg ist da, die 2. Und die, hast du nicht gesehen? Dann können wir was anderes reinhauen, naja später. Auf der 15 Mais, ja. Ja, wa? Oder? Oh. Fruchtfolgen mäßig. Warum nicht? Ja, hau Mais rein. Da sind wieder Rüben drin, das haben wir da. Die sind alle noch, müssen wir noch alle abernten. Ne, Quatsch. Ne, Blödsinn. Doch. Da muss die Maisdrille holen vom anderen Hof. Ja, die ist hier nämlich, ich finde die nicht, also die Maisdrille. Ne, ne, sonst, sonst, Sonnenblumen kann es auch nicht mehr machen, muss auch diese Maisdrille haben, ne? Ja, ja. Aber Bohnen, ne? Mit der Horst Bronto kann ich Bohnen machen, ja. So, hau da Bohnen rein, egal. Okay. Machen wir eine Lage Bohnen drin. Bringen aber auch nicht Knatter. Schweine wollen wir auch noch haben. Und wenn wir ein kleines Stück suchen, dann können wir Kartoffeln legen dann. So, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Dann werden wir noch mal was drin machen. Hundert und tausend können wir an die Missmeinbekanen hier. Wenn der Hof mal wieder sauber wird. Fehlte da noch ein paar Kühe Wasser, ne? Und Stroh. Dann sind die fertig für heute. Da liegt noch lose Strom, aber wir kriegen was mit, mit der Forke hier. Oh, geht. Wimmer. Oh, geht. Oh, geht. Oh, geht. Ich schau dir, oh, landbara. Komm, bitte, komm. Oh, geht, bitte. Cool, geht. Aber eine Frage noch, Chefchen, wo bekomme ich Saatgut? Bekomme ich das hier? Nee, kaufen. Muss ich gleich geben oder muss, weiß ich nicht, muss da hinzerpen, sonst bringe ich dir gleich was. Ist noch nichts mehr drin? Nee, 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 noch ist drin, aber ich denke mal, damit komme ich nicht hin. Nee. Muss ich Hänger wieder auskippen, gleich den anderen. Ich muss irgendwann mal einen zweiten kaufen. Wenn ich anders nur eben mal nach Getreide wäre noch hin. Ernst wäre mal hier. Achso, okay. Kaufen, da bringe ich dir das Ding her. Ich fange erst mal an, mal gucken, wie weit ich komme, dann melde ich mich nochmal, ne? Jo. Ich muss nur leider nochmal den John Deere volltanken. Jo, wird zwar nichts. Boah, die an Sprit fressen, ne? Da kannst du aber echt nur noch beigehen und immer reinkippen in den BGA, du. Ah! Ha! Ich bin da mal essen, André Fischer, jawohl, guten Hunger, Engie, sagt Engie, ess langsam, bitte mal schnell essen, nee, Engie langsam, sinnig. Vernünftig essen, ne, vom Season Mode, gibt es zwei verschiedene, einer auf Motors, einen anderen wollen die Mutter nicht das mal sagen, woher zu finden ist, keine Ahnung, ich weiß es selber nicht. Freaky Boy, moin, Nico, bester Mann, danke, Sandro, FIFA, hast du nicht gesehen, wie lange geht der Stream noch, ich muss nämlich nochmal weg und würde dann später einschalten, Sandro, da geht noch eine ganze Ecke, der ist nicht gleich Schluss oder was, nein, das Duser wird auf alle Fälle. Ne, so, zack, die sind auch weg, wie haben wir da? Ne, Stroh kann noch einen. Wie, Sandro? Ja, hab ich dir gerade gesagt, UFO, Element, moin, wie viele Jahre spielst du schon? Oh, alles zusammen, elendig lange. Weil ich laufen kann, spiele ich eigentlich schon, Sandkiste, also was, ne? Ja, scheiße, schauend wo. Noch ein? Nee. Ohne die Viecher noch Wasser, einmal sauber machen. Und das ist gut für heute, denn. Boah, 731 Euro Kraftstoff, du. Tja, kann ich nicht ändern. Immer dabei haben wir einen Wengel, der. Der geht mit dem Diesel um, bei dir, Butcher, das ist ja sagenhaft. Ja. Mal aussteigen, den Schlepper schieben, spart Sprit. Aber holla. Hä, da wird auch nicht. Hä, müssen wir da hinten mal hinfahren, mal gucken, irgendwo war das. Ach nee, 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 nee. Ich weiß warum. Gras ist voll. Haben wir eben die Ballen reingekippt. Und ist das Vorder zu Gras geworden. Deswegen muss ich hier vorne hin, kippen und inzwischen durch mir reinhauen da. So. So einmal Wasser und dann zieht die Welt schon einfach aus. Ich kenne dich, wa? Ich kenne dich, Zeit, weg. Nee, Zeit heute und du bist eine geile, du bist eine geile Show, Gaming Kanal. Oh, hä, ist das, schau. Junge, junge, junge. War ein Deutsch, wa? Wenn mein PC wieder richtig läuft, geht es bei mir los mit Livestream. Wem brauche ich da ein bestimmtes Programm? Tch. Joa, ein paar. Der säuft den Diesel selber, Patrick. glaube ich auch bald und recht felix wollen wir haben später wieder da aggmucki erst mal amort essen johannes wiesinger moin johann jonas moin mark bürger okay spielst du alleine ohne torreif ist dabei und jens da kommen wir mal irgendwie vorbei dahinten diese machen torreif ist am flügen jetzt anderen da siehst du ja genau einer auch er macht den moderator und schneide sie müssen und ich schaue nur zu da soll ja wieder warum ich glaube der hat das wort butcher diese bischen zu wörtlich genommen kann das sein leider nicht schau es doch nicht nur zu kann so wieder ein die wieder ein klinge ich habe schon alles abgebaut jetzt eine kurze frage ich saß noch nie so richtig offen schon dir kann ich den gps auch irgendwie komplett resetten nein dann neuen kurs nimmst der stg und dann muss ich das große fenster aufmacht man muss sollte erst der g gedrückt halten dann auf den enden wo sind danke so war das glaube ich ja bangig warm draußen so richtig sonne nicht und so ein bisschen da hinten wird das schilder blau und dann also geht es bei uns auch schon morgen wollen wir erstmal schöne wanderung machen so 14 bis 20 kilometer meine tochter ist begeistert musik zu hause bleiben ja sicher macht auch spaß schön durch die waller pamper wollen wir ja gerade wollte gegen den mann ausseelang fertig christoph otto da bist wieder schön ich muss jetzt auf einen geburtstag und wünsche euch noch viel spaß der tobias dann sieht auch wer mit umlau das bedeutet es wenn bei den tieren die produktivität zwar 100 prozent beträgt aber sie rot unterlegt ist hatten wir schon mal was ist rot unterlegte fielte bestimmt irgendeine einen ein ding zu wollen kann doch nicht 100 prozent sein irgendein ein fordermittel kamer stroh gras kraftvotter oder so da o gott oster popper du bist geil ganz langes oh dieses gerade einer flöten gang und wie ist es jetzt noch mehr wasser nähe nur so gut jetzt mitgiftig wenn man bin war ein anderes todon jetzt lange spielt ihr schon seit 14 uhr na kann ich darauf hütteln beim kuchen passt noch nicht ganz bisschen dichter nicht fliege scheiße zu weit davon das will doch schon genau haben hier so dass sie gut aus so der ehrgott was nicht mehr oh man noch einer beim wieder liegen jetzt hmm Untertitelung des ZDF, 2020 Ich gehe mit dem Kanal, kein TS, nein, kannst du nicht, Retteville, ach so, siehst du, so, bin doch mal weg, bis nachher, LG, Niko Zito, Rutscher, du nutzt häufig den Namen Ilse in den, äh, in den Videotiteln Deine Frau heißt wohl so, ne, Christoph heißt sie nicht Du bist auch schon länger hier, Otto, Christoph Otto Wie heißt es anders? Du hast Glück, dass Claudia jetzt nicht gerade mit dem Stream ist Und du Claudia mit Ilse vergleichst, oi, oi Ich finde, die Tante, die die URLs raustucht und die findet raus, wo du wohnst, Meister Ich übernehme für nichts Garantie, ehrlich, gar nichts Null Und nur Spaß, ne? Ja So Das ist die Frau Blätter, hi Äh, Whiteberry Servus, bei dem sie erst So, bin doch mal weg, was, ach so, das war Niko erst Geh mir, Kanal, Lüttelü, Geh mir, Kanal, Mist Jasko Göbels, Moin, ich spiele jetzt CSGO Ball ausspielen Geh mir, Kanal, ja, macht das Na, Botscha, grüßt mal wieder Eben, ach, grüße mal wieder Ebenso am Basti, siehst du, auch gegrüßt So, hier habe fertig Jetzt bräuchte ich den Radlader Na, komm Ach, nee, den Dings, du könntest die Kacke rein, wegfahren, hier da hinten hin Ach, nee, was sie sagt, ja, auf das Feld, wo Dings drauf ist, ist Kompost besser, ne? Ja, den Komposterzeug haben wir ja Den muss ich halt Lader mitnehmen Hi, wer ist geil, eben sagt, wer sagt, LZ Blue Max HD Jo, was sie auch streamen, ne, ich glaube, im Moment nicht mehr, ne? Ne, ne, heute ist Feierabend Ja, aber das ist auch den ganzen Vormittag schon gedüttelt, ne, glaube ich Vormittag, den, und den Nachmittag, ja Also von heute Morgen um kurz vor 10 Langt Das langt Das auch genug gemacht Ja, ja, kein Bock mehr JustinTV, moin an euch alle, moin Justin Moin, was du für die Kühe, Zäunen Ach, so, sie sind auch gegen Baumgefahren, hast du Marc Bleich, ja, der Mann ran, stacken, ne? Mach man das Beuge auch, was sie an stacken, ja, ne? Ja, allgemein Begriff So, da würden wir einen Sheet frohren hier So, take a hole in So, take a hole in Wo hast du den Fentern? Jens? Auch bei der 15 auf dem Hof Hm In der Halle, da wo die Horst stand Mhm, Robin, gut Sprich nur eine Jo Ach da In der Werkstatt Oh mal, Schrott, wa? Genau Einmal ein Misch drüber hier Können wir jetzt mal wegfahren, die 16.000 hier Brauchst du Saat? Nö, noch nicht Ich hab noch 1900, äh, Saat drinne Und 1000 Dünger Ach, das stimmt Das Ding nimmt ja auch noch Dünger mit Mhm Also noch nicht Ist beides noch über 50% Mhm Wie viele Kühe haben wir? Wo, hier auf dem Map? Weiß ich gar nicht 100 Noch nicht genug, oder? Wie wollen wir hier denn überhaupt? 111, das lang noch nicht Komm noch ein paar zu 200, 250 Ich hab ungefähr 40 Kühe und Kühe und Rinder War nur Zucht Wir bekommen eben von anderen Bauern Verstehst du das? Hä? Das ist gut Schorschi Moin, da bist ja Wir haben die Bengelsburgs Sondern die hat sonst, ne? Jens sagt nix Tora sagt nix Aber sie sagt sowieso nicht viel Ist mal ganz angenehm Ja Sind tiefenentspannt Ja, ja So sieht's aus Das ist politische Gehörn Das ist doch so Aber solche Linie Bis was zu spielen Das ist auch Ruhe Oder immer zu nuggeln Oder so Ne? Hahaha Äh 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 Warum beten wir da rüber hier Ja Ja, siehst du Das braucht noch ein bisschen mehr Dünger, ne? Vorher soll man ein Hänger hier Die hat die ganzen Flächen Da mit dümmen können Mit einem Ding Passt ja auch nicht Da siehst du Und das soll ja jetzt Den, der Manur-Mod machen, ne? Das, was du jetzt machst Wenn das auch noch fließt Dass das mit zählt Als Düngelstufe Sonst zählt das nicht, ne? Oder wie? Okay Eigentlich doch ja Oder nicht Im Normalen So hatte ich das aber gelesen Jetzt bei diesem Manur-Mod Du meinst mit dem Pflügen jetzt, oder was? Nein, Pflügen gibt ja 10% Das haben wir eingestellt Ja, genau Aber wenn jetzt vorher Hier Wie eigentlich Wie man das eigentlich richtig gemacht Da Mist oder irgendwas draufkippt Oder Dünger oder so Und dann unaufflücht Dann gibt das wohl keine Düngelstufe Im Original So Und bei dem Manur-Mod Soll das machen Dass das jetzt dann Als Düngelstufe gezählt wird Das alles Nicht, dass keine Textur oder so Ne, ne? Hat die Opa jetzt gedacht Ich denke, ah ja Gmk-Mode Irgendwie sowas in der Art Ne? Ich sag Öh, gold Nö, nö, nö Lugi, moin Wart, nö, nö Bist du schon fertig mit Essen, oder was? Kann ich angehen Ja, wie full place Moin Reisschalen, muffin, muffin Moin Komm, wo hier eigentlich hin? Wo gehen das da hin? Weiß ich gar nicht Hat das Schluss da hin, ne? Ja Der wie vom sonst Grüße bitte meine Freundin Stefanie Baden Sie findet sich total toll Und schaut dir gerne zu Tag Stefanie Junkie Moin Bullseye Moin Moin an euch alle Von Bullseye Leon Mika Alhorn Moin Huch Aber ne Bische Steht gut Die ging doch eben so ein Pad durch, ne? Bisschen kürzer Mega Black Moin Janis Kleinwort Moin Bayern Boss Moin Leon Michael Ahlhorn Moin Junkie Wie lange wir noch streamen Bis Ende Oben Ende Da geht noch Oha Albert Schmidt Moin Kevin Moin Was eigentlich mit Janni Lange nichts mehr gehört Dann hätte es erst hier sein müssen Markus Dann hätte es was gehört Soll die Gummistiefel wieder kaputt sind Ziegen die Schäfte wieder kaputt gerissen Whoa Oha Oha Oh 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 muss man zwei fuhrer holen einmal 20.000 und dünner kippe ich hier in der halle rein das sind frontlade da zum aufladen nö da steht auf einem anderen hof oder muss den iac nehmen das war dann nur ein frontlader auf eben verkaufen und so haben wir angebaut schon wieder da patti schön patti wo ist kai weißt du das bestimmt mal am silo fahren gestern haben die gemäht ich bin echt jetzt einmal wenn man kommt aus dem steuer raushaut denn es geht das doch genauso schnell raus wie bist du nicht was die bitte ist ein echt jetzt wenn man jetzt aus dem streuer kompost raushauen habe ja noch nie gefahren dann gibt es doch genauso schnell raus wie ein bester oder schneller weg oder langsam schneller weg schneller und natürlich bei die staubklappe dementsprechend auch verstellen ja klar so viel dünner und original von der von der die dinger die kannst du hier im stopft ja auch nicht wenn du misst irgendwo von irgendeiner platte fährst du teilweise steine drin dann gehen die teller mit flechers an arsch früher bei den normalen auch bei den blöden dingern die wir auf hatten da den ansteuern klangstronen dann ging das in dem flugende die ziegelsteine durch raunfurt da ändert sich das streubild in den gießen da hinten und hast die teller am arsch holzendruck ne wo damals richtig eingestellt ist jetzt schneller geht das war ja da du konzert hatte die fläche hier die gibt jetzt schwatt ist da mit einem steuer so da passt dann an tag nicht so für spiel ne da jetzt ein bisschen hingedödelt wegen das ist für den lohnunternehmer ist das immer grau und voll wenn das irgendeine missplatte ist die irgendwo hinterm hof steht und betoniert ist luxus ist echt eine betonierte missplatte wo du dann halt dann neben herunter ziehen kannst ja ich meine kopf ist auch gewaltig wenn die an teil an armen oder so ja es gibt welche die haben alte alte silos zum beispiel und dann kippen dann da ihren scheißern aber er hat noch mal kunden das war erst so passiert ist genug mehr nix mehr das nur noch gelungen ist und da hast du da alles drin gehabt so eisennasse drin gehabt steine und alles so unter gemischt was du mal gesehen hast nötig auch in dem moment nicht vor allem nicht mit so einem radlader aufladen oder was denn dann riesen ein misshaufen auf einmal nachdem bei beiden streuern die teller bolzen weg waren der chef bescheid gesagt feiern aber ich fahr hier nicht für dich naja gut muss man doch mal überlegen ja was von dienst an dem mager da oder war irgendwas aus deren geräte kaputt das habe ich auch nicht mehr gemacht denn irgendwo schluss vielleicht jemand anderen aber ich freue mich so wenn die anderen auch nicht machen vielleicht einmal wenn sie es nicht wissen und das auch feiern genau knallen und dann ballern und nicht peter rössler moin schön dass du reinguckst noch immer was essen joachim joda mummel caro alles klar bei uns ja rössler moin peter ok danke mark beuer und blüff das sondern an doch gut macht das man nur im momentan was geht da denn in echt rein in diesen streublitz ps 201 den haben wir am strautmann steuer habe ich nie gefahren immer nur nur tabel was ja und jetzt so ungefähr vergleichbar so diese größe und was auch über den daumen so ne auf klamm in der so 25 tonnen oder kubik oder was alle schwere kompost ist nicht so schwer wie misst das stimmt aber ich sage mal wenn jetzt sehr gut für man jetzt im spiel hast du ja 25 erzählen der prozent 25.000 was denn das liter oder was zählt er das jetzt hier ich guck mal was der ist das habe ich nämlich ehrlich nicht weil die größe jetzt 25 tonnen schweren mister drin könnte man schon fast hin kommen fast voll bis oben hin abdenkt und ist das strautmann und steht an der seite ps 22 22 01 22.000 liter 23 tonnen zusätzliches gesamtgewicht 22 bis 34 tonnen und ladevolumen 20 bis 32 kubik kubik weite bis 24 meter kubik dann kommt es wieder darauf an spiel viel gewicht von dem mist wie trocken ist der wie und was er nicht gesehen oder war da drin hast weil wir uns strautmann fährt so gut wie keine hier auch nicht in alle tabel ist ja auch mit steuer jahr tv 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 hier links hier ladewagen das haben sie auch damit rum jetzt ob ihr an die ladewagen ist bei uns habe hier oben ganz gut da haben sie mir straufe eine schmiede haben wir einen lohner neue so ein lütten der fährt krone ja in zx und so die dörner mal zwei lang die hat auch noch 27er deutsch oder so gibt es ja auch in x 27 großen der und die meisten fahren alle joni hier oder fände und schon hier weniger wo ich mal war bei dem lohnunternehmen in jahren der da auch schon hier aber ansonsten die rieder wir das ist der an kathrin lauter aber zum moment hier ein drin davon abjagen dass die hatten mal umgestellt ein jahr auf oder zwei drei jahre lamborghini und dann so diese größe von diesen 61 und oder war doch noch ein bisschen größer haben die auch silo mitgefahren allen kam aber war ganz schnell wieder von weg das alles wieder joni über dem jetzt bin ich da schon mal lassen wir mal bis hier ich weiß gar nicht ob das ganz lang das ding irgendwo war irgendwie hoch da und erstmal mit dünger mit kompost und sind dazu da hat einer vor ein paar jahren holländern hof gekauft ist der einzige in der gegend der jetzt mal so ein bisschen mit dem t7 hat er letzt geflüchtet hier bei mir in der ecke gibt es ein lohnter der nur in johland nur die häxler schlepper alles die auch nur johann der oder krone weil er hat kohle und der links was ich ihm sagte der fährt mit johann dir ohne und klasse dresser auch alles hier und hier alles ob der besteht der mag auch selber auch hier oder hat keine ahnung den stempel drauf aber kohle näher so diese diese 75 30 und so diese klamotten wo sie mitgefahren sind alle so gut wie weg der fährt nur noch 6 und 7 also er 6 und er 7 oder sie mehr 6 er noch mal ein hier das war kein lohner so normaler selber da der hat auch ein paar anständige maß hier umlaufen wie wir im spiel haben die dinge nicht 87 jetzt nicht die 77 und 66 oder was da ein kleiner voll in eisen und luft piste was schreibt da proper zwei ach so das bist du volles rund 936 im eimer vielleicht wieder woanders wie geklappt hat die litte der bodsel kommt von dem mainbock also das macht ihr schon ich habe mal was vom bullen weg wollen da hinten ich glaube das voll dann kann er ja nicht weiter machen ja hast du denn jetzt ein bisschen saatgut und dünge hingestellt hier auch noch nicht und so fahren wenn du möchtest kommst du bist du die gegend musst du wissen dauert bisschen länger weil ich mir nicht auskennen aber langsam nachher bräuchte ich mal was wird langsam knapp warum mache ich doch mal eben warte mal denn da da müssen wir noch da moin henry henry ist da hey tag noch drin 6000 was habe ich da drin und das rein in die kohle erst auffüllen einmal volle pulle dahin hat kein zweck ich mache mich jetzt mal eine runde unbeliebt bei euch und wenn man multiplayer spielen können wir ja bei mir auf was saxonias zocken ja komm und mal gucken was auch an liegt oder war das schnack mal mal ab wo jeder lust zu haben dann oder was meint ihr ja auf jeden fall ne gibt ja genug schicke dinger große nico steht unter dem stream weil das ist eine vierfach karte und ich werde mal gucken ich habe mir ja das bad dlc vorbestellt aber mal gucken wie sich das dann dann da macht und die saad und dünger können wir auch mit den normalen hängen anfahren das geht auch mal eigentlich schon ja eigentlich schön richtig das habe ich doch alle dinge egal ja ebus da gebe ich dir recht das ding ist das flüssig dinge drin mit der hände wohl und folgt jeder einmal kunstung einmal dinge so ein frontlader muss wir dengern selber voll machen ja klar am besten wir natürlich die ulle dinge mit dem schnorchel ne ja die sind natürlich geil das muss ich noch so einen hänger kaufen weiß ich auch nicht was kostet denn 20.000 ja aber hundert Dünger drin sind gleich leer ja kriegst du gleich ich bin gleich da ja henry es gibt aber einige vernünftige die mit ihrem motorrad vernünftig fahren nix dinge hier gibt's kann da wird das schon mal wegen bekommen hier für die lizo das ist und da ist welcher sollte jetzt auch noch aufladen meine meine schnell wechsler richtig müssen wir wohl scheiße aber wie es in jeder sparte so ist es wird ja immer gesagt die die alle zusammen ja Tom wie alt ist denn dein sack wenn du das hier schon so reinschreibst das würde ich glaube ich gar nicht wissen Lass ihn doch sammeln die Einspinner joo das einiges muss mir auch noch ein gewicht gerufen um das scheiße hoch zu kriegen nö eh doch krieg da nicht rein aber das ist auch kennerkram ne ja warum krieg ich den jetzt nicht hast du das überladerohr schon dran ne ne aber ich bin leer aber ich glaube das haben wir bei meeresfarm geholt und ich hier an der b war ne da ging das hast du da geholt das weiß ich noch bei meeresfarm hier ja ja hier ist ja wieder 4000 dann kann ich nicht hoch das Schwein auch selbst da macht der dicke banken bei drei und das lecken wir am arsch habe keinen bock auf schweck damit gewicht holen klaus her ne da habe ich eben nichts rausgekriegt aus dem schnorgel hier ne ne nix einmal so und einmal so ich weiß nicht mehr genau ob wir hier jetzt unter waren weil einige ginge und einige nicht einige trecker oder hier bei du bist da hinten mitglas wenn dir fahren oder eben warst tja weiß ich das war ja die folge wo ich den mais gericht habe und hier gibt es ja auch was hier gibt es auch Kalk nix egal das habe ich mir eben gewicht und fertig was ich da liegen das ding denn ach das muss ich auch noch wieder ganz um zu scheiße ich habe mir schon so ninger hingestellt die funktionieren ja bloß kein kein dünger ein weiß ich denke ich bin des du vier 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 zwei und 1 für momentan das steht nur eins in der ecke da hinten tausend gewichtige kaufen überstehen so mehr das steht nur eins in der ecke da hinten ich habe keine Haare Oops da habe ich gekozt und er hat und ich da war ich jetzt nur noch beknackt machen wir daneben nur wo Jens Saat brauchst du auch noch? ja doch alle würden ja nicht ganz 370 noch drin ein prozent 12 prozent Entschuldigung Dünger ist komplett leer Saat ist fast leer ist gleich da in einem Hänger dann ist auch doof ich stehe auf dem Hof bei der 50 aber sowieso jede Menge von dem Kram und leider einen Hänger holen machen wir einen mit Saat ein mit Dünger aber wenn ich mich hier nach auskennen dann kann ich das auch alleine demnächst macht der mix was ich merke kann so ein bisschen üben ja natürlich wenn ich zukommen ist wie gesagt ich war jetzt ja bei ihrer Tante und habe da mein Praktikum gemacht Karl-Heinz der Lehrmeister alles klar ja ich muss mich ja auch erst mal zurecht dumme ist jetzt nur liegt da ist ein Gewicht auf dem Hof da hinten und ihr brauchst ja nicht wir machen den damit voll kippen den scheiß ab oder lassen den drauf und dann hole ich noch einen neuen Hänger irgendwie dann lass zum beladen lasse ich das hier egal mit welchem Frondi du kommst das bitte vorgewände vorhin das kannst du beim GPS Mod einstellen ja das geht gut und nicht mit Grafikdetails Oha guck mal das war ganz schön in den Ruppen Vollgas so ja Gaming wie sagte ich gerade GPS Mod gibt genug Tutorials im Internet die man sich anschauen kann um zu wissen wie das Ding funktioniert das stimmt das finde ich auch immer gut meine Masse lernen richtig ja ja der GPS macht Vorgewände das ist ein Klick ich glaub das kleine Radl da neben Ju rechts davon einmal raufklicken also Vorgewände ja genau Henry ich bin Klaas-Fan richtig GPS Mod kannst du auch so einstellen dass er am Vorgewände von alleine dreht dass du gar nichts mehr machen brauchst bald bist du pleite Bosch sagt er ne noch nicht auch 134 aber eben wegen Dingen das hab ich auch stehen hingekriegt nützt ja nix wenn wir noch Silo und Pad oder hauen wir gleich erstmal da den Ding wieder voll da dann gibt's wieder Gift hat wohl ein Kniede jo Henry sei gegrüßt naja danke der Nachfrage viel Arbeit wenig Freizeit nur das übliche halt das ist das wahre Leben ja bin jede Nacht froh wenn ich wieder heil und gesund nach Hause komme ja davon Autobahn bestimmte ja die Knall hat dann an dir vorbei ne ohne Rücksicht auf Verluste ne und wenn ich dann überlege wenn sie die Platte rausgestemmt haben und mir sie aufladen stehe ich auf der mittleren Spur auf der ganz dicken Spur ist dann ja eigentlich 60 ja eigentlich ja wenn ich dann von jedem einen Euro kriegen würde der über 60 fährt wäre ich ein 1,5 Millionär ja schön die Baller mit 90 100, 120, 150 an einem vorbei das ist sagenhaft und ich stehe gut einen Meter anderthalb Meter stehe ich neben der Fahrbahn ja da traust du dich nicht mal mehr aus dem Lkw auszusteigen und irgendwann kommt mal einer der nebenbei noch eine SMS schreibt mit dem Handy wie den Leuten ja so lange es ein Auto ist habe ich nichts dagegen mein Lkw hat dementsprechend einen kleinen Puffer aber wenn es ein Lkw ist hast du verloren richtig ja Henry komm rein kannst du einen Augenblick klönen ich würde dann zwei nehmen was denn achso wo ist Basti äh hier die Schlobberl und irgendwie von Apfel ich muss man die werkstätten hydrauliker drin schauen das ist leer um gottes will das ist kein butcher diesel das zeug sollst du da drin lassen den ich in die rüstung schütten ich kann keine leckage entdecken jens volkopf die ersten rosse zum ersten mal hier und hab natürlich nicht anwärtskontrolle gemacht nun muss ich erst mal hier mit der kanne kommen siehst du jetzt weiß ich auch was du mit dem ballermatt strohhalm wollte ist ach guck mal an er ist den tank leersaugen jetzt passt beim öl weiter geht ja gar nicht das gibt's doch gar nicht schöne johin wieder alle so ein arsch du mann 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 zum schluss gefahren jetzt noch einkaufen 20.000 euro da bin ich bald blank du wir setzen mich hier auch mal so lange bis die map voll eingedreht ist bis übermorgen 70 jetzt ist das der 8 ja 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 der große war ich bin auch ein blöd mal ich bin auch einfach losgefahren anstand mal zu gucken noch nicht schon lange einen nacken gekloppt das butscher doch nicht sieht der ebus wir haben es oben in bremen mal gehabt da ging es dann hinter soweit dass wir die polizei geholt haben wir haben dann blitzer aufgestellt sagt gutes dünn ist voll sagt gut habe ich jetzt noch nicht da muss ich über einen hänger müsste ich den abkippen dem wieder voll laden und ich muss das irgendwie zu sehen dass man hänger kriegen und wie gesagt an der baustelle aber 60 nach einer halben stunde haben sie ihre kollegen angerufen sie mögen bitte neuen speicherschip mitbringen weil der hier ist voll krass und da passt einiges drauf so speicherschip von der blitzanlage so schärf hydraulik ist wieder drin gut mann gut ist ein gutes ich habe einen schrauber hier mechatronik ja kfz-meister habe ich auch als torreif siehst du alle mann vom club hier opa selber aufschrauben kann es ja eigentlich gar nichts passieren hier was kostet denn jetzt schon scheiß ding da noch irgendwie nützt das ja nichts kommen wir nicht weiter ne quatsch über ladewagen war wieder über kriegst nichts anderes rein in die alle gurke in den ullen analburger kann ich keine saad drin fahren ist auch ganz schädig von innen und spült ihn aus wo ist denn jetzt über lade mann wo bist du oder 27.000 eier 9.000 und die andere gurke was geht da rein 8.000 liter lohnt es ja gar nicht mehr loszufahren und das ist nur so ein kleiner zappi da hinten dran die kannst bestimmt nicht ausfahren dann kommst du hier in die großen drillen rein christoph der blitzer war richtig eingestellt die hauptfarbe grün nehmen wir grün oder wann dunkelgrün damit ich aus den anderen halten kann dann nehme ich jetzt dunkelgrün so wie zu saad holen oder wann weiß wieder nicht wohne jetzt mich ja ich kenne mich noch nicht aus hier aber kannst mich ja mitnehmen das geht ja leider nicht wir müssen den anderen juni nehmen dann kannst du beifahrers skript und nun ich wollte erwarte erst mal vielen dank chef hänger steht da noch mal 20.000 jetzt locker du brauchst den von die ja nicht dann kann ich ihn auch mal an hof lassen du brauchst du auch noch irgendwas glücklich und zufrieden ihm flügt und flügt und alles ist gut das ist schön sparsam ist auch der fan das ist ganz gute aber ich hatte meistens das kommt davon wenn du die helfer flügen lässt und die noch nicht so ganz fit sind mit den prozenten dann sollte das ding die haare vom koppel ich hatte von basti jetzt erst gemacht und habe jetzt hier ein kleines viertel und hat so neun liter weg das geht so in ordnung zum beispiel frankie und die irgendwo drauf sitzen dann die anderen trecker holen dann stehen bleiben immer vollgas ja ist klar es gehört eben ne war das buken bei dir oder was ja achso ok es geht langsam los jetzt naja jetzt muss man wieder ganz vorsichtig sein bei uns hausen und ich würde es cool finden wenn man bei ss kinder mitnehmen könnte wie in echt ja bei einigen trackern geht das ja bei den medreschern geht das auch bei den elections genau das ist auch bei fahrerskript drin bei dem 8er müsste das auch gehen ne 7er 8er haben wir auch so geht das funktioniert bei dem jetzt nicht bei deinem vielleicht bei dem rohr kann man spielen bitte was ich sage gibt es das beifahrerskript nicht global richtig musst du jedes mal in dem mod einbauen ja ok da habe ich auch keine lust zu ne 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 wenn wir uns was kaufen und liefern lassen, das geht immer zur L.U. hin. Ja Chef, dann habe ich noch mal eine Frage. Ist L.U. jetzt da, wo ich bin? Das ist L.U., ja. Lungenunternehmen. So steht es in der PDA drin, ne? Und das hier ist, weiß ich nicht, für einen Hof irgendeiner. Starthof. Wenn wir ins Spiel kommen, dann sind wir da immer. In der 7 kann ich auch noch mal rein, wenn du da fertig bist. Weiß ich auch nicht, ist das letzte Stück Gras oder Kartoffeln? Meinst du mich jetzt? Ja. Ja, ich sag dir Bescheid, wenn ich soweit bin. Reden habe ich noch zu dauernd. Den muss man. Du musst rin in der Eier, wo du nix rin steckst, kannst du auch nix gut holen, ne? Nö. Wie alt ist er? Hansi, wie alt bist du? Wie alt bist du? Siehst du? Der ist so alt wie ich. Pitbiker. So. So Freunde, ich muss euch jetzt verlassen, muss er meine Frau in Zirkus Krone gehen. Und tschüss, Luigi. Na, hm. Schön, doch. Mach doch nicht die Zirkus, das ist auch was geiles. Hier war ich auch Krone und so und Sarah Sarni und so. Die waren hier, wo ich Kind war immer noch. Da war ich immer noch drin. Ach, wenn ihr durch die Lüfte flogen, ne? Geil. Könnt ihr bitte dreschen? Ja, können wir auch gleich mal machen. Die Stücke noch, um zu dreschen. Ansonsten kommst du vorbei in die Glas. Dresch ich ein bisschen. Ach, siehst du, da wollte ich ja noch Ackerreifen rauf machen. Doch, wenn schon, denn schon. Nobel geht die Welt zugrunde. Aber jetzt, wenn ich mir den John Deere, den ihr mir hier überlassen habt, mal angucke. Die Reichen sind ganz schön stramm. Sag mal, was fahrt ihr auf dem Feld? Ihr fahrt doch, das soll über ein Bar oder was? Soll ich mal ein bisschen Luft ablassen auf 06, 08 oder wie? Mach mal, aber du denkst. Nur so wie ich's gelernt hab. Ja. Hä? Fick mal abpicken, was? Also wenn das Arbeitsverhältnis hier ein bisschen länger dauert, dann werde ich mir die Schleppe erstmal alle zur Brust nehmen. Ich weiß ja nicht, was für Saisonkräfte hier vorher drauf waren. Ja, der Chef war da mal drauf, ne? Huuuuhu. Ne? Huuuuhu. So, und nun mal. Ne, besser aus Haus, ne? was denn 0 euro ob sich das lohnt 0 euro ok ich wusste beim letzten mal mal diese selber zahlen also wird man hier nicht bezahlt ja okay die ja grundsätzlich nicht überstehen die dinge rum und kommt nichts raus ja die tipps aus und dunkelgrün hier so ja so ist flächen zu machen das heißt muss öfter mal an der das ist besser mit zwei haus ewige jubel paul rosi fahrt das basti wieder da ja die zwar ein bisschen neben mir aber ich bin da ja das habe ich auch jetzt so ein tiefpunkt gerade die männer aus morgen ist doch kein problem jetzt auf der couch schläge kann ich bestimmt ein und dann will ich um neun wieder wahl und angepasst und schläft durch das ist automatisch wenn das war ich schlaf wenn ich damit das zum beispiel ist das erzählten vorkommen auf der couch packt mal versucht die augen bestimmt zu machen das schön also das ist schön zwei stunden nicht wach aber dann bin ich aber auch richtig richtig groß geht nicht nachmittags also wenn ich zwei stunden dann bin ich mal ehrlich ich habe scheißlaune dann darfst du nicht ansprechen ne richtig mattelig irgendwie das sind aber wenn ich mich mittags hinde ich also mittagsstunde mache jetzt und auch in der werkstatt damals halbe stunde zehn minuten viertelstunde manchmal langt dann fühle ich mich als wenn ich morgens also wenn ich zehn stunden gepennt habe und morgens um acht aufstehen richtig frisch richtig zack er kann es ja nicht in der werkstatt von der arbeit ist mir nacht wir eben schon botterboot gefressen mit dem kopf auf dem tisch ein bisschen und fertig aber da verstehe ich basti wenn ich mich auch mal nachmittags sind und dann ein zwei stunden zu lange scheiße zwei stunden gepennt also abhaken wollen wir da nicht mehr hinsetzen kommt nur dreck bei raus echt meine frau geht dann schon immer in deckung wenn sie merkt dass ich gepennt habe und zwei stunden die macht nichts die recht um gott der hat gepennt ich gehe mal lieber woanders hin wieder gemeinsam da ist schon so manchen mir ist nicht böse gemeint dann aber ja manchmal was raus was was nicht so gemeint ist dann haben wir alle drei was gemeint also das kann ich von mir ja nicht behaupten ich leg mich ja das auch meistens so zwei drei stunden noch mal hin damit ich damit ich dann fit bin für die nacht und bei mir klappt das wunderbar so rhythmus reiner ja ich stehe ich stehe darauf machen wir erst mal ganz in ruhe meinen kaffee trinkt dann mein kaffee und dann habe ich meine betriebsstour erreicht und dann geht das und du bist ja hauptsächlich mehr nachts unterwegs oder ich habe wo ich mucke gemacht habe auch dabei war ich mir nachtmensch ich kann das jetzt auch wieder habe nicht aber wo ich jetzt die ganzen jahre hier öl gefahren haben so ein scheiß aber morgens um fünf hoch da war das wieder anders mit mittags und mittags eine stunde und also jetzt die paar minuten knacken oder so fünf fahr ich schon im tanklager am ersten schiff zu sein weil ich habe nacht diesel gefahren da wollte ich sagen hast du gar keine nachtschicht gehabt beim tankerfahren bei heuer nachher ja klar hier noch nach wie hast du wo kommt der tamahank noch her da hin da zur tankstelle hin filsum richtig eine tour hin bei den 30 40.000 liter oder so mit dem hänger zu voll oder mit dem hänger mit anhänger und dann einmal voll machen in bremmerhaven wieder in andere richtung die hase fällt und irgendwo da hinten in der wallachreiter kurz vor hamburg und mit sowas komme ich gar nicht klar wenn du du machst jetzt tagschicht und dann hast du ein tag sagt dann heißt es so so heute bleibt zu hause morgen abend los und damit komme ich nicht klar überhaupt nicht so scheiße der telefon hat immer eine ernte dann ja komm man komm man später habe ich mir schon gedacht aber das geht bestimmt wie nachtschicht ja ungelogen 60 uhr klingelt das telefon kannst du mal um sieben hier ankommt so nacht zur nachtschicht ich hasse da kommt so abhaken da bin ich ein mensch damit komme ich persönlich nicht klar da also da bin ich fix und fertig ich habe also die ersten zwei nachtschichten da gehe ich am stock aber dann wenn ich in die dritte nacht geht dann ist er sich angewöhnt das ist es ja gerade und dann aber dann nach der gleich wieder raus aus der nachtschicht dann wieder arbeit natürlich tödlich das ist genau das gleiche dann ist man erst mal wieder down aber jens das geht schon ich wechsle jede woche von früh zu spät ja aber du hast zwei tage frei und kannst dich an neuen rhythmus schon mal anzupassen du brauchst du nicht weil sie da muss ich habe es auch schon gehabt das kollege krank geworden zack spätschicht gemacht bis 23 15 stand zu frühs und 36 war da das heftig so was ja aber auch keine ansprechenden dass das geht manchmal ich habe das ja bei mir gemerkt wenn wir wir machen ja nur auf winterdienst du legst dich nachmittags mal so zwei drei stunden hin da bist du abends ein bisschen fit dann legst du dich wieder hin und pensst du ja einigermaßen und sobald dann bei mir nachts das handy klingelt bin ich sofort hellwach ist voll jens und kennt mich ab und mich jetzt kurz jetzt nicht mehr sechs und jetzt nicht jetzt wieder nicht wieso das jetzt halt aber der trigger ist zu klein da stopp stopp vorne an der kante so ja wenn ich unsere schwerlast voran sehe die haben es noch geschützt dass die manchmal noch gehen unfall gebaut haben immer hut ab vor denen ja was sie gar nicht dürfen die brauchen ja eine bestimmte ruhezeit das tagesruhezeiten und nacht und wochen in ruhezeiten muss einhalten ja das man wochenende durchziehen aus musst du nächstes wochenende aufholen genau die tage in zwei wochen kannst du ja einmal irgendwie verkürzen muss man wieder aufholen das muss ja immer wieder ranhängen ja und das will dann auf der fahrerkarte da sein wo sonst brg 99 stunden machst du in zwei wochen machen wenn ich das schlimme ist immer nachts früh zum vier fünfe anpacken sich hin und dann klopft er noch können hier bis vorfahren flügel runter und dann packen sie sich nur neun stunden hin aber tagsüber das schläft auch anders so lasse ich den mal hier stehen solange jonas den automat haben wir selber platziert auf der map richtig platzierbar ganz einfach hinstellen immer noch ein bisschen anders eingestellt hier so alles noch däusel drin ja kann ja noch mal ein bisschen was ein hauen wenn man ja nicht auch noch ein schwarzes ja wahl wat für dinger wat für morgen landtagswahl besser als morgen wahl ja maul immer aufreißen vor der wahl halten dann doch nichts das ist egal wen du willst so sieht es aus sind alle bloß leere versprechen hat noch nie was gebracht irgendwie aber man sollte seine stimme nicht verschenken das wohl war aber das wird zu machen wir denn überhaupt nicht mehr weiß wenn du noch wählen soll ja gibt es auch wenn ich sagst das wien jeder hat irgendwo seine marken und die irgendwas weiß ich nicht doch du gibst du die irgendeine wo du nicht hundertprozentig oder nicht so von überzeugt ja aber wenn du gar nicht wählen geht dann zählt die stimme wie der für die stärkste parteien das finde ich aber doof so was ja so was das scheiß natürlich aber das hat mir meine mutter von kindern auch beigebracht wie wählen weil verschenkst du deine stimme kriegt die partei die du wahrscheinlich gar nicht mehr händel zu deiner kindheit und gar nur jeder dann die stimme hat auch nur eine partei gekriegt ja und die hat ihr gekriegt feierabend egal wie die stimme abgegeben hast oder nicht er hat immer gewonnen aber ganz ehrlich du auch wenn es durchklingt aber heute ist es nicht anders kommt auch hier nach hause und ich bin ja ganz aufgeregt du pull hast du schon gleich hin ja oei du warst auch gerade haha 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 Ah, das ist ein sehr guter Ziel. Gut. Bohnensuppe. Lecker. Die mag ich tatsächlich gerne, nicht nur im Spiel. Nee. Echt. Gute Bohnensuppe ist, aber jetzt ist es auch eine gute. Ich auch. Haken und Wödeln. Hated by uns. Linsen. Lecker. Schön, wenn ein Stück Bauch drin ist. Ja. Oh ja, klar. Linsen und klein bisschen Essig. Ja, dann mache ich auch mal so gerne. Das ist auch lecker. Süß-sauer machen, haben sie hier früher. Zucker und Essig. Oh ja, lecker. Genau. Wenn nur Essig. Das ist nicht jedermanns Sache. Aber wenn ihr sowas kennt, dann kennt ihr auch bestimmt Pfannensauce. Süß-sauer, ne? Nee? Nee. Mehl schwitze einfach, bisschen mit Wasser und dann bisschen Essig und Zucker? Nee. Achso, okay. Hab ich noch nichts gehört. Okay. 80.000 Euro nur noch. Schöne Geld, oder? Ja. Also gleich noch mal ein bisschen Silo verklappen wieder und dann gedacht. einen Fluss von der Wände kommen. Ich muss mal eine Frau bewerben, dass wir heute. Nachher versuchen es nicht aber mal zu essen gehen. Nee, das wo die der 100 km sind. Aber... Oah, durf es jetzt so weit! Na, so, das ist es wie 14 Dolls. das lohnt sich aber und dann kriechen willst du noch an die american diner bei uns gibt es ja spare rips mit honig mani richtig dicke spare rips ja schön mit honig bepinselt das fleisch von den knochen kannst du runter schütteln und hast einen knochen in der hand das fleisch liegt ja richtig butterzart auf dem täten so muss ein rippen sein können wir uns mal bitte über gülle oder so was man nicht essen heute abend nee ich fahre du stellst dich vor und möchtest du nun wirklich beschneiden schon moin das will aber niemand beleidigen was sieht älter aus wer meine jacke über jürgen schon paar tage auf knochen erbsenbohnen und linsen bringen muss zum grinsen richtig gut her können wir 20 uhr skypen ne mike es geht ja nicht von der hier doch jetzt eine gänge kann ich doch nicht skypen mike mike gülle da hier mal einen ganz besonders guten appetit aber stehen geblieben da ist mutter ist babo na ja doch tavo butscher ist babo was ist babo kenne domenik preuze moin luis ne du butscher ich sehe älter aus als wie ich bin oder wann so aber mach sein wenn mich bis ne die die Einwohn-PA, moin! Das kommt von den vielen sinnlosen Fragen im Chat. Richtig! Ich bin gespannt, was für eine Map rauskommt. Oder? Lens? Wollen wir mal gucken, ne? Hast du das hier mal angeguckt, Bastian? Ja, habe ich. Das ist riesig, ne? Die hat schon gewaltig. Aber grafisch hat die irgendwas, ne? Ist die nicht schlecht, oder? So von der Mache her, die Grafik selber. Na, oder nach Mac Pomp, das war fast eine Heimat, das ist ein riesen Ding. Meine? Ja, die meckten mir auch nicht ganz, ne? Nicht ganz. Da, wo das spielt jetzt so in etwa? Ne, nicht ganz nicht, ne. Ne. Ja, nein, das ist dann auch. Aber es ist auch noch beta, ne? Oder? Habe ich mich jetzt wegguckt? Ich glaube, da gab es schon wieder ein Update irgendwo. Wo gucken. Ne, die Mac Pomp hat schon, ist es schon immer 2.0. Oh. Und war doch so irgendwie, ja, ja. Und dann durfte wohl noch mal jemand, der hatte Luan gefragt, der hat die rausgebracht, der noch zu Mut, wo noch ein paar Kleinigkeiten verbessert. Genau. Weil Luan ja schon eine neue Karte baut. Ah, okay. Bei, äh, LS Watt Company findest du da was auch neu gebaut. Ah, äh, bei, äh, LS Watt Company findest du da was auch neu gebaut. Ah, mit Waffe wartet auf die Kandelin. Was ist das auch ne Map, oder was? Das ist die neue. Die neue. Die neue. Das ist die neue von Luan. Dann kann der Linie auch. Ach so. Kicken wir die grad machen beten an. Mhm. Man muss auch bloß gucken, ob sie so rausbringen, nach dem, was jetzt mit der Hof Bergmann war auf Mottoster, ob sie sich das wieder überlegen, weil Luan hatte das ja auch einmal kurz gemacht, weil sie auch irgendwie scheiße mit lief, dass du die Mecklenburg erstmal nicht gekriegt hast, bis er sich dann umentschieden hat. Fünf Dörfer, drei BGA, vier Höfe. Hast du grade gesagt, drei BGA? Ja. Oha. Da wollen die Worte häckseln, wa? Das sind die Fakten, so will er das wohl umbauen. Ach. Forstfläche. 512 x 512. Das entspricht eine halbe Standard-Map. Forstfläche? Ja. Oha. Ja. Leck. Ja. Vorher ist aber nur noch Twitch. Achso. Ihr beide unterhaltet euch, Henry. Moots. Dali. Moots. Stream was hier auch. Nie hat er. Wir fassen gar nen Tag gestreamt hier. Dali. Das ist es echt angenehmer zu schauen. Ulrich Steingam. Aha. Moin moin Basti. Eddi. Moin. Hoch, hoch, hoch. Was Henry? Was ist? Wer ist älter und reich und reifer? Wann kommt ein Video? Julius. Äh, Luis. Auch demnächst. Die Tage. Kommt noch Matthias. Moin Basti. Tag. Erst auf der Video und jetzt kommt so Videos. Mehrzahl. Silo Kapazität. 3,5 Millionen Liter. Ey, Katz hat den. Aber ratz nur. Weiße. Boah. Wie viel Silos gibt's da? Äh. Kann ich jetzt auf dem Bild nicht erkennen. Zehn Stück. Oh Mann ey. Milliarde. Drei Milliarden. Oh. Oh. So ein Stück Skrave. Skrafke. Manuel Basti wird's auch ein Stück Strafke. Was da denn? Ken ich dich. Strafke? Ja. Strafke. Kann ich nicht sagen nix. Wir auch nicht. Manuel Stracke. Er sagt doch Stracke. Oh Gott. Alles fit. Moin. Ja. Ob ich nicht immer hier rauf guck. Auf dem Chat. Ja. Dann geht das. Dich mit Giants Editor aus Carlos ein bisschen. Ja. So für ein Hausgebrauch hier ein bisschen rumdödeln lang da. Das haben wir eigentlich wieder voll da. Abgedüngt. Den kann man da weiter flüchen. Und wieder weiß oder irgendwann in der Erde, ne? Alles trocken, sag mal Konos. Naja, wie man es nimmt, gell? Niko Speer sagt, moin Basti. Ulrich Steinkam, nur halb voll laden. Wart, wen soll ich halb voll laden? Den Miststreuer? Warum? Warum soll ich den nur halb voll machen? Weil ich will den Kompost Master Fessel eine Map einbauen. Warum? Warum? Da gibt es, glaube ich, noch andere, die einbauen kannst. Oder man muss mal rumgoogeln. Ich habe immer noch das neue Menü angezeigt. Äh? Äh? Das Menü angezeigt, also bei dir. Ja. Bin wieder da. Pferdetante ist mit Wasser versorgt. Jojo. Das ist gut. Kennt ihr das Lied? Die Gedanken sind frei. Weiß ich auch nicht, wer das gesungen hat. Irgendwas sagt mir das, ja. Hoffmann von Fallersleben? Ja. Ich glaube, ne? Ja. Irgendwie kommt das hin. Ja, sogar. Habe ich recht. Hoffmann von Fallersleben. Alter, bin ich gut. Ja. Richtig, du. Wie erhöhe ich den Saatgutverbrauch? Wovon? Wovon Saatgutverbrauch erhöhen? Louis, bei mir auch. Aha. Ich sehe nur die Karte. Ja, dann weißt du ja, wo wir sind. Die Karte hast du offen oder nicht? Hä? Hast du die Karte auf? Nee, habe ich nicht. Nö. Hast du die Karte auf? Dann hat sich das irgendwie aufgehängt, weil man sieht nur die Karte. Ja, weil du bewegst nicht, aber man sieht bloß die große Karte. Das Menü. Soll ich mal da reinklicken und auf F5 drücken? Kann auch sein. Kann auch sein. Es ging schon mal. Ja, hier lädt auch irgendwann. Aber ist alles grün bei YouTube. Versuch mal klug. Weil ich habe hier auf meinem Monitor noch den Fendt jetzt. Mal gucken, was jetzt passiert. Oh, es geht der Chat auch weiter. Jetzt sehe ich eine Karte. Richtig. Jetzt müssen wir einen roten Hintergrund sehen. Ja, die waren. Und wenn du mein Beingabel bist im Portal. Richtig. Zockst du sieh nur die Karte. Ja, ich habe ihn gezockt. Wieso die Karte nur? Was ist jetzt denn los? Was mach ich jetzt denn? Aus und wieder anhören. Das ist doch doof. Mach mal. So, ich sitze jetzt wieder im Fendt. Mal sehen, was gleich kommt. So, den Augenblick. Hm. Wurde immer ein klein bisschen, bis das hier wieder ankommt. So alles grün hier. Zutub und sowas. Das muss das Spiel sein. Können die anderen sich alle bewegen im Spiel? Ja. Ich kann einmal voll vorn. Ich fahre die ganze Zeit auf und ab. Hm. 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 Was mag das sein? Ich fahre es mal hier im OVLU und stelle das Ding hier hin. Und speichere das, ne? Das ist das. Aber einiges Automatik speichern dann. Bild speichern? Ja. Stimmt, der zeigt mir jetzt hier auf dem Monitor nur noch das Ding an. Oha. Ich dödel da rum und der Rest ist nur das. Florian, ich sehe nur, ja, wir sehen auch nur die Karte da. Ja. Also hier nicht im Spiel, aber da auf YouTube. Warum das? Mann. Probe jetzt? Einmal rauf, wie Affe, Waffe, Waffe, Fisch und das Spiel wieder rein. Was machst du? Einmal raus taben aus dem Spiel. Also auf dem Desktop raufkommst und dann wieder rein. Ja. Jetzt hast du und zurück. Hab ich. Hm. Hab ich. Und jetzt wieder zurück. Ich hab das mal richtig raus hier. Das ist ein Desktop. Dann hört sich die Bilder, wir machen so Bildschirm oder Gameaufnahmen OBS. Bildschirm. Ja. Muss auch Gameaufnahmen nehmen. Muss bloß die Kantenglättung im Spiel ausmachen. Dann geht das. Ja. Das sah mir besser aus mit. Hm. Na egal. OBS läuft. Ja gut. Dann sehe ich das jetzt auch. Gucke. Warte mal. Jetzt meint das Spiel an. Notfalls mal bei welches OBS Studio hast du, ne? Ja. Und den OBS auf das Auge mal, dass es geschlossen ist. Richtig. Da geht es nämlich auch. Da bewege ich mich wunderbar und ich habe OBS jetzt auf und da ist aber auch die Karte im Hintergrund. Okay. Nochmal speichern. Gut. Auge öffnen. Mal. 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 da muss gleich kommen bewegt sich immer nur die kartenansicht ja carlos jetzt nicht mehr gut wie ist der luis alles ist wieder gut oh mein gott ich muss auch ein Telefon Telefon ist er? ja ja das ist ein Telefon ja ja ich habe einen 7.3 und ich habe einen Ja, alles klar. Jo, viel Spaß. Tschüss. Wir haben Sturm frei. Wie? Ach so, wieder da, meine Tochter. Ach so. Liegt heute woanders? Hm. Was war denn da im Sturm? Saatgutverbrauch. Das ist... Bam, 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 bam. Jetzt muss ich beide, kann ich dir gleich sagen. Ehrlich, darf ich mal einen Link bei dir einstellen? Ja, ja. Dann kann man das nachlesen. Hier kannst du Saatgut. Kuch. Das ist auch für ein 15er, das sollte aber auch im 17er gehen. Vor der Wanderung gefürchtet. Ja. Kommt doch gleich noch mal kurz zum Holt. Holt, 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 Holt. Ach so, morgen die. Ja. Ja, ja, ja. Vor der Wanderung gefürchtet. Ja, cool, klar. Schön, dass wir unser Naturschutzgebiet laufen. Und dann hinten her durch die Wälder wieder zurück. Ich finde das auch toll. Ich glaube, manchmal auch bei dem Wanderer. Und morgen Bombenwetter werden. Und das wäre echt eine Sünde. Was nur gedacht. Auch raus. Weder am Deich oder hier auch bei uns. 10 Kilometer sind wir auch in der Heide hier. So, gehst du Kram da. Kannst du die Heide latschen. Ich bin im Naturschutzgebiet. Und noch ein paar Kilometer weiter aus Moor. Nur Wald, ne? Ja. Mp1-Ziok. Ich hoffe, ich hoffe, dass das Wetter bei uns morgen auch schick wird. Das ist eben schön Ostsee, ne? Doch, bin ich immer gerne. Weiß ich auch nicht, warum. Die willen da gerade Pollern und so. Im Wald gibt mir eine Decke und ich brauche nur das Blätterrauschen hören. Und ich bin dann halt ein paar Minuten weggeknallt. Ja, ja. Bin ich weg. Das ist so eine beruhigende Wirkung auf mich. Das ist unheimlich. Richtig. Deswegen, wir schlafen eigentlich immer oft mit offenem Fenster. Ja, auch. Wenn du so viel Verkehr hast, machen wir auch. E-Bus, das ist wie Weihnachten. Ja. Im Sommer sowieso, weil ich hier oben bei mir im Dachgeschoss mindestens 27 Grad habe. Oh, oder so ein Brüchen, ne? Ja. Habe ich einmal gehabt. Schwierig, schwierig. Einmal und nie wieder nur ein Zimmerbude unterm Dach. Oh, oh, oh. Das ist echt nackt gesessen. Eine Gartenbude pennen, oder wann? Das ist ja Christoph Lüneburger Heide. Ja, ja, haben wir hier, ne? Meinen ehemaligen Tropenübungsplatz, wo ich damals beim Bond war, hier in Altenwalde. Der ist ja dicht. Da wächst das überall Heide. Erika blüht. Wächst ein Blümelein, ne? Und das heißt? Erika. Das haben wir auch bei Maschinen gesungen bei der Bundeswehr. E-F-D-E-B-Lüht ein Blümelein. Um, 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 und das heißt um, 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 E-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R. Jo, und dann hieß das ABC-Alarm. Jo, alter. Und das war 30 Grad im Schatten. ABC-Alarm, ja, mitten im Sommer. Und dann warst du im G-Träger, da haben wir gerade die Rohre hinterher, ne? Und dann hieß das, äh, Schützenreihe und der letzte überholt. Alter. Am Dauerlauf war die Schützenreihe vorbei. Immer vorne wieder ran, lauf, lauf, lauf. Ja, fertig. Mitte, Mitte, Pfotze auf, ne? Und dann singt ihr 3 zu 1 ein Lied. Und dann, alter. Ja, ein solcher Fazil. Ja. Oh, ne, hör auf da. Ist ausgekippt, aber züglich das Wasser so raus aus der Gummimüse. Einmal mal kurz den Filter hochgehoben. Die werden nach hoherlich die Maske runternehmen wollen. Nö. Und noch mal. Ja, entweder verätzen oder ersticken, du. Ja. Du kannst ja auch suchen jetzt. Veräts ich nie mehr. Boah, ne? Und dann auch teilweise morgens raus oder so, hatten sie auch oft genug bei uns so ein Arschloch dabei. Mit Spieß und so. Und dann den ABC-Alarm. Und dann mussten wir in, äh, was weiß ich, vor dem Frühstück noch. Ja, vor dem Frühstück hat er extra gemacht, wegen Kotzen. Und den CS-Gas, ne? Kennst du auch? Ja, ja. Das Kotzen von Chris und dann in eine Botanik rein. Dann haben sie das eben hingeschmissen, so, die Richtung laufen, zack. Und dann mussten wir losrennen und dann qualmt er da irgendwo in der Ecke. Und alle, wo die, wo die, äh, die Gasmasse richtig dicht war, die standen dann da, die hoch am Korb und dann, bläh, ging das so, heißt er, dann bist du durch die Nebel gelaufen. Boom, ging so ein Ding, Arsch, das war mein Mager, der stand da auch schon am Kotzen, du. Oh, alle, oder? Wir haben es auch noch gehabt und dann, dann musst du ja Filter wechseln. Und dann schraubst du dir den Filter ab und dann hat er dir den Filter aus der Hand gekloppt. Und dann versuch mal in einem vernebelten Raum, was voll mit CS-Gaster ist, den Filter wieder aufzunehmen. Das darfst du ja heute gar nicht machen. Das ist nur eine Scheibe, wie von dem, der Kartoffelsalat von gestern hat. Es ist ekelig. Für die Auslandseinsätze machen sie das noch. Habe ich auch gemacht, das ist CS-Gast. Ja. Ja, du warst ja auch lange genug beim Bonn, du kennst doch ja auch. Ja, ja. Ja, ja. Wir mussten auch immer einen Arsch gehabt an Spieß, der hat teilweise uns dort nachts rausgerufen. Wir hatten auch in der Kaserne eine eigene Rüdelbahn. Und dann sollten wir im kleinen Diener draußen antreten und dann über die Rüdelbahn im kleinen Diener. Dann war es total eingesaut. Wie seht ihr denn aus? Das ist eine Rolle, die Kampffmontur und noch mal. Und kleinen Diener? Ja. Eih. So einen guten Anzug mit Schlepfer und Kragen, hallo. Ja, genau. Da hat er uns dann nachts um zwei antreten lassen und dann über die Bahn rüber und dann sagen wir aus wie Sau. Und dann haben wir einen Anschluss gekriegt, weil wir ausgesehen haben wie Sau. Und das deswegen jetzt nochmal. Und dann im vollen Kampfanzug nochmal rüber. Ja. Und dann innerhalb ein paar Stunden mussten wir alle wieder sauber haben. Ja. Wie jedes Mal im Früh nicht alles. Melo, ich werde euch schleifen. Boah, Alter. Scheiße, aus den Klamotten. Ja. Bei uns war das so, wir hatten damals den Kampfanzug. Dann mussten wir wechseln auf den Panzerkombi. Von daraus auf den kleinen Diener und von daraus auf den großen Diener. Schön. Mitte, Mitte, Mitte. Und dann sagt er so, in 10 Minuten die Stubenkontrolle und Hauptsache der Spin ist dann vernünftig eingeräumt und sauber. Die noch viel. Halleluja. Da hast du aber Brandblasen am Arsch gehabt, sag ich dir du. Da glaubst du, da hat das Wasser aber gekocht. Ja. Du bist so oft eingepennt und bist vom Gewaltmarsch kommen mit Klamotten unter die Dusche und bis eingepennt. Ja. Das war sie auch immer. Ich bin ja 92 eingezogen worden fürs Panzerbataillon in Munster. Das haben sie aufgelöst. Dann haben wir am gleichen Tag noch nach Wesendorf zu den Grennies. Wir haben noch nicht mal ganz unsere Klamotten gehabt. Da hieß es dann, ja, alles packen. Wir machen erst mal 30 Kilometer Gewaltmarsch. Und das in Nagel-Neun-Springer-Stiefeln. Oh, das tut Aua. Ja, das tat aber wirklich richtig Dauer. 10 Kilometer, dann fliegen die die Fetzen von den Füßen. Ja. Scheiß, keine ganze Gapsäure da noch drin. Und Ende vom Lied war, dann habe ich den Brigadegeneral Molsen kennengelernt. Der war auch hier für Scheun zuständig für das Panzerbataillon hier oben. Den kannte ich von meinem 14-Verein aus her. Mit dem habe ich mich dann erst mal per Handschlag begrüßt. Die ganzen Offiziere und Unteroffiziere Augen gekriegt. So weit raus, die kurz mit dem Kantons abschlagen. Wie kann das sein, dass der... Ich hab gesagt, mach mal irgendwas. Ja, kein Thema. Oh, eine Woche später war ich nicht schon bei der Panzer. War ich weg von den Grenis. Wie war das? Was ist der größte Feind der Panzergrenadiere? Hm? Der Rasenmäher. Ich dachte, eine Wüste ohne Steine. Nee, nee, der Rasenmäher. Weil die ja immer tiefste Gangart. Naja. 10 Zentimeter unter der Grasnarbe. Die bekloppten. Ich hab ja auch... Ich hab in Braunschweig angefangen, im Panzerbataillon. Schön mit Leopard 2 fahren. Und dann hab ich mich wegen Auslandseinsatz zu der Panzergrenadiere nach Schwanewede versetzen lassen. Das ist gleich um die Ecke hier. Ja, da waren nur kaputte Typen. Ich hab mit der Nase eine Furche schieben und meine Eier wieder zuschaufeln. Panzerjäger war es so basti oder war das? Nee. War der Jäger-Truppe. Also wir sind reine Infanterie-Truppe. Also gepanzert. Werden wir bei uns auch mal eine Kaserne. Kanonenjagdpanzer. Das waren Dinger. Also nicht groß, aber das Rohr. Das war halt einfach. Kannst durchkriegen. Davon auch 51 Millimeter oder so irgendwie. Das war wirklich geballert. Und wenn die Dinger losgehen, die nicht haben. Wir hatten hier die Wiese zum Beispiel als gepanzerte. Ja, ja. Also leichte, äh, leicht gepanzerte Fahrzeuge. Meist aber zu dem so unmotorisiert laufen, laufen, laufen. Mahler gefahren, hauptsächlich. Zwischendurch mal ein bisschen Leo. Ja, genau. Den du auch ein Heli reinschieben kannst. Ja. Wir haben damals irgendwo auch Scharfschieds gemacht an der Ostsee in Puttlos. War ja auch. Das ist ein Ort, da machst du abends um 16 Uhr machen sie die Bürgersteige hoch. Ja. Ein paar Kilometer weiterfahren müssen, dann wär's bei mir gewesen. Ja, das weiß ich. Wie hieß es damals so schön, in Puttlos ist gar nix los. Da stimmt auch voll. Das ist auch wirklich richtig so. Da möchte ich nicht mehr tun über den Zaun. Eine Woche, dann finden Sie sich mal wieder Glück hast. Schießen Brotig an die Große, Alita. Das ist nur mit Mardau hin. Ich hab mal Rechtsschützen durch die Gegend gefahren. Wir haben damals oben dann Scharfschießen gemacht, auch auf die Ostsee raus. Ja, haben wir gemacht. Ja, nur mein Rechtsschütze, den ich hatte, der war so ein Blindfisch, der hat immer neben die Schießbahnbegrenzung geschossen, hat sich dann als Holzfäller betätigt. Ich konnte mal sehen, wie die Bäume immer weggeknackt sind. Das hat ihn einige Kisten Bier gekostet. War schon eine geile Zeit. Hier waren ein paar Mal in Wildflecken, da haben sie dann einen Spruch angeschrieben, lieber ein Bett voller Flecken, als ein Bett in Wildflecken. Das war eine alte, alte amerikanische Kaserne, wo sie denn nur noch Übungsplatz drauf gemacht haben, für Vorausbildung. Bei Hammelburg in der Ecke ist das. Hammelburg, kriege ich auch. Aber Wurst muss verlassen, das war's. Klar, Bundeswehrzeit war schon schön. Ich hab da acht Jahre verbracht. Im Nachhinein jetzt. Ja, sie hat auch Tage konntest du kotzen, aber ansonsten, wenn man so hinterher nachdenkt, war es nicht schlecht. Eigentlich fehlt das auch. Aber wir hatten welche dabei, die haben noch nie im Bett bezogen, zu Hause, die konnten nicht mal Schnürsenkel in die Schuhe machen. Okay, ja. Es gab Ärger, wenn das Bett wirklich nicht Falte-Falte war, da gab's Anstieg. Aber gibt's ja heute nicht mehr. So ein klein bisschen so eine Sache finde ich gar nicht verkehrt. Ja, weil sie heutzutage ist ja noch so. Früher wurde seine Klamotten gepackt, wenn deine Uniform nicht gerichtet war. Und jetzt darf ich sie anfassen? Wenn der Typ sagt Nö, dann ist Nö. Scheiße, man einen rufte. So, wir hatten in der Grundausbildung zwei Oberfehnlicher. Die waren in Braunschweig dann immer saufen. Und wenn die dann vom Saufen kamen, haben die die Mülleimer durch den Flur gekickt, nachts um drei. Aber wenn die gesoffen haben, haben die super gezählt beim Formaldienst. War schon ganz geil. Schau mal hier. Deswegen, jeder, der jetzt zur Bundeswehr geht einen riesensicheren Job, kann's gar nicht haben. Richtig. Ah, dann kann man ja heute Abend wieder nackt durch die Bude laufen, wenn die Tochter nicht... Das ist auch nicht schlecht. Mai auch immer. Geiler Rückschützer würde mal sagen, der ist der Holzfäller und ich den betätigt kann. Achso, das geht hier jetzt rund. Gehe ich jetzt mal einen auf den Sack hier von der EWE oder was, die hier die Dinger gebaut haben. Weil die Granny ist und danach Lagerchef, Elowa, 1A5 in Bostel. Bostel. Man spielt Claudia mit, wenn sie Zeit hat. Die hat heute keine Zeit. Am Morgen auch nicht. Einfach, da stimme ich dir voll und ganz zu. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Also sie hat als Familienministerin nichts getaugt und sie getaugt auch nicht als Verteidigungsministerin. Tito, wie kann man jemanden da hinsetzen, der nie gedient hat, der keine Ahnung von der Materie hat. Total. Das ist heute nicht, aber naja. Das ist unsere Bundesregierung. Ich wander aus. Dänemark soll schön sein. Schweden. Das ist günstig. Ein Gemeinschaftsraum zum Spiemen bauen wir uns hin. Bromo nicht, das war fix und fertig. Doch, habe schon geguckt. Ganze Gehefte, 50, 60.000. E-Bus, meine Eltern haben immer gesagt, wenn ich mal weg war, FKK-Abend. Ja. Krista, moin. Mein Sohn ist auch wieder vom Ballen pressen mit dem... Was macht der jetzt Ballen pressen, Robert? Wenn 68, 07. Ich denke, gar nicht mit dem Deutzer heute, Krista. Grüße, Krista, grüße. Jo. Jo, Stefan, mir ist alles klar und selber. Bist du, game or lol. Basti, kannst du mir immer mal Alice 17 spielen? Pai, ist echt schlecht. Ist nahm mit dem Bösen. Heute ist es nicht so gut, ne? Ne, ist mal. Vielleicht oder so. Morgen haben wir Playstation gemacht, da ging eigentlich ganz gut. Ach ja, ne, das spielt ja zusammen, denn immer, ne? Wie war das noch? Die Popo-Tude ist auch da. Dann nicht scheuen. 19, 19. Oh, die Zeit, die rennt. Boah, ich habe jetzt in der ganzen Zeit, erst in fünf Stunden, erst zwei Kaffee getrunken. Boah! Och Mann, ist Claudio aber nicht da. Ich habe mir erst durch hochgekommen, mit einer Kaffeemaschine angestellt. Das wohl wieder kalt ist gleich. Jerome, schön hoch. Ich sehe die Sonne auf dem Pelz. Die Sonne schallt mir auf dem Bauch. Das soll sie auch. Wenn ich mal die Sonne gesehen hätte, aber naja. Ich liege nur im Gras, die Mücken zwicken und ich habe nichts zu lesen. Ja, hey. Hallo? Uns ist hier den ganzen Tag schon stark Bewölkung, aber Gott sei Dank kein Regen. Seit heute Morgen hat das aufgefallen. Da war wilde Fliegen, weil wir im Hintergrund sind. Organspende. Der Sommer ist echt Wahnsinn hier. Ich sage ja, ich wollte gerade sagen, aber wenn der irgendwo gegen klatscht, ich glaube, dann hast du nichts mehr mit Organspende. Das ist maximal was für ein Döner. Das geht ja noch. So im Sommer, wenn die richtig warm werden, die Jungs, die Fliegen auftauen hier wie eben, dann hört es nicht mehr. Sondern noch so geht das nur noch hier. Guten Abend. Tag, na? Kennst du noch? Turbo-Crasher. Yo. Kennen dir noch? Stefan Richard, Heisenherz. Heisenherz, nee. Löwenherz, war noch. Achso. Alles klar bei mir. Achso, das ist denn die beide da. Genau, Party. Dann ist Tupper Party beim Einsammeln. Äh, beim Einsammeln. Das nur Einlauf ist auch was Gutes. Glaubst du ja. Du sprichst aus Erfahrung, ne? Nee, ich hatte nur so was ähnliches. Das finde ich sauber, naja. Von innen und außen. Hm? Dann bist du richtig sauber, von innen und außen. Ne, so ein lecker Klist hier. Hm, nee. Jetzt klauen wir mal eine Faul. Ich habe mal ein Pulverchen gereicht, vor der Mutter am Spiegelung. Es hat gereicht, aber wirklich die Gleitung alle wieder frei. Musstest du auch so ein Zeug da saufen und all so ein Kram da, so ein Pulverkram da und so? Ja, aber nur morgens eins, aber am selben Tag, ne? Also, abends war ich die Spiegelung und morgens musste ich so ein Pulverchen trinken und mittags auch noch malen. Das war's. Aber alle zehn Minuten ein Glas Wasser. Ja, genau. Da oben drauf, oder war's eben? Claudia hatte das auch schon. Wir waren, glaube ich, schon zwei oder dreimal dahin zur Spiegelung. Da war jedes Mal das gleich. Ich sage, Mädchen, du kannst ja gar nicht mehr zunehmen. In kürzester Zeit jetzt, ne? Da waren immer irgendwie ein, zwei Wochen inzwischen und da haben sie wieder nachgeguckt, musst du das wieder machen und wieder, wieder, oh, ich sag, alter Schwede, ich hab' Bock auf. Die hat sich die Lenden weggeschissen hier von dem Zeug. Also, ne? Ja, richtig sauber dann, dass du von innen sauber bist. Und da ja von Basti Wasser Hauptnahrungsmittel ist, ne, können wir ja alle wissen, wie er sich drauf gefreut hat auf sowas. Ja, ja, wahnsinnig war begeistert. Und dann nachher sagte, sagten die Schwester zu mir, sie hätten auch was anderes trinken können. Ah, danke sehr. Saft und sowas zu sich nehmen, sie hätten mit Brühe trinken können. Ich sag, ja, geil, sag ich, super. Warum steht bei mir auf dem Scheißzettel drauf und Zelda? Oh, ne. In die Kugelsolle. Ja, das kriegst du aber ich noch runter. Mein mit auch, aber jetzt so die Mengen, ne, die man da trinken soll. Ja, das ist schon mal. Mit Kohlensäure sauber nicht. 10 Minuten 200 Milliliter, das ist schon, dann hast du das Glas runter, dann rummelt und pummelt das im Pott und dann, oh, ich glaube, ich muss mal die Kläranlage anschmeißen. Das ist schon zu spät, wenn du dich aufpasst. Ne, das geht, das geht. Ich dachte auch, das kommt raus wie beim Klist hier. Ja. Aber, ne, ne. So, das ist alles güliert. Das geht nur noch, fertig. Den Vogel. Ja, wieso? Ne, kam ja gar nichts mehr, kam nur noch Wasser. Ja, ja. Ja, ich glaube, ich auch. Ein langsamer Feierabend hier. Null. Ich will ja nichts sagen, aber mein Vater hat drüben noch ein Foto bei sich liegen. Der ist ja auch mal zur Darmspielung gewesen und musste vorher auch dieses Zeller Wasser saufen, was wir hier bei uns haben. Das sind aber drei Liter. Dieses komische Salzwasser und sowas. Und bei der Darmspielung hat sich so eine Erdfeuererbs und Mürn gegessen. Da hat sich so eine Erbse da festgesetzt. Da hat der Arzt einfach gesagt, davor mache ich mal ein Foto, das schenke ich dem jetzt. Da siehst du in dem Darm wirklich so eine Erbse da oben drin hängen. Also ich habe nach der Videoaufnahme gefragt. Aber, nö. Die nehmen keine Videos auf, die machen nur Bilder. Ich sage, dann hätte ich ganz gerne mal ein paar Abzüge. Ja. Einmal von innen, bitte. Ja, ich hätte mir das gerne mal angeguckt. Ja, klar. Also so eine Reise durch den Darmkanal. Ja, das siehst du mir ja nicht eh gegen den Tag. Ich habe dir gleich gesagt, machen live stream draus, aber nee, du wolltest ja nicht, siehste. Das wäre mal abgegangen. Ja. Rutscher? Hä? Rutscher, wo hast du das Rohr für den Saatgut-Anhänger und Dünge-Anhänger? Was, habe ich ein Wort? Das Rohr, hä? Das ist entweder auf hier Tastatur-Quatsch auf dem Ziffern-Block. Die 8 Uhr die 9. 1 kommt das Rohr oder andere, weil fährt der aus. Und wieder 1. Muss länger machen, denn für die Drille, da kommt es da ganz an. Und auf 0? Ah, okay. Also auf 0 oder O drücken, dann kippt der hinten hoch. Dann brauchst du rückwärts ranfahren, dann kippt der da ab. Ja, schnell wechseln kann man sich auf YouTube angucken, aber nicht von einem selbst. Also mich hätte das interessiert. Ehrlich? Ja, natürlich von Bayern-Post an Gedanke. So eine normale Sache, so war es eigentlich. Ja, also ich hätte ganz gerne mal gesehen, wie das da unten rum umzieht. Ja klar. Scheiße, sieht das aus. Scheiße, das wäre, aber ich glaube, da hätte man es wirklich. Das ist blitzeblank da drin. Ich habe ein paar Bilder gesehen von Klaue, wo sie das, also die Herden da, die habe ich mal erzählt, die hat auch irgendwie so ein paar, weiß ich nicht, so Fettdinger da drin, so Fisteln auch nicht irgendwie so, also nichts Schlimmes. Haben sie, glaube ich, damit ausgekratzt und das gleich weggemacht, so ein bisschen da. Und da konnte man ein paar Bilder sehen, was der Wager gemacht hat, der hat uns gezeigt, aber das sieht ganz lecker aus. Das ist nichts mehr mit Sheet oder irgendwas, da gar nichts. Alles sauber. Wenn du dann mit dieser Prozedur, mit diesem Pulverkram und saufen da durch, bist du, ist alles sauber. Klinisch rein von innen. Kannst du mal für Bauer Lippes Zweijährige in der Kamera winken? Hä? Ali, hallo. Tag. Bauer Lippes Zweijährige. Und? Wie geht dir das? Wat? Beim Papa auf dem Schoß und guckst du auch den Opa Butcher an hier? Bisse, ne, 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 heißt die kleine Maus. Nele! Ach, Nele! Ups, süß, guck mal, da fährt Opa gleich gegen den Baum hier. Hui, Nele! So wat? Und Bauer Lippe, Nele, liegt bei dir auf dem Bauch jetzt und guckt, ne? Oder sitzt. Hast einen Arm, das ist schön. Basti, du erstaunst mich immer mehr, was du alles für fremdsprachen kannst. Ja, war? Ja. Das ist Wahnsinn. Er hat uns viel Glück und Gesundheit gewonnen. Ja. Das ist russisch. Du kannst russisch, Basti. Ja, ist egal. Ja, lecker essen, aber der Sprache hapert. Ist das passiver? Ja. Hat er sich bedankt. Ich kenne nur noch rabati, rabati, Warnika. Ne, ist passiver, ist ja, ist richtig. Dankeschön. Irgendwo da hinten sind wir stehen geblieben. Haben wir das auch gleich fertig hier. Ne, Basti sagt, danke. Genau, stimmt. Sitz auf dem Schoß. Ja, das ist schön. Mit Papa, ne? Basilio Privatvik holen mit 313 Fendt und Melkin. LS17 runter. Muss gemacht werden. Ne? Melkin und Silo ohne. LS17, ich kenne nur Vodka. Vodka. Vodka hat auch einen guten Marokka. Fertig. Das ist so. Vielen Dank. Danke. Ach so. Das kann ich nicht lesen. Das ist Kyrillisch, ne? Ist das? Ich kenne nur noch russisch. Das krieg ich nicht ganz hin. Schade. Aber interessant finde ich ja. Russische Sprache? Doch. Warum nicht? Ich glaube, die kriegt auch so ein bisschen hin. Da haben sie eine Schule gehabt in der DDR. Der Tim, GHG. Ich habe dir jetzt mal gezeigt, wo hier der Ausgang ist. Strass, Wutje. Histe. Histe. Jens, wie kann auch noch ein bisschen was? Ich stand immer draußen. Kack, die Stadt, die Stadt immer draußen. Kack, die Wälder. Wie heißt das noch? Nein, es ist Gold, Katibli, jetzt. Wiste. Und was ist das? Wie alt bist du? Kack, die Bärser Wut, wie heißt du? Skalk, die Bärser Wut, wie heißt du? Skalk, die Bärser Wut, wie alt bist du? Oh, haben wir auch noch rechnen. Strass, hier, guten Tag. Oder Strass, Wutje. Was sagt man denn zu Erwachsenen? Hochinteressant, viel gut. Fendt 404, Basti kann den Stream mitlesen. Ja. Danke, Fendt. Und was wollte ich jetzt? Oh, der Hund gibt einen Angriffsmodus. Der hat den Besen gesehen von meiner Frau. Oh, oh. Spielzeug kann man sich auch mit dem zweiten Hund rausstrecken. Aus Frühjahr, ist so. Ja, es ist auch so, wenn es kalt war, kalt war man, dann kann der Hund sich ja auch nicht drauf einstellen, was er für den Kellen nun nehmen soll. Aber da kommst du nicht hinterher. Die ist kurzer, aber trotzdem. Da haben wir auch einen dabei, von den Moody's. Aber der hat genauso dann. Also was, mein Hund jeden Tag ein Haarer verliert, er kann den Kopfkissen mit zustricken oder zupacken. Das ist glaube ich. Wenn die auskratzen, dann ist das irgendwann vorbei. Den kannst du auch jeden Tag bürsten, aber trotzdem. Die Haare hast du überall. Vor allem überall im Haus habe ich weiße Fliesen und einen schwarzen Hund. Also im Flur haben wir auch Fliesen und sonst haben wir Laminat überall in der Bude. Und in der Küche auch Fliesen. Vor allem das Schöne ist ja, wenn er draußen im Garten gewesen ist. Fußtapsen. Boah, Feudeln haben wir ja auch. Ja, wir auch. Wir haben uns extra so eine Art Zwischer gekauft, wo du so eine Wasserpatrone oben reinpacken kannst. Ja. Kurz zweimal, dreimal gedrückt, dann hast du ein bisschen Wasser, dann kannst du ruck zu sauber machen. Und das ist halt so, ne? Erste Zeit auch immer, oh, scheiße und so. Aber da fährst du eine, was soll's. Die rennen die auch in den Garten rein, raus, auf uns reden hier. Dann gehen die auch pinkeln draußen. Sieht die Bude Hände aus wie sauber. Ich habe auch überall gefließt. Ja, ich sage mal, bevor man sich so ein Tier anschafft, weiß man ganz genau, was auf einen zukommt, ne? Natürlich. Also, ne? Wenn das zu blöde wird, dann ziehst du halt Gummistiefel an. Das ist richtig. Das geht auch. Oh, man sollte zumindest wissen, was da dazukommt. Allergie-Hund. Das heißt, er hat nicht. Ach so, das gibt's auch schon. Hingezüchtet. Alphamor, meine Fresse. Allergie-Hunde. Oha. Damit du das Akron 7-Fotter mischen in den Norden. Ja. Die Ecke habe ich gleich dicht. Kann der nächste fliegen kommen, ja? Hui, hui, hui. Wie haben wir denn noch? Vielleicht über die Ecke da hinten auch noch? Oh, da ist ein ganz schönes Stück da. Stückt. Ja, mein Hund hat sich gerade eine ganze Tüte Baisenkekse reingepfiffen. Oha. Eine von meinen Töchern hat wohl in der Stube die Süßigkeiten-Schublade aufgelassen, da lagen die drin, original verschlossen. Und die Überreste haben wir jetzt nicht gerade im Garten wieder gefunden, ohne Kekse. Wenn doch lang ist von über. Die Seele aus dem Leib scheißen wegen dem Weizen. Kann kein Weizen ab. Oh. Die würde abgehen wie so ein angestochener Luftballon. Mal gucken, wie man da drauf reagiert. Dank an sie echt nicht. Hab das gebürger ich da. Da gestochener Luftballon. ABC-Maske bitte aufsetzen. Stimmt mir gerade vor, ey, geil. Aber unsere drei Minuten auf die Sofa liegen, ne? Vorher ein Stück Pansen hatten, das geht aber auch ab, und das tut mir dann. Mal lieber mal nur. Die Leisen, die dreimal den Arsch rumkreise, über den Schinken hinken, die stinken. Ja, und dann, wenn sie einfahren lässt, die guckt so nach hinten, war ich das, und dann schnüffelt sie erst mal und dann, boah, 9,8. Ja, das ist richtig obergeil, die Dinger, oder? So, das holt obergeil, das ist auch nass, das ist und sich nen Kofferraum schüttelt, hatte ich gestern, ey. Ja. War begeistert. Ich weiß nicht, mein Hund mag hier vorne ein paar Meter weiter, ist so ein Drainagegraben, der ist schön voll mit Schlamm und allmöglichem Dreck und Gelumpe, und da ist der immer noch mal, er müsste da jedes Mal rein. Mit Morro. Ja, aber sowas von alten Blätter und so, wenn die vergangenen Dinger, das stinkt wie sauer, ey. Ei, meinst du sicherlich, hechte Angeln, kein Eis. Das ist schon nicht mehr schwarz, der Motor ist wie ein Blau schon, vergift. Dann versucht mein Hund in die Dusche zu kriegen, der wasserscheu ist. Ja, das ist geil. Na, ehrlich. Da bringt das Beste vor da nichts. Nee. Wir haben es mit so einer Quietsche Ente ausprobiert, weil sie auf alles steht, was quietscht. Ja, Arschläge, das bewege ich, drücke ich einmal auf die Quietsche Ente, da ist der Hund aber weg. Du musst mal ausprobieren, wenn Papa da mit reingeht, dann hüpft er da her. So, ich komme mal in den Koffer, gell? Gucken wir dann so ins Abendsrot da hinten rein, einen Augenblick eben, bin dann wieder da. Juhu. Hol dir mal einen Butterdiesel. Krass. Schnapp dir den Besen. Nee, da ist jemand draus, die ist auf dem Balkon. Achso, okay. Äh. Er muss da Alarm machen auf dem Park. Naja. Ja, dann kann es auch mal böse ausgehen, notfalls. Sie muss gleich gleich zurückpfeifen, weil sie würde über das Geländer gehen. Wenn sie wirklich auf Agro wäre. Achso. Dann muss sie, dass sie so am Klempern war. Ja, hört dann. Jetzt geht erstmal gleich wieder Arsch hoch Amerika. Der Hund freut sich jetzt schon. Also, wo mein Hund richtig abdreht, ist, wenn wir eine Staubsauger rausholen. Nee, Staubsauger, da verpisst sie sich. Aber wenn du am Fegen bist, dann geht sie auf den Besen. Wie eine Weltmeisterin. Nee, bei uns ist jetzt der Staubsauger vorne, die Düse. Also der Saugkopf. Sobald du die Staubsauger angemacht hast, dann mit auf dem Fußboden. Da ist der dabei. Und dann aber. So nach dem Motto, hurra, ich will die fressen. Okay. Aber richtig geht der ab. Ich weiß nicht. Naja. Pferdescheiße, er hat meine Häute gefressen im Feldweg. Frische Pferdescheiße. Da geht sie voll drauf ab. Födert die Verdauung. Ja, also schädlich ist es nicht. Was ist denn das eigentlich? Das ist Stroh, Heu und ein bisschen Hafer. Alles gut. Also quasi alles nur Naturprodukte. Das ist ein bisschen Hafer, Heu und ein bisschen Hafer. Ja, Jojo, das machen wir da. Meine Hunde töten den Staubsauger, gefühlt. Da hat sie Respekt vor. Dochsteyler. Untertitelung. Oba Korn, wo ist Saartrup? Muss doch bei dir irgendwo die Elke sein, ne Rainer? Was denn? Saartrup? Muss doch bei dir irgendwo sein, ne? Nee. 0292 0292 0292 0292 Saartrup? Moment, schauen wir noch mal. Hm. Guckers, hi. Nee, ich spiel nicht, Martin. Ich hab vorhin mitgespielt. Bis um 5. Dann war ich mit dem Hund draußen und jetzt bin ich mal ganz entspannt. Er holt sich was zu trinken, denke ich mal. Oh, okay. Oh, okay. Oh. Okay. davon kann ich gar nicht sein alles dachte ich habe mir die erste staffel von the last ship grad bestellt sagt mir gar nichts ich habe mir vom kumpel die erste dvd ausgeliehen ist so ein schiff wo wir sind virus ausgebrochen und die ganze welt geht vor die hunde und das schiff täter durch die gegend klingt erst mal gut hallo ich habe skype ja aber skype ist bei mir echt nur geschäftlich ich habe keinen privaten skype account die engsten freunde von mir die haben meine skype adresse alles gerade ein schicker deutsch rausgekommen geben hektor die fichtelberg werden wir nicht spielen und moralistik fähig ist ja mal ehrlich kommt von mir jetzt nicht drauf an ich nutze den mod eh nicht weil er nur eine beta ist und nicht bei einem funktioniert von daher da ich eh fast nur modfahrzeuge fahren das können sind ich probiere jetzt meinen gehen aus Kannst du den Link zu deiner Lieblings-LS15-Map in den Chat schreiben, weil ich kann nicht LS-Spielen. Nimm mal hier. Falsch geschrieben. Okay, der hat ein geiles Sound, aber er ist noch leicht verpackt. Auch ziemlich leicht. Der Deutz sah was, Leo. Was? Der Deutz sah was. Ja, da ist das Zugmaul, der hat irgendwie fünf Zugmaule, die vor dem Deutz so aufploppen, also so in der Luft vor dem Deutz, so 10 Meter vom Deutz fängt. Was hast denn das denn gefunden? Motto, sag. Aber an sich schaut der geil aus. Ja, dann mach ihn fehlerfrei. Ich glaube, Lok schmeißt er nicht. Ich habe jetzt halt nur lauter Lubas drin, weil ich die Hofbeer immer noch aktiviert habe und die Skripte, die schmeißen ja auf der anderen Megafehler. Carlos, das ist eine der Karten, die ich im 15er gerne gespielt habe. Ich habe im 15er viele Karten gerne gespielt, aber die schockt. Wir haben im 13er schon gespielt, im 15er klein für einen Singleplayer oder einen kleinen. Ich bin auch mal kurz weg, ich muss mir mal schnell ein Brötchen in eine Figur schmeißen. Joho, mach das mal. Joho. Bis gleich. Welche Map hast du? Silent Valley. Oh, gibt es in Erinnerung. Die ist echt gut. Ist sie jetzt schon für den 17er draußen? Nee, nee, nee. Im 15er. Der wollte in 15er Karte. Hab die Map geliebt. Ja, sie war echt geil. Im 13er hab ich sie echt gesuchtet. Im 15er hab ich sie gesuchtet. Ich hab glaub ich in meiner ganzen S-Karriere auf der Map insgesamt so safe 800 Stunden. Was ich damals auch gefeiert hab, in der S-13 war Rindeln an der Weser. Die hab ich auch geliebt, die Karte. Die hattest du ja auch gespielt, ne, im Let's Play. Kann sein, ja. Wann bist du morgen wieder hier? Ja, ich? Halb sieben? Äh, das ist in Ordnung. Was sag ich? Äh. Volkonie. 10 gehen auch rein. 80. Ja, ein bisschen Kohle machen noch. Tschüss, viel Spaß. Habe ich sein. Keine Klagen, komm. Ent ures Lärm Sok Ent Die Tür war zu. Ich muss noch mal eine Weile weg. Jo. Viel Spaß. Komm, später wieder. Jo. Bis später. Alles untereinander, sehr schön. Wie wäre es mit Grassilage? Ja. Hier bitte. Warte. Hier bitte Namen eintragen. Ja Grassilage. Sind wir in den Gängen bei, auf der Coldbrook Park Farm. Können wir gleich nachher noch hinkommen. Hä? Ne? Ist noch Diesel drin? 6000 Euro. Jetzt passt das mit dem Verbrauch hier. Äh, scheiße. Meine Frau hätte jetzt gesagt, wir wohnen nicht im Bunker, ja. Kenne ich. Hast du mal eine Weile, die Türen, die Türen? Siehst du? Lautstärke passt auch jetzt, ne? Vorher sind ja die Ohren abgefallen von dem Ding. das kann man so gebrauchen so herren der schöpfung ich bin aber raus für heute machen schlafen viel spaß wünsche ich dir auch schön dass du da war es hat spaß gemacht ja auf jeden fall wir schnacken dann montag ja ja auf alle heute morgen einmal schönen schlappen mache ich auch ja das sowieso alles klar ja so chef ist weg jetzt kann ich mich daneben benehmen nun nun noch ein mach ich schon nicht keine angst das macht nix ist jens weg oder wann der ist gerade was also noch pause gemacht wann sie wollen hier oder was hat es sich aber abgemeldet nee ist okay kleiner spaß am rande hier spaß muss sein natürlich sie müssen auch noch um zu flügen das war das ding was man nicht besehen konnte hier oder auch noch krass reinbobben der flug brauchen wir echt irgendwann eine größere ja ja ebus da hast du recht wir sind immer artig ist immer kohle machen wenn wir uns den haben wenn den den dings hier den den ich habe jetzt noch nicht mal ganz die hälfte von dem feld die zehn oder zwei von denen ja mit volumen und setzt einfach zwei helfer an das auch machen das egal das ding ist nur die helfer wir müssen wir die grenzen hier kommen dass das funktioniert er ist hier ist hier auch noch wieder musste schön vorher wenn der vorher schon fliegen richtig und der mit dem lämchen der dreht ja noch beschissener um dann der helfer ja weil die fahren von der 10 gleich auf der 2 und auf der 12 so das war die geschichte ist noch ein bisschen geld machen noch mal eben müssen wir nutzen höchst das heißt also die frau hat ich was ist das was das war es zu handelt nur eingeschrieben artig was ist das was artig sein was das ist was so artig sein ja da weiß ich auch nicht genau hat hier steinbühel morgen hoch sie ist ja vielleicht eine kürze hier das lenkrad geht so leicht jetzt schön herrnicht ich bin noch ein tag vor dann kann man noch ein bisschen brechen gibt noch nie was auge max hallo wie wir von morgen verraten ich alles aus aus henry und obi butcher jonas allermann moin jonas wenn immer weniger ein paar pizzen reinhauen hier wieder über 100.000 kommen matthias wird schon mein tauchbar der ist eine eigene spedition ja supi sb anti war anti noch da basti und gini hat es gerade raus marius moin reiner heißt zufall hallo ich bin kein zufall bin echt mein nachname tut ja nix zur sache wie ich mit nachnamen heiße das ist nur ein sproß von m mb 3 war meld mich zurück mb 3 war schön polona 204 geil wie alt bist du abo und like hast du auf jeden fall weiter so klasse paulana dankeschön und herzlich willkommen ich bin 55 ich glaube ich so alt wird ja kein schwein richtig vollkommen recht nein mitspielen ist nicht möglich paulana bei privatmods das sollte eigentlich schon hinreichend bekannt sein ja ja immer immer mal hinschreiben oder wann jonas mir gerade gut die auch bb fan macht ich jetzt hier nicht unglücklich das ist einer ne naja knubbel fängt jetzt haben wir genauso ein ja 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 langsam auf die knubbel ja ja knubbel immer so rum heimlich im hintergrund und jetzt ne macht nichts lassen wir machen schön das ist der hunger nö im moment noch nicht knubbel sagt er ja ja schieben wir nachher noch mal ein butterbrötchen rein eben ich will nicht zum kaffee holen oder so ja gut einer wahnsinn das kann ich mir noch gefallen lassen ja aber naja sieht das mit butter sein licht hier aus gut noch prima ja oder soll ich das noch heller machen wieder perfekt das so gut nicht dass er wieder im schweinchen modus endet bmw fäden bmw fäden ist auch wieder da mensch mensch ja paulana wer hier nach abus bettelt er ist hier viel am platz und tschüss was tut er das jetzt abgehauen was sie ist weg ach so der ist jetzt bat eigene couch wenn noch schlau ist man dann lang noch den ganzen vormittag oder so dann hätte ich ehrlich gesagt auch keine lust mehr nee klar das ist auch gut ok bmw fett bemerken zumindest versuchen jetzt ist er wieder am stänkern naja und jetzt muss jetzt auf einmal weg bis nachher naja naja dann sind die richtigen du weißt du darfst darfst erst bei ziel ins feuer kippen und dann sagen ich mache erst mal schnellen schuh ich habe noch was vor ja alles klar bmw viel viel spaß bei dem was du vor hast ja und bekannterweise mit angie flirten jetzt fast auf wahrscheinlich wohl muss ich denn jetzt schon weg mädchen am bett und super und das ist ja der andere das ist der ziege peter unter ziegen janni hier wo steckt eigentlich unser großes liebespaar tester und melde wo stecken die beiden eigentlich ja auch noch nicht gesehen ich auch noch nicht was die im stream waren zu vorhin heute morgen ja vergnügen sie ist noch da was da im hintergrund läuft das schön ohne ähnliche läuft hier nichts zu bmw ein heilurin hallo moin bayerischer mistwagen was das raffnicks hat das musikvideo von bb hat schon 1,2 millionen dislikes richtig nice ich weiß gar nicht warum das geht ich auch nicht so egal macht dann nix man kommt ja nie wieder wir wollen ja noch mal reingucken ich glaube dass siegen fördern ohne hose ja nur mit gummi stiefel oder zimmer ausräumen wollte auch erst bei laura glaube ich um die wand rauszuklappen ja da hat auch noch was geschrieben ja ich glaube kinderzimmer bauen oder ja ja sie ist ja schon doch besser aus da oben jetzt langsam carlos das gucke ich mir morgen mal an was du mir da geschrieben hast wenn ich wieder wach bin also morgen abend ja ich bitte ich kann nicht fülle schlafen maximal vier bis fünf stunden am stück das ist nicht gesund ging mir auch mal so drei vier stunden später noch mal vier fünf stunden das können woher auf dauern ist das nicht gut macht die kaputt ja ich glaube das gab zum schloss mit lkw fahren da kann ich auch nicht mehr rede pen louis bis der stream zu ende ist so lange geht ja wie immer meistens so es kommt ja langsam wieder kohle in eine börse da oben das sieht ja schon mal wieder ganz nett aus und danach sollte man flugmäßig machen können fliegen müssen wir ja nun leute siehst du und der norddeutsche gemma fragt gleich ob janni schon ein kinderzimmer bauen will naja der ist auch schon bei irgendwie 40 50 quadratmeter kinderzimmer er meint das mit dem kinderzimmer eigentlich anders wie denn ja es ist noch nicht 22 uhr ach so naja gut ja ok meinst du für die ziegen das ist ja schon mal nicht übel da oben guckt den haben wir auch jetzt saat haben wir auch genug müsste ich eine runde engen hier ich habe nur keine ecke wieder weggebracht aber ich kann noch im hof gleich mal aufräumen und den kleinen kram verklappen dann ist vielleicht eine ecke drin dann kann ich hier hinten hin noch zu ecken dann kann ich nämlich auch wieder mais in der erde es gibt in deutschland nur eine wahre mannschaft die schon dreimal ein trippel geschafft hat und das sind die kekler aus meiner heimatstadt darum bayern binchen kannst du eine tonne kloppen na nun sei mal sei mal ein neutral jetzt hier das ist immer immer kommt der rein und fußball 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 ja ja die müssen erst dreimal ein trippel schaffen und dann können wir weiterreden mit hanswurst und ich sage jetzt mal knallhart scheiß auf fußball es gibt wichtiges jawohl ich stimme dir zu scheiß auf fußball hanswurst weil wir spielen die ls 17 und nicht fußball da muss er auch im stream gucken wo fieber läuft oder eben so ein direktor direkt nicht unbedingt aber ich habe doch kein erfolgt nicht nein können sie ja machen aber fußball ist für mich heute einfach nur die kriegen sind einfach überbezahlt ja das ist nicht mehr da wie früher ich erinnere mich immer an die worte von meinem opa der hat gesagt wir haben früher nicht für geld gespielt wir haben barfuß mit dem tennisball tennisball nach dem krieg gespielt richtig so das war fußball so guck mal jens hier unsere gegner aus meiner stadt die sind jetzt zwölf mal hintereinander meister geworden in der ersten bundesliga die haben irgendwo ein etat von 130.000 euro da kriegt der bayern fc bayern münchen nicht mal ein bus für oder kann ich nicht mal ein bus für so der ist gut nur das interessiert eben keinen eben genau thema beendet ls 17 aber ich weiß was du meinst ist schon richtig und da sind wir uns auch alle einig richtig ls 17 fahrzeugs haben noch finde ich auch nichts gegen fußball aber ich habe mich noch nie so richtig interessiert ich habe selber mal fußball gespielt als kind ist damals im dorf das war so ne ja ich auch aber dann habe ich nachher ein fahrer war meister und kram fisch tisch denn das haben die viel gespielt auch an dem verein und dann habe ich mehr auf tisch denn ist mit und dadurch das ist auch mal da habe ich richtig bock auf gehabt so kann man ja mal gucken was wir da noch das andere stück mit kompost draufkriegen und kann man da nämlich auch weiter aus so Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo, achso. Wo sind wir hier? Wie heißt die Map? Wie altes Butcher? Wo kommt die MB her? Jojo, ja. Jojo, alles klar, ist gut. Schlagartig alt geworden, Jojo eben. Ich spiele auch Tischtennis. Ja, nicht mehr, ne? Früher im Verein richtig mit einem Mund dran. Macht echt Spaß gemacht. Tischtennis finde ich auch ganz geil. Jonas, na du Opa? Na du Küken, sag ich jetzt mal, Jonas. Oder wie alt bist du? Ich wollte das Thema rumreißen. Jojo. Jojo. Richtig. Ich hab das gar nicht mitgekriegt, das Thema eben. Ruhig bleiben. Ruhig. Sie können das nicht besser. Jörg. Äh, wie hoch hast du gespielt? Warst du gut? Äh, ich war mal in Bremerhaven. Wir sind ja Stadtmeister, ne? Vereinsmeister. Hat ich auch mal gemacht, ja. Hatte ich auch mal gemacht. Das war lange, lange her, du. Also warst du richtig aktiv, oder was? Ja, ja, natürlich. Da hab ich richtig dann immer noch Training und all so ein paar, ne? Fußball, der nicht so dolle. Immer da auf dem Schlackeplatz hatten wir die Aua, die Knie kaputt und so ein Scheiß, denn? Schützenverein. Ich hab die ganzen Dreck durch, was auf dem Dorf abgeht. Habe ich auch mal gemacht. Schießen war ja auch ganz gut, ja. Äh, Mike, das glaube ich eher weniger, dass ihr heute Abend noch auf Skype stacken könnt. Ich sehe hier gar nichts. Passiert da was bei dir? Äh, Jens, da brauchst du nicht machen hier. Was? Ne, wo du jetzt bist, da ist so ein Weg zwischen, ne? Ja. Ja, über den Weg brauchst du nicht rüberdrillen, weil hier hinten, wo du jetzt gerade bist, hier geht nichts rein. Das muss erst geflügt werden. Ach Gott. Da kannst du lange drillen. Da passiert nichts. Ja, schönen Dank auch. Gut, dann bin ich fertig mit dem Schlag. Hinter dem Weg, ne, hinter dem Weg muss ich noch ein bisschen. Hinter dem Weg. Ja. Ja, dann mach das fertig. Die Ecken putzen und dann alles und das ist gut. Dann hast du den fertig. Ja, ja. Jetzt sind ja gut. Läuft ja. Ja, jo, 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 so hat man eine Beschäftigung, ne? Dann müssen wir das erst mal mit den anderen Grupper machen, da nützt nix. Einmal durchgrubbern. Händere Kühe. Der steht auf unserem Anfangshof, weißt du? Oder? Ne, Quatsch, der muss hier auf L.U. sein. Meinst mich jetzt? Ja. Und den Tiefen Grupper meinst du mit dem? Nein, einen anderen habe ich jetzt im Moment nicht. Wo sind wir denn jetzt hier? Das ist auch eine riesen Ecke. Also, ich habe da mit meinem Kompost-Scheiß hinkommen. Ich habe mich aufs Vorgewende, ne? Aber ich habe da alles drauf. Mist. Weil das müssen wir grubbern und dann kann man da Mais rein kloppen. Wie noch? Danach denn irgendwann, morgen, oder was weiß ich, wie das gerade passt dann. Ja, wir werden mal gucken, für den Jojo werden wir irgendwo eine Brechstange finden oder sowas. Und das Till Henry bietet doch schon eine Ratsche an. Ja, Ratsche oder Brechstange oder sowas, irgendwas in der Art werden wir schon finden für ihn. In Luxemburger oder sowas. Sonst muss ich bei mir in der Garage mal gucken, vielleicht finde ich da irgendwo noch eine alte rostige Zange oder sowas. Spiel oberfrankenliga her mit 18. Johannes, klasse. Finja, wie alt bist du? 55. Bei uns gibt es jetzt Essen. Muss weg. Komm später nochmal wieder. Fendt, dann geh schön essen und lass es dir schmecken, ne? Ja, aber von welcher Seite? Ich habe schon alles abgesucht, aber nur ach so gefunden und das kann, der Elias, ich weiß gar nicht, geht, macht auch nix. Ja, ich gucke mal kurz nach, was Elias wollte. Da ging es irgendwie um 8 Kreisel Grunwender, das ist doch bestimmt aus dem DLC, oder ist das der Adlerer? 8 Kreisel, nee, 8 Kreisels hat er nicht. Hat er 8? Doch, könnte doch angehen. Was müsste du dir aus dem DLC sein dann, ja? Oh, Alter, das ist aber ein Schlag hier, du. Eine Ecke. Moine, Fresse, eh. Geht einiges drauf an, Kompost. Hätte man doch das andere stehen lassen, dann hätte ich den fertig gekriegt mit Einhänger. Einen wunderschönen guten Abend, Claudia. Oh, der Mäuschen ist wieder da. Hallo. Der Oma. Jetzt geht die Sonne auf. Jo. Bei Pulscha geht sie unter, bei Claudia geht sie auf. Knubbel, wie ist sie? Alles klar, gut. Sind wir erstmal entlastet, erstmal alles klar, Claudia, Claudia. Das ist schön. Sollen wir auch mal gucken, dass wir Oma jetzt langsam mal mit hier rein kriegen, denn. Oma, ne? Mitte 40. Das spricht ja ganz anders an dir. Mitte 40, Oma, du. Na, Jumann, das ist auch gut. Das würde Elsie Kling sagen, wenn es Che macht. Genau. Ende 17 müsste zur Zeitung auch von 30 Euro kosten. Also, ich habe es mir letzte Woche für 35 Euro gekauft, so wie es der Chef damals auch gesagt hat. Okay. Also noch, kriegst du auch schon günstiger, natürlich. Ja, auch für 25 Euro, rechnest du Versandkosten dazu meistens, bist du auch bei 30. Ja. Ich habe mir damals, ja, ich habe ja immer die große Packung geholt für 50 Euro. Aber ja, die Collectors Edition. Ja, genau, mit Aufkleber und Schlüsselanhänger und Modellauto und Pipapo und alles, was dazu gehört. Die habe ich vom LS-15 noch. Ja, habe ich mir ein 15 aufgeholt. Ja, ein 15 habe ich sie auch noch. Immer schöne Sachen mit dabei. Aber da jetzt LS-17 spontan ging, musste ich leider darauf verzichten. Aber kommt noch. Oh, höre ich dein kleines Mimimi? Ja, ein großes sogar. Oder doch, ein großes Fühnenü. Ja, genau, jetzt wird hier ein anderer Wind. Das ist die Cheven da. Genau. Bis bei dir im Fenster steht Stream Offline. Bei mir? Nein. Achso. Weil Willem fragt, wie lange da geht das Stream. Achso. Bis bei ihm im Fenster, ähm, Ding da drin steht Stream ist Offline. Jojo, nur dämliche Fragen hast du verpasst. Aber das kennst du ja schon. Der ganz normale Wahnsinn. Genau. Aber Wahnsinn, ich habe jetzt für Schlag 15, für 17 Hektar einen halben Tank gebraucht. Krass. Ja. Knallt der ganz schön weg. Das war ein, wir gehen da rein. Sieben mal wieder. Ich glaube, ich ne? Ja. 630 oder irgendwie so. Wahnsinn. Norddeutscher Gamer. Wenn du mal siehst, wie viele Leute ihn hier Opa nennen, kannst du ungefähr ausrechnen, wie viele Kinder er hat und wie viele Enkel. Jo. 380.796. Jo. Genau. Und mein Sohn hat er, das bin ich. Ne, ne. Ne, ne. Ne, das kommt. Hab ich dir erst erzählt. Ich sage, die Trecker verbrauchen so viel, wenn da Helfer drauf fahren, die da nicht so hinkriegen. Dann brauchen die mehr Sprit und kostet mehr Geld und all sowas, ne? Ja, es hat gut fressen, so Dünger, ja. Ja, ja, genau. Deswegen, Jens. Ist klar. Ah, es hat geklickt. Jawoll. Ah. Na, er hat doch seinen Lebertragen genommen heute Morgen, wa? Siehste? Gut. Jens? Ja? Ich will ja nichts sagen, aber dann warst du aber verdammt fleißig in deinen Jahren. Ja. Wenn der Opa schon so viele Enkelkinder hat. Ja. Hä? Ich schieße scharf, ne? Ja. Ganz scharf. Jeder Schuss ein Treffer, oder wie war das? Ja, sowas von. Carlos, ändere mal deine Frage. Ich würde mal aus dem Opa eine Oma machen, sonst klatscht gleich wer zu. Gut, das wird er dann schon merken. Äh, Claudia, da will ich dich auch Opa nennen. Oh. Später in 30 Jahren, Carlos, wenn ihr ein Damenbart gewachsen ist, dann darfst Opa zu ihr sagen. Wenn Oma Claudia zuschlägt, gehe ich in Deckung. Hatten wir mal beim Musik machen, fällt mir gerade ein. Da standen wir da auch in der Hochzeit und dann saßen die da alle, weiß auch so, zum Essen denn, alle am Tisch, alles ruhig und so, und wieder Tischmusik gemacht. Und dann, ich zu meinem Macker nehmen an, geht der Rest und ich sag, guck dir die Mann an, wie alt war die da, also, ne, zu der Zeit ist ewig her, aber lass die so 20 gewesen sein, die Frau. Auch nicht so, auch nicht so die hübscheste, sag ich mal jetzt so, ne, hübscheste sind sie eigentlich alle, aber, ne, ihr wisst, was ich meine. Ich sag, guck dir das mal an, ich sag, dieser dunkle Schlier, wie ein Vollbart, weißt du, wie Männer haben, wenn der abrasiert ist, aber so, ne, dunkle Behaarung, sag ich mir, dann sieht man das eigentlich irgendwo so ein bisschen. Dann hab ich von Weitem geguckt. Ne, ich sag, warte mal ab. Ich sag, naja, 22 Uhr, oder 24 Uhr, sag ich, muss ich mir, wie die denn aussieht. Richtig, alter, da guckst du da voll die Stoppel draus, an den Backen, alles, Vollbart, ey. Das hab ich bei einer Frau noch nie gesehen, Vollbart, echt. Nicht nur so ein zierliches Damenbärtchen, ne, gibt es ja auch, so, ne. Echt, alter Schwede, da rufert und sprießt du das da raus ohne Ende, du. Also, die Arme mit Hand, ich glaub, die ist dann erstmal um den Pott gegangen und hat sich abrasiert, den Dingern scheiße. Oh, so, so, hm. Da sind aber schon Dinger gelaufen, du. Da waren aber sehr viele männliche Hormone im Spiel. Muss sein, aber es gab's, ich hab's wirklich gesehen. Naja. Ne, also die nach dem Tag gesehen oder zwei oder so, also, ne, die hat er ausgesehen wie mein Arztmann, nur mit schwarzen Haaren, ne. Dann geht das natürlich rund, ne, kommt mal ne Busi, ob das aber Aufebrust auch so ist, ne. Klokon hat eine Mahlzeit. Ja, guten Hunger wünsche ich dir. Aha. Ich kenn ihn aber von der anderen Stelle. Achso, Sir Henry, ja, genau. Hm. Na, so, Henry, das überlassen wir jetzt mal deiner Fantasie, was du dir dabei wieder denkst. Ja. Da bekommt er die Bedeutung auf den Buschklopfen, der ganz andere. Ja. Eine schöne Kokosmatte. Genau, richtig. Oha, es geht doch Zeug zu Neige hier. Mal gucken. Na, egal. Wollen wir haben, rauf damit. Luis, wo soll er denn eine Ballen machen? Es sind keine da. Fallen machen sollen wir? Wo hast du den drüben hinstellen? Ich frage mich, wo? Du hast dann noch so die Möglichkeit zur Zeit. Nö, wir haben ja keine. Ja, siehst du. Da liegen ja Ballen noch. Jetzt erst mal eben da den Kompass, den Rest da rauf, da hin. Ich glaube, ja, das wissen wir, aber wir versuchen das einigermaßen immer ganz diskret und charmant zu umschreiben. So sind dann gut. Hier ist auch nichts, noch nichts drin. Eine 7, was machen wir da? Das ist fix und fertig, kann so eingedrillt werden. Hm. Die 16 muss gepflügt werden. Du sagst, beim Lohner steht ein Pflug. Nee, hab ich noch nicht. Ich hab' ich noch so was machen. Die 7 haben wir gepflügt und ist gekrobert. Fertig. Die 7 könntest du noch Gas reinschmeißen. Oder Kötüppel. Kötüppel haben wir nicht, Maschinen. Rüben sehen. Kannst du auch, ne? Der Gras, Grasecke haben wir eigentlich noch. Da hinten das ganze Stück. Die placken da um zu. Oder hier auch noch Gras rein. Meinst du jetzt? Thoralf oder mich? Dich. Eine 7. Ich. Auch für 7 noch Gras, äh, was hast du? Gras. Kartoffeln. Nee, Kartoffeln geht ja nicht. Keine Legemaschine. Müssen wir erst noch kaufen. Ich würde da Gras drin machen. Ist doch schön nah an der Kühe nachher. Ja. Nicht so weit weg. Ja, da hau doch mal Gras rein. Ja. Hast du da, kannst du mit der Maschine machen. Der ist fix und fertig. Kannst du Gras reinkloppen in der 7. Mhm. Mach ich. Und das letzte Stück daneben, da muss noch im Dünger rauf, muss geflügt werden, gegrobbert werden, dann kann da auch Gras rein. Ist auch nur so ein Lütten placken. Da war so ein bisschen Mais-Pibi drauf da. Dann haben wir die ganze Ecke da, so ein bisschen diese Fummeldinger mit Gras voll. Dann muss ich ja mal irgendwie Mist oder Dünger raufkippen oder was. Wohin, wo bist du denn jetzt? Sag mal, noch ein paar Eins? Nee, noch der 10. Oh, ist ja eigentlich schon fertig, gut. Ja, da hat der Basti schon gute Vorarbeit geleistet auf der 1. Da war wirklich nur so eine Ecke und ausputzen. Ja, okay. Bei der 10 ungefähr die Hälfte habe ich jetzt weg. Oh, du bist ja auch schon fleißig in den Gängen. Das ist ja auch noch ein ganz, ganz schönes Stück gewesen da. Ja, ja. Ja, nützt nichts, wenn wir zusehen, dass wir auch wieder was in der Erde kriegen hier, ne? Ja. Nee, immer nur abhacken. Ich meine, können wir auch machen, wenn wir die da wollen, ne? Bloß, wenn ich nächstes Mal, deswegen höre ich die Oster jetzt nicht auf und spiele eine andere, nur weil das, weil das bepflanzt ist auch so. Das meine ich. Nee. Ich habe keinen größeren Schlepper jetzt, dass wir den Grobber ziehen können. So doof. Da muss man da langt die Kohle auch nicht für. Dann wird es zu dritt spielen, ne? Sollen wir demnächst mal einen kippen. So, du musst jetzt ganz stark sein. Nein, du darfst nicht. Was, Herr Henry? Mitspielern. Achso. Ich glaube, dir hat doch gar keinen Bock mehr heute, oder? Morgen ganz den Tag in der Gänge wieder. Nein, Claudia, du darfst nicht, hör auf zu quengeln. Siehste? Warum darf ich denn heute endlich mal nicht mitspielen? Weil das nicht so ist, Claudia. Deswegen. Watwitz Gaming. Moin. Ziel des Spiels ist es, die Felder zu bewirtschaften und nicht nur abfressen, Map löschen. Helorin, danke schön. Das finde ich gut. Und genau das ist es. Und wir bewirtschaften die jetzt. Wir haben das hier alles abgefressen. Ich glaube, gestern waren wir noch beim Heute. Dafür haben wir jetzt auch nicht. Meist die Luft für eure BGA. Das gibt wieder Geld. Und dann können wir da größere Maschinen kaufen, denn und so was, ne? Und die ist erstmal voll, die BGA. Also. Immel mit der Luft. Und dann mit der Luft. Dann auch gleich zwischendurch nochmal ein bisschen mähen, weil die Grasballen, die werden auch langsam gehen zur Neige. Kühl brauchen wir wieder noch. Bringen uns wieder Knetter. Breschen. Das ist noch jede Menge steht da noch. Fängst du bei hier sieben an? Ja, geht gleich los. Ne, ne, okay. Ja, ja, ne, okay. Vorgewendet zu Ende machen. Ne, mach mal erst noch ruhig. Fertig. Alles schön in Ruhe. Ordnungsgemäß. Klar, da holen wir Gras rein. Umflügen können wir die Scheiße immer wieder. Wir können ja auch nachher die Fläche, wenn wir Gras genug haben, auch mal Gras-Silo machen. Auch nicht. Einmal für die Kühe. Und wenn dann wieder was ist. Kühe brauchen ja nicht gar nicht so viel. Ich glaube, das kann man auch heutzutage, hatte Kai ja gesagt, in der Biogasanlage mischen, ne? So ein bisschen Gras-Silo und schön klein gehäckselt. Häckseln wir das. Und dann wird das echt Zeit, dass wir das noch in Heckler besorgen. Kaufen. Also 300, 400, 500.000 Euro. Das ist eine Ansage. Eine größere Ecke brauchen wir auch. Schon wieder alle. Mann, oh Mann. Schafe kaufen. Auch nicht schlecht. Lass sie fressen hier. Gewull. Gewull auch nicht Geld. Stimmt, ohne Idee. Lass sie fressen hier. Lass sie fressen hier. Das ist eine 20 Uhr. Das ist eine 20 Uhr. Damit wir mal gucken, ob wir dann vielleicht nachher noch mal eben nach Kohlbrück-Park fahren gucken, ne? Ja. Wie ein Gras-Mucken nur. Fengenza. Was ist Fengenza? Kenn ich nicht. Helion, darfst nicht vergessen. Den Daumen. Achso. Angie. So, wir sind wieder da. Rein, Olle. Warum hängt das immer so das Spiel? Hängt bei mir nicht. Alles gut. Läuft wunderbar. Bei wem hängt das noch? Alles gut? Fahrzeug-Sammler, der muss das an deiner Leitung jetzt im Moment mal, dass da zu viele Leute drauf sind oder so. Das gibt's auch. Einzelne, ne? Ich sag, da läuft ein Mann frei. Ich sag, ich gucke ja nebenbei, läuft das Handy mit. Da läuft immer schön durch. Ja, also läuft. Bei mir auch, da auch. Also, wenn das jetzt hier von YouTube kommen würde und würde das an euch verteilt werden, dann muss das bei jedem hängen in dem Moment. Ne? Von mir kann's nicht kommen, weil meiner ist zu kurz zum Hängen. Das ist das Problem. Der steht immer. Äh, wollen wir wieder nicht mitspielen. Genau. Wir wollen wieder nicht mitspielen. Alles gut, Tobias. Das ist klasse. Stream läuft perfekt. Bei mir ist alles flüssig. Läuft bestens bei mir. Alles gut, Bocer. Petty, Dankeschön. Brudi, hi. Petty, hast du mal ausgeregt für Kai Sitz, was er macht? Ne, wa? Uskai. 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 Jetzt hast du die unter, ja, die Drohung gesehen vom BMW-Fan. Ne. Der ist jetzt ununterbrochen da, schreibt der Brudi Herz. Oha. Er meint doch hoffentlich nicht mich. Er meint dich. Ja, ja. So, ich muss auf. Nein, ich muss weg. Tschüss. Das Perfekt-Budy habe ich schon vermisst. Achso. Marc Bleisch, moin. Hans Wurst von Krawallbrüder. Ach, das hatten wir doch schon mal, ne? Was ist das denn? Eine Band oder was? Krawallbrüder? Kenne ich auch nicht. Keine Ahnung. Hört sich jedenfalls nicht gut an. Kevin Steiner auf, moin. Jojo, wieder voll in Action. Dankeschön. Speichert jemand ab, den Satz da? Dann brauchst du auch nur reinkopieren. Dann geh das mal neu schreiben, ne? Der ist doch schon abgespeichert. So, das ist gut. Grüß doch mal, die Marina. Danke. Ronal, Marina, Tag. Spielt Basti noch mehr? Nee, der hat jetzt Feierabend. Die wollen sich noch was zum Schlemmen holen und dann ist da Pause in Basti sein Heim. Und das ist auch gut so. Der hat noch lecker Essen. Ja, können wir uns ja auch noch besorgen oder was. Ja. Aber ein bisschen Ruhe, Der war ja schon seit heute Morgen in den Gang. Da hätte ich auch keine Lust mehr. Ich bin ganz ehrlich, das irgendwo ist gut dann. Ja, irgendwann muss auch mal Schluss sein, ne? Und der macht das ja erst in ein halbes Jahr, wie ich so nennen, ne? Ja. Ja, Re. Ja, Re. Klar, wenn alles rau läuft, Gegenteil von glatt, genau. Und sturmfrei. Genau, sturmfrei hat er auch. Ich glaube, er wollte blank ziehen nachher und dann durch die Wohnung laufen, hat er gesagt. Hehehe. Ne? Fick geil. Da sind meine Kompost alle. Ah, nee, da hinten ist noch ein Bulten. Kriege ich eh nicht mit fertig. Ich muss mich auch rauphauen da hinten. Ah, Beten ist doch noch. Wann spielt ihr wieder mit, Sebastian? Och, demnächst, ne? Und zwar heute auch spontan. Habt ihr mich richtig mit überrascht? Hat kein Wort mit gerechnet. Ja, war eine spontane Entscheidung. Ja, ja, weil was wir auch tun, sag ich mal, hat er ja schon mal gesagt, jetzt mal, aber so, ich sag mal, die ganze Woche auch so wahnsinnig fleißig war, ne? Ja. Hat auch jede Menge gemacht. Deswegen. Wir haben keinen TS, wir haben Discord. Jo. und dann, Ronald, während das Ding sowieso nicht, hier mit Laber, das machen wir nicht. die mitspielen, ein, zwei Mann, die moderieren und das ist gut. hat der Fendt IC. hat er. Ja. 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 Boah, den ganzen Acker auch noch mit, mit Gülle voll, so viel Gülle hab ich gar nicht mehr, glaub ich. Jetzt werden wir immer Dreschen irgendwo dahinten, aber das, warte mal, Henrik, Kühe war nur ein Stück Dings. Raps. Ja, BMW, ich bin noch da. So schnell werde ich dich hier nicht weglassen. Oder so schnell wirst du mich hier nicht los. Das ist ruiniert. Nein. Sollte wir vergeben nicht wir vergessen nicht was heißt das schon wieder war hans vorst und wer ist wir ans wurst oder worum geht das ich ahne doch schon wieder schlimm ist kann das angehen oder nicht er meint damit anonymus ach so alles klar gut auch claudia das ist ein song text von ganz ach so alles klar ja ich kenne die nicht tut mir leid lol siehst du lachen ja lach mal drüber mach nichts gehen sich auch immer herzen lütte dünnes eis hause dünn claudia danke endlich mal der mich versteht obwohl das bei bmw fern sehr schön sehr schwer fällt ja mal gucken wir uns ansetzen hier alter so ein stück war nützt nix musst du durch jimmo's raum mit dem schied hier lüft es an die an den anderen partner hände und 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 Oh. Oh. Power Power 939. Moin. Hm. Oh. Hat wie ein irren einschaltiger Ausgang oder wie sehe ich das jetzt hier? Aha. Es wurden welche freigelassen. Ja. Aber jetzt ist Claudia mit da jetzt gleich vorbei. Ja, ich sehe das schon. Hier wird schon wieder fleißig geräumt. Ist auch noch gar nicht so spät. Vor allem einige Leute sollte ich mal ganz ernsthaft Gedanken machen um ihre Rechtschreibung. Wenn ich mir überlege, dass solche Leute später mal meine Rente bezahlen sollen, dann kriege ich einen Anfall. Kriege ich Angst. Sollen. Tun sie aber nicht. Wie denn? Dazu frage ich nämlich nur welche Rente. Naja, wir sollen dann irgendwann bis 75 Uhr arbeiten und am besten am ersten Tag Rente gleich tot in die Kiste fallen, dann sind sie uns los. Ich glaube ab 65 dann so ein Konzert eingebaut, das können sie dann abstellen, wenn rentig ist. Ja genau richtig. Per PC. Ach der ist soweit. Ja warte. Na 5 Minuten noch jetzt. Gut. Sagt so. Ne? Richtig. Und tschüss. Und von deinem Chef grüßt er am letzten Tag ein T-Shirt, das letzte Auto im Leben ist immer ein Kombi. Ja. Ja genau. Er war morgens der erste, abends der letzte, am Wochenende der einzige. jetzt bummelt er jede Überstunde ab. Da steht es auf dem Grabstein drauf. Ja ist doch so. Ja stimmt. Ja. Gehen wir 2000. Tag das schön. Affe mit Waffe durchgreifen. Jawohl. Carvorn ist da. Wo ist Carvorn? Da ist er. Mein früher gewesen. Carvorn sehe ich jetzt erst. Äh. Jein. Ist schon ein bisschen her. Fahrt durch wir dann schon allher. Treppe rauf und runter gefallen. Er ist runter. Was sagt Claudia? Ne ist noch nicht. Eine Seite da muss nicht wieder rauf fallen. Das war scheiße. Runter fallen ging dann aber rauf fallen. Muss mal ausprobieren. Treppe rauf fallen. Nimm ich wieder runter. Ne komm auch noch mal runter. Brum brum brum. Aua. Ne? Ja. Mit 2,5 Tür auf dem Kessel, Treppe hoch fallen ist auch gut. Ja jo. Da klappt das richtig gut. Mit Rolle vorwärts. Genau. 25 mal rauf und runter und dann siehst du aus wie ich. Aber das geht ja schon. Das ist schon vier Wochen alt wieder fast oder so. Vorher sah ich aus, als wäre ich frisch aus dem Gulag kam du. 25 Jahre Bleimine in Russland, Sibirien weißt du? Ja, du bist mir das nächste Mal beim Friseur gewesen. Bis dann kenne ich einen guten Anwalt, der kann sich der Sache dann annehmen. Ja. Ne, da war ich auch gern zum Anwalt. Der hat sich nur kaputt gelacht, hat es gar nicht wieder eingekriegt. Siehst du denn aus? Ha, 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 ha. Ging da so und du musst dich abhauen. Na ja, ansonsten nimmst du drei Wettertaft, ne? Das hält bei Wind und Wetter. Ja. Schmierfett. Schmierfett. Schmierfett, hey. Oh Gott, Schmierfett. Aber das hat länger als einen Tag. Ja. Oh, siehst du doch noch den Rest. Geht. Vorher, wenn du mehr Wasser verständnis nimmst. Geht auch WD40. Kannst du auch machen. Oh, das verdrängt auch weiter. Betrieböl. Richtig schönes, altes. Stinkendes. Schönes. WD80. Ne? So richtig dick. WD90er Getriebeöl. So richtig dickes. WD90er. Im Winter kannst du halt in eine Stange stellen. Frisch aus dem Planetengetriebe. So drei, vier Jahre drinnen. Oh, ja. Stinkt das. Drei, vier Jahre. Zwanzig. Nie gewechselt. Das ist kein Öl mehr, das ist Gelee. Ja. Zeit, dass wir nur Ballen holen machen. Siehst du, Claudia schreibt schon, das nächste Mal ist es ne Glätzer. Naja, war ja eben schon kurz davor. Da sind nur so Pflaumen oben drauf. Macht doch nix. Na, Rainer warst du jetzt noch im Chat, als ich gesagt habe, der Hofer ist jung. Knackig ist das, dass die Knoten von Ilse auch knacken. Ja. Staucherfett. Ja. Oder schönes HRS 2000, das ist auch was Schönes. Jo. Hat so einen leichten Silikontouch. Passt. Jo. So, die 7 ist bestellt. Drei, vier Jahre zu suchen. Schäfchen. Supi. Ssss, supi. Ssss, supi. Da hast du ja den, derer da. Ich hab jetzt keine andere Scheibenmenge. Eine kaufen? Ne. Ne. Ne, ja gut, den Grittrin sieht man so ein bisschen, aber das ist nicht die Welt. Gibt es Schlimmeres. jetzt mal noch machen könnten erst mal eben fertig was die bga kann da kannst du sie sagen kippen der christi erstes geld dafür und zweites gereste die du auf dem acker bringen kann als düngestufe das ist die schnelle version aber nichts mehr einzudrehen im moment müssen jetzt irgendwo kommen und den ganzen scheiß also straßt du vorhin was eben gesehen wo ich längst gefahren bin bin wieder auf dem hof jetzt hier beim da stehen kannst du mal um den augenblick links fahren hier hin sehen wir auch mal wieder ein bisschen was anderes kannst du ein bisschen ein bisschen zu lüten hier ja da kommt das kompost jetzt dahinten weiter auf den einen weg zwischen den einen oder anderen der durchgeht da diesen hat da habe ich aufgehört ihn warte mal warte mal wir machen das ich fahre dir den dahin dann siehst du den langen weißt du wo du weiter machen musst das geht ja da unten bist du ja gar nicht so weit weg ach so hier auf 6 ja ich bin jetzt da zippst du da gleich ein war ich fahr da meinem hin und schnapp ich mir den anderen kann mir das gülle fast holen kann er weiter machen mit bei dir dann haben wir eigentlich so gut wie alles weggegült hier müssen wir mal eben hier wieder rein schmeißen das weitergeht und kohle reinschmeißen dahinten das weitergeht na ich muss soll ich den johnny denn jetzt hier einfach so stehen lassen oder das einfach stehen auf dem waschplatz ja ja wir machen erst mal pause claudia ruft zum essen sie ist er hat ja mache ich komme gleich eben ganz kurz ich fahre ihn nur da mal eben hin du kannst du halt weiter machen zippst du dahin da bist fertig die sieben haste gras drin so der andere vorne wo meist drin war muss auch noch mal ein bisschen gülle rauf oder weiter kann ich gülle rauf haben dann müssen wir den flügen und dann musst du auch gras rein davor ist also eine kleine ecke so ein pb ding das lohnt nicht da immer reinzusetzen die kompass anlage war jetzt unten dabei die kühe oder wo die kompass anlage die hintere lu also was wir wieder fördern mit dem ballen und bei den dings liegen auch noch welche dann muss ich dreschen und dann wieder ballen und dann haben wir allerdings anderen gülle haben wir auch noch ein bisschen was können wir hier das war das stück voll kriegen dass er wieder meise näher gekommen das ist fertig wo ich dir den jetzt hinstellen links von dir denn jetzt ist dann das ist fertig das ist aber auch gleich und das stück geht weiter hier soweit wieder hinkommst mit dem kompass ja natürlich wenn der ist natürlich auch richtig ich fahre zum einmal um zu und dann kannst ja so hast du schon mal mit dem mit dem links hier nähe was auf cx die klappe ausfahren und dann kannst loslegen ja wenn es die originalsteuerung ist dann klappt das alles ja genau okay so hendry ich dachte das sind bei dir drei gänse auf dem arm für ganz blind wenn ich mich irgendwo hinstellen müssen zu gucken ich mal eben klein kann das teller allein essen so in etwa ja sieht ganz nett aus ne leute das blickwinkel ist so denke ich mal im schnellen teller allein essen wieder da das ist ja schmecken wo ein steht ihr mal war seht ihr mehr bei v7 166 ja bmw alles gut bei mir noch guck mal da möchte einer gehen tschüss hans brus was versprichst du dir davon was die ganze zeit hier rein schreibt das weiß er wahrscheinlich selber nicht nur oder erwartet dass jemand darauf anspringt ja ich gleich da hat er fünf minuten zeit zu überlegen und danach für immer so jetzt hat er erst mal fünf minuten zeit ach das ist so das gleiche theater mit dem kerl gut alles klar danke für die info dann ist jetzt hier aussage von basti daddeldu kann er sich jetzt im stream von draußen angucken ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist, Janni, schon fertig mit dem Mutti, oder was? Schaut mal auf meinem Kanal vorbei, ja, das hat sich jetzt hiermit auch ganz schnell erledigt. Jojo, ich lese das immer, was du reinschreibst oder reinkopierst. Ja, wir lesen das, aber bei einigen Leuten scheint das wirkungslos zu sein. Da haben wir aber vorhin was anderes gehört mit dem Nicht-Ein-Lock-Rennen. Aber wir dürfen noch nicht, ne. Ich muss mir gerade so auf die Zunge beißen. Er redet hier immer wie so ein Ferkel. Die Alte guckt zu, weiß. Lesen, ja, aber verstehen, das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Bei einigen. Ich muss mir gerade so auf die Zunge. Markus, ich mache mir langsam ernsthaft Sorgen um deine Gesundheit. Wenn du hier auch welche Hamster hier rumlaufen sehen siehst, also um Gottes Willen. Ja, Martin, Hans Wurst ist endlich gebannt. Tim steht unterm Stream. Markus, ich würde mal sagen, entweder nimmst du weniger oder du gibst uns was ab. Ja, was denn? Ist so. Wenn der schon einen Feldhamster hier rumlaufen sieht. Hm. Ich kenne das, ich habe auf der Autobahn schon mal irgendwen gesehen, der nicht da war. Okay. Da war ich ein paar Stunden unterwegs, von frühs um sechs bis irgendwann nachts um drei mit dem Bundeswehrfahrzeug. Ah ja. Weil freitags ist doch das Schöne, freitags ist doch ab 15 Uhr keiner mehr in der Kasernen. Richtig. Ja, und da ist ein Auto liegen geblieben, wo wir noch raus mussten zum Reparieren. Und da waren wir dann irgendwann wieder Sonnabend um drei zurück. Da habe ich dann auf der Autobahn schon irgendwelche Leute gesehen, die da über die Straße kreuz und quer laufen. Okay. Dann bin ich bloß auch ran gefahren, nächster Parkplatz und dann erst mal vier Stunden im Auto geschlafen. Echt jetzt? Ja, da bin ich gar nicht mehr. Krass. Ich kann momentan nichts sehen, ich habe momentan meine Brille nicht auf, also von daher. Jo, 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 alles klar. Ja, Sabine, das ist jetzt schwer zu beantworten, was sagt denn deine Lok? Stehen da irgendwelche Eros drin oder Warnings oder wie oder wo oder was? Meine Glaskugel kann ich leider momentan nicht fragen, die ist mir gestern runtergefallen, die ist kaputt. Ei. Ja, leider. Das auch noch. Ja, ja. Genau, solange er keine weißen Bäuse sieht. Oder rosa Elefanten. 100 Prozent, er ist essen. Richtig. Noch Kaffeein. Ja, fahr mal, dann weißt du ja wohl oben rechts, dass X ist. Zum draufklicken. Dann schönen Tag, gute Reise, guten Weg, gute Besserung. Die Krankheit ist nicht heilbar. Nö. Die Krankheit ist nicht heilbar. Nein, ich heiße nicht Olaf. Moin Olaf. Olaf, ist der neu hier oder was? Keine Ahnung. Ich kenne den Olaf nicht. Zumindest, ich habe hier noch keinen Olaf gesehen. Nö, ist noch keiner aufgetaucht. Nö. Klaas Fan 05, das stimmt soweit, ja, aber der Name stimmt nicht. Ich glaube, ich glaube, BMW-Fan braucht mal eine Pause. Du, mir juckt es schon im rechten Zeigefinger, also von daher. Er ist wieder am Stänken, ne, Kollege. Ja, ja. Noch, da ist der Nächste, der nach Hause möchte. Zack. 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 Ach, jetzt auf einmal, bitte nicht. Aha? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Nur BMW sollte sich mal überlegen, wenn ich Pause verpasse, das könnte etwas länger sein als 5 Minuten Dann muss er sich hinterher umbenennen, nicht mehr BMW-Fan Nö, dann heißt er dann Fan-BMW oder sowas in der Art Ich helfe mir auf die Sprünge hier mit der Kompostanlage, die läuft gerade nicht mehr Jetzt muss ich das Strohball reinfeuern oder was? Oder ist voll Nee, der Haufen ist leer, den fülle ich ja gerade auf in meinem Misstreuer Ja, dann musst du gucken, entweder ist Diesel alle oder keine, äh, nichts mehr drinnen Okay Musst du an der Seite da hoch, wo die Rampe ist und da ist ein Bildschirm, da zeig ich das dir dann an Nein, ich bin auch nicht der Holger vom G4F Olaf und Holger, Mensch du, immer neue Leute hier Na, das sag ich dir, du Wahnsinn Diesel ist noch drin, 2011%, Abfall ist 0 Also ist kein Dings mehr drin, ne? Ja, da musst du Stroh reinschmeißen Abfall leer, alles klar Ah, Torhals ist schon da Ah, Torhals ist schon da Ah, Torhals ist schon da Ja, BMW so langsam wissenbar, wie du das gemeinst Wie du das meinst Weil dafür kennen wir uns alle ja schon lange genug Nein, ich bin doch nicht der Heiko Ich bin doch nicht der Basti Ich bin doch nicht der Jabber Bist du der Toni? Da bin ich auch nicht Ach, schade Da gab es doch mal ein Märchen noch nicht, da gab es ein Rumpelstielchen Ja, genau so, was war da meine Art, richtig? Genau 100%, ich habe noch ein paar Probleme abzugeben, wenn du welche haben möchtest, ich gebe gerne ab Oh, kannst von mir auch noch ein paar haben, so ist nicht Ja, immerhin zu dem 100%, der sucht welche Okay Heiteres Name raten jetzt hier wieder, wie sehe ich das? Habt ihr das gesehen? Butch hat jemanden zum Stuhl warmhalten gehabt So, fertig Joho Du hast aber einen Service bei dir zu Hause Hast jemanden, der deinen Stuhl warm hält Ne? Die Mimi war da neben So, äh, ist weggerutscht, wa? Scheiße Ja, BMW habe ich gelesen Hm, hm, hm Das Toralf ist da in den Gängen Oh, Herr, du bist aber auch fleißig, du Ja, Toralf hat gerade noch die, äh Ja, ich will gerade erst mal noch Kompass auffüllen Ach so Gernis, bitte, was möchtest du? Ach, du sitzt im Dings, ja, Toralf? Im Radlader, ja Ja, klar Äh, du bist da Gut, da kommen wir eh nicht ganz schnell mit dem Kompass, ne? Ja Glaube ich Was für ein Dings? Da ist er Den hast du drin Oh, ich bin langsam düster hier Hm Hier haben wir noch ein paar Kuh drin Mal gucken Oh, da sind wir noch ein Gülle Sag mal, da habe ich ein Problem, ich muss zum Lachen immer im Keller Ja, das macht sich mehr während, das spielt schlecht Hm Ja, wir gehen zum Lachen in den Keller, ne? Und wenn wir schon mal da sind, können wir gleich noch ein bisschen Heizöl sägen Ja So geht das, aha, wenn die ausklappen wollen Oh, Sandro, der ganz normale Wahnsinn Wie sonst auch immer Warte mal, da sind wir ein bisschen wenig Aber du hast aber eine süße Katze Angie, oh, da habe ich noch mehr von, du Das war Mimi eben Hier gibt es noch Otto und Pelle Ach, das war die Katze Das war die Katze Das andere sind Katos Wer bin ich? Ja, das ist doch auch mal, oder? Glasfän Wer bin ich? Vorher, hast du zu knüdeln im Dödeli? Ist Vögli und Mögli Richtig Ja, hier war vorhin ein lustiges Name raten Während deiner Pause Ja, echt? Was war das alles? Olaf? Ja, das war alles mögliche Olaf, Heiko und auch was Holger und so Ja, richtig Wenn ich es fertig Das ist krass, gut Ich habe einige versucht, meinen Namen rauszubekommen Ach, deinen Namen? Achso Ja, mein Vornamen Ja Ja, die Stammmannschaft weiß den ja schon Richtig Dann haben sie doch bestimmt auch beantwortet im Chat, oder? Bestellenweise, ja Aber da war das Thema wieder lesen Oh, so weiter machen oder auf Tag zappen Reading from England Achso, ja Wie heißt der, gibt's die Olli? Moin, ne? Viel fehlt mir da oben jetzt nicht mehr mit dem Kompost Ich weiß ja nicht, wo es denn als nächstes hingeht Er läuft ja noch durch Kompost, oder? Der macht ja noch mengen Ja, Thoralf ist gerade fleißig bei Aber ich bin, wie gesagt, bin leer Ich stehe jetzt neben und schaue hinzu Hast nichts mehr Kein Kompost mehr, oder wann? Nee Ich weiß nicht, ob da schon wieder was liegt, aber Thoralf sitzt ja eh im Radlade Der dauert jetzt einen Moment, eh die will anfangen mit Produzieren Achso, okay, ja wie gesagt, kennen die noch nicht Den schnapp dir mal eben grob auch mit deinem Fendt Kannst du machen? Äh, mit dem Fendt, wo ich jetzt den, äh, äh, äh Stehst ja dumm herum jetzt Ja, ja Thoralf fängt nachher wieder an zu pflügen Ja, das schnapps schon War auch, oder was? Ich hab die Sion hier jetzt, ja Ja Mich auch noch wenigstens, du hast ja den Fendt, den neuen 36er Ja, ja, dann lasse ich den Miststreuer stehen bei der Kompostanlage, oder was? Gut, kanns machen, klar Ja Schnappst du den Grobber und den, an den Hinnere Kühl, das Stück musst du einmal durchgrobern, damit wir da, äh, wieder Mais reinkriegen Grobber steht beim, äh, Lohne? L.U. ja Der 7 Meter Federstart Ist zwar nicht so, so eine Ecke nur, aber nützt nichts, anders müssen wir irgendwie kaputt kriegen Wir müssen nicht noch von 131 noch so ein Ding kaufen, da Ja, ja, ich weiß, die da in der Halle steht, diese Alles klar, mach ich Kannst du fast Furious? Ne, kenn ich nicht, du Ne, aber guck, seit 14, achso, das ist da Wo hast du den Joni her, aus dem Internet? Muss mal gucken, ach der, ja V1 ist das, glaube ich, ja Mampf, so wie das aussieht, bleibst du heute auf der Ostsee, oder wie ist das, Mampf? Jojo, nö, müssen wir nicht unbedingt, wir können auch gleich wechseln Wenn du willst Wollen wir wechseln? Was sagt denn die Mehrheit? Das ist noch ein 5 Meter Tüdelüt, aber das ist auch so, das ist der gleiche, nur ein 5 Meter Wenn wir eben ein Stück da noch an Litsche, dann kann man das auch nochmal umfliegen und Gas reinmachen Da muss aber erstmal eben Puppe rauf So, du saßt hinter die Kühe So, schon dreimal wechseln Wechseln? Ja, dreimal ist es Ja, lassen wir auch nicht durchlaufen, dann gucken wir gleich mal, dann können wir gleich wechseln Schiffin sagt, bleiben Wenn wir jetzt wirklich gleich wechseln, dann, äh, glaube ich, mache ich mich aber auch lang Nimmst du mir nicht böse, aber du weißt, wie meine letzte Nacht war Nö, ist okay Macht nix 22.000 habe ich noch Das ist nur so eine Litsche Ecke da hinten eben, da Auch noch einen rauf, den bin ich da auch mit fertig Ohne weiß ich da die 3 oder 5, dann müssen wir den Rest noch fertig düngen dann, die Tage Klar Genau, zocker vorleihe, wir wechseln auf die Map an der Ostsee Ja, genau Ja, machen wir schon lange nicht mehr, ne? Die habe ich auch noch nie gespielt Das Licht ist nicht so da pralle, aber naja gut Soll sehr interessant sein, die Map Ich immer wieder gerne Wo sind wir jetzt eigentlich? An der Südsee, V4, glaube ich, ne? Naja Ja, da hat irgendjemand die Palmen vergessen, da stehen nur ganz normale Bäume Ja gut, gab noch keine Palmentexturen wahrscheinlich, wenn alle sitzen Achso, deswegen, ja Ach, das ist nicht ein Klimawandel, dass da überall so komische Bäume wachsen Ja Da warten wir noch 3 Jahre, dann kriegen wir hier auch Bananen, du Du weibst doch nicht mehr von ab Nö So, du sagst das Stück hinter die Kühe, da unten Mhm Du meinst das kleine braune Fleckchen da, ne? Über die Kühe jetzt von auf der Karte gesehen, oder? Mhm Muss leider nochmal nachfragen 17 Achso, die sind 17, oha Die 16 muss geflüchtet werden, da können wir nichts nach Wein sehen Da hast du Henry, aber leider sitzt Rudi alleine am Strand und trinkt Ja Ja Der ist ja in Rente, das ist ja Bruderburg, wenn ich nicht mehr arbeite hier Den ganzen Tags Geneve saufen, weißt du? Was hast du jetzt denn? Was? Jens, du hast gerade den Grubber von dem Güllefass hier, das geht nicht Oha Der Fahrdorf steht, ist da so ein anderer Der Fede steht Können wir hier ran machen, das ist gleich gegrubbert, ne? Das ist eine Abbacken Ey, ich muss nicht mehr lange rumfummeln Hier noch eben Gülle rauf, das ist alles schön ding und dann wechseln wir Näch? So tun wir Ey, das ist zu schnell Und dahinter ist Gras, dann können wir diesen Placken noch Gras reinmachen Oder Kartoffeln rein oder was weiß ich Aber wenn du denn eh gleich ins Bett willst, Jens, dann brauchst du da eigentlich gar nicht mehr anfangen Ja, okay Ne? Weil sonst haben wir wieder 1000 Baustellen da irgendwo Und nix wirklich fertig Nee, nee, alles gut Dann kommst du auch nämlich durch den anderen her Mach mal schön sauber hier Jo Das ist doch gleich fertig hier Aber auch idyllisch hier, das hab ich auch noch nicht gesehen Ich spiel die ganze Scheiße nochmal ab hier Jo Ne, mal ein Torralf und ich gleich noch ein bisschen Silo, ne? Jo, machen wir auch Mir noch ne Runde, kannst du zwischen erstmal zusammenschwatten Ladewagen, mieten oder was weiß ich Mal festfahren und so ist da mit dem Trecker, da gibt's kein Radladung Jo Das geht auch Jo, muss irgendwie Was steht da auf, soll da kläden Karte auch hier macht, das geht Kontenlader vorne mit mit Schaufel dran und dann haben wir ja, steht da alles auf dem Hof Ja, da oben Ein bisschen weggebe ich noch mit dran und dann passt das Haben wir auch alles da Schüppel haben wir auch da Nur ein Ladewagen eben mieten oder kaufen ist ein bisschen Okay Weil kommt jetzt auch ein bisschen, sagen wir mal hier das Flügel Das ist wirklich bei den Schnee hier Ja Ne, da wollen wir mal gucken, wir Kohle haben den größeren oder zwei, drei Setzen wir nächstes Mal einen Helfer mit an In die Kötübeln kommen wir da auch noch Guten Abend, dicker Sauerländer Oh, moin du Wir kriegen die Ecke hier Ja Gut Kaum die Rede wert, die Partelle Hm Ein paar Bilder aus dem Fertig Fertig Hier nehmen wir eine Auffahrt hier, das Ding, wa? Ja Und dann lasst du den Fendt da stehen, Thoralf, ne? Naja Dann wissen wir, wo wir weiter machen müssen, dann nächstes Mal Ich fahr gleich nochmal schnell tanken, weil sie bloß noch 117 drin sind Wo im Fendt? Ja, mit dem Fendt Achso Und dann stelle ich ihn genau da, wo wir hin Thoralf? Kann auch nächstes Mal machen, also egal Ja Jens? Hast du den 7er Fendt, oder welchen fährst du gerade? Mhm Ja, den 7er Achso, okay Oh, fertig Da ist Sens, guck Wo ist der andere denn? Der Grobber So, der steht hier hinter der Halle Muss da jetzt gerade zu Ach, da Ach, das sind sieben Meter, genau Scheibenegge, oder was, müssen wir nochmal holen Eine große Hatte ich ja, aber die habe ich wieder weggebracht, weil die so teuer war, ne? Irgendwann du gemietet Weil die Miete hier gefressen hat Genau Aber die können wir ja kaufen, dann irgendwann Nächst mal ein bisschen den Dreschen hier und so weiter Dann ist das wieder am Tag, ne? Jetzt ist Feierabend, 20 Uhr, halb neun hier, jetzt Ende So, fertig, Thoralf? Ich bin fertig, jo Gut, dann auf geht's, schüssi Zurücksetzen, nochmal speigern Pop Und raus Niklas, nee, Basti ist nicht mehr da Der hat Feierabend Jetzt erstmal Call of Duty spielen Janus, ja, dann mal los Mascha, moin Butcher, was hältst du von der Karte Losshügelland? Ich finde die sehr schön Nur ein bisschen groß im Moment Mal sehen, was wir da noch machen können Von der Mache hier finde ich die ganz gut Das ist klasse So, Jungs, wie sieht's aus? Auf nach Kultburgpark fahren Wo sie? Ja, wie gesagt Jens, ja Ich wünsche euch dennoch einen schönen Abend Meine letzte Nacht war sehr kurz Ja Und ich werde mich jetzt auch ganz gepflegt lang machen auf dem Sonnabend Ja Dann mal raus, Mann, Basti Das war da auch Und Chat, Toralf, Rainer Ja Ich weiß nicht, ob Christoph auch noch dabei ist Keine Ahnung Nee, das ist mir jetzt zur Zeit nicht durchgerauscht Durch den Chat Achso Und liebe Community Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonnabend Ja Und dann bis zum nächsten Mal, meine Freunde Wir hören uns Ja, spätestens Alles spätestens Genau, spätestens, jo Und komm gut zu liegen Und mach nicht das am Wochenende, was ich nicht auch tun würde Deutschland 2, ne, Leute? Ja, Deutschland 2 Gute Nacht, Jens Schlaf gut Tschüss Ciao, ciao So, Servus, Bubba, sag ich Tipp Gut, Ivan, hi Gute Nacht, Jens Also, hau rein, Jens Alles Jens, Jens, Jens Weil ich mit dem Spiel will Und dabei zählen will Das ist auch gut Zählen ist gut Mach ich auch mal gerne Gute Nacht, Jens, Jens, Jens Niklas, okay Tschüss, Jens, Jens Alles Jens Oh, Tor, Räfte schon da Zack, hat das raus So, aber Da hier ist auch 19.30 Tor, Räf und ich gehen Das gleich erstmal nach Ja, eben Mach ein Buh Umblick Bis morgen früh Ne Das ist ja gut Dann kann Tor, Räf, gleich den Deutsch nehmen Den wollten wir gestern Oder letztes Mal Ja, hier, ja, solltet ihr den sehen Und dann nehme ich mir nochmal den Den, 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 den Na, den B-Trak und Mäh noch ein bisschen Das schauen wir mal mit zwei Mann Auf welche Felder? Deutz und den Schwatter Und der Silo machen Ja Tö, 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 tö 36, 37 36, 37 Ja, und ich mach 38, 39 Was? Die müsste, glaub ich, hier trennt anfahren, ne? Ne, fährst auf 36 rauf Und dann kannst du von 36 auf 37 Und ich muss jetzt einmal ganz um zu Hinten bei Dings Und kann da irgendwie ein Weg auf 39, 38 dann Ja, ja, stimmt Zwischen 37, 38 ist ja eine Verbindung So, und wir haben jetzt mal genug Mal gucken, was denn kommt Und dann Ladewagen holen, den fahr ich ran Und dann irgendwie festfahren Oder was, was ich, müssen wir denn machen Zwischendurch kann es auch nochmal bei Vigo gucken Und Schweine, happy, wo nicht, ne? Ne, ich bin, habe ich noch einen Text ändern Was? Jojo muss jetzt einen Text ändern Nicht mehr matt an der Ostsee, sondern Kultburgburg fahren Genau, so sieht das auch So, einmal Bis morgens früh So, halb sechs Gewölkt Mach nix Für Silo fahren geht Wollen ja kein Heu machen Ach, da ist noch die Presse hinter Beim Deutz? Achso Ja, guck mal ab Ja Auf geht's Gefrühstückt Kurz vorweg und so Ne Nochmal eben schnell tanken Und dann geht auch weiter hier Und? Gämmau Wie sieht's aus? Hast du schon einen Lappen geholt? Hä? So, ich tue mich auch verabschieden von euch Jo, Rainer Ich bin noch ein bisschen zu Frauchen aufs Sofa Sonst ist da auch wieder Mecker Ja, ne, da mach man Die freut sich auch, ne? Ja, auf jeden Fall Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend Und bis zum nächsten Mal Ja, schönen Dank, dass du da warst War schön Jo, bis dann Ciao, ciao Jo, tschüss Tschüss So, Jojo falsche Map Haha, hi, 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 hi Ich kenn dich nicht mal Aber okay Niklas Wen? Mich? Bisschen noch Jojo, echt Ich bin wieder da Und wie du vergessen hast Hat dich jemand Wart Ich bin wieder da Und wie du gegessen hast Hat dich jemand beleidigt Tobokrascher Warum? Tobias? Tobias war das Weiß ich Mach doch nix Mich kann man doch gar nicht beleidigen Tobias Weißt du doch Das geht gar nicht Ich lass mich einfach nicht beleidigen Hast du den Warte mal Den Spatter Entweder hier Oder auf dem Kuhhof Steht der Ich glaube auch im Kuhhof Scheiß Wetter heute Na ja Müssen wir erleben Was auch so Was? Die Presse Ja mal Mach mal Mach mal Ich glaube das andere Gerümpel ist auf dem Kuhhof Da In der großen Halle Knubbel Gute Nacht Rainer Achso Rainer Rainer Da müsste zum Kopieren Die Falschmüllung Musste sein Zum Kopieren Aha Den Zocken LS Jawohl Der hat an die Decke gespritzt Rein denn Da glaube ich Der tropft mich jetzt so lange Soll ich auf dem Kopp Oben Oh ist der düster hier England Warte mal ab Vielleicht klart das ja Hände auf Oh Sonne soll danach kommen Da siehst du ja Oh Mien können wir ja Diese Gülle haben wir ja auch drauf Und Jens mal fliegen Irgendwie müsste das jetzt da hin Bei So einem Laden Da hinten doch irgendwie so ein Pad reingehen Da muss man auch 38, 39 kommen Hier nicht Der ist am Ende der 13 Wenn du jetzt die 13 zum Ende fährst Vor Schock steht es rein Schöne Tüppels hier Mal sehen ob ich den Bauern die abschnacken kann Weiß ich auch nicht Oha da haben wir Wege hier Wege auch noch nicht finden Schön Finde ich auch gut Ja Ist auch ne Schöne gemacht Im Web von der Landschaft Finde ich auch Ist nicht zu übertrieben Aber hat alles Hand und Fuß Was er da gebaut hat Ja Treffen sie gerne den Brett Stein Sagt der Stein zum Brett Ich bin ein Stein Darauf das Brett Wenn du Stein bist Dann bin ich Brett Pit Schön wieder im Betrag Sound hören Geil Tim Ja Darum haben wir den hier auch nicht überall Ne Das wird es ja auch langweilig Ewig hörst Ne Sind da fertig Schisten Oder unterwegs Ja ja Wir haben schon alle abgekühlt Jetzt Und schon alle fertig So Auspacken Auspacken Äh Das Mähwerk Ist das auch so ein Boden Ja Ich glaube das können wir auch striegeln Daher denn alles So Die bekloppten Englern Da sind wir schon genau unterwegs Ja Frühmorgens Ach da steht doch Hm Das kann wieder nicht einer lesen Ja, ein Wiesel Ah, Jan Köster Was habt ihr da untereinander? Was ist das für eine Map Butcher? Das ist die Coldbrook Park Farm In Herfurt, in England Da wollen wir Silo machen, viel Kühe Da waren wir schon bei, wir haben da hinten schon angefangen Da fängt, ne, da auf der anderen Seite Noch ein weiter Da fängt Torreif jetzt gleich an zu schütten äh, zu schwatten Äh, Bastian ist Was ist das? Also, Bastian spielt nicht mehr mit Ne, Marco Er hat jetzt Feierabend Ist auch mal, ne, muss auch mal haben Und hoffen, dass es mir immer ein bisschen aufklart hier, ne Die fahren schon mal wie die Geistesmacht hier am Nebel Ja Oh 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 Das wird nachher noch klarer und sieht noch besser aus. Das wird nachher. das ist der erste schnitt in england hier liebe butter hast hast mein herz 100 prozent dankeschön das nett von dir ja 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 gleich wird es einfacher hier wir müssen rumorgeln tor ist zu leise ja ganz einen kleinen tick lauter machen geht das bei dir noch oder soll hier machen ich hatte eigentlich schon jetzt alles hoch und ist gott euch mikro schon gefunden wird das mal so mache ich das noch mal eben bisschen hier moment mal eben speichern weil sie mal eben raus hier spiel speichern ja discord an machen es kommt jetzt von dem sound vom mb traktor ist ein bisschen lauter so die lütte an mann so halb rechts sag mal eben was tor ralf der horst sagt licht bitte an doch noch mal eben was und ich soll dir von meinem bruder sagen sagt er franks du bist cool gut supi denke ich mal ne mit sound 102 prozent hast du hier jetzt ok ups alles klar mit dem kuchen stehe da noch die hälfte hier ja ist gut und tor ralf noch mal eben was sagen jetzt mit dem sound hier ne müsst das eigentlich hinhauen franken agar videos servus hast du es genau so laut wie ich jetzt und äh horst ich hab's licht an die auf der weidebrot kein licht batterie ist eh schon so ne alte gurke drin hier rutscher servus säcke franken agar videos moin oder servus licht bitte an horst siehofer warum auf der weidebrot kein licht ist doch hell genug hier so siehst du für horst mal ne runde licht hier patrick so was brauchen wir nicht ja ist gut jetzt siehst du ja ich finde auch das wird schon ein cooler typ ist also hundert präsent danke dann schee bitte hast du also geld schieden brauchen wir nicht wir transferieren mal ein paar markt von einer von einem hof zum anderen das haben wir uns auch erarbeitet wenn mal was gebraucht werden sollte bis hier mal das wäre in echt ja auch das ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 habe ich schon lange war ja ich habe einen gemietet den lütten bergmann soll ich den wohl habe ich auch schon voll bin ich denn jetzt den kannst du auch in einer kahn lust der fendt das ist alles ein bisschen arg marco hier guck dir das mal an gerade ohne Ah, jetzt geht es um die Knie hier, wa? Links fahren nicht vergessen, nee, pass auf. Ja, das wird ja heute im Nebel die ganze Zeit schlimmer. Ja, aber es steht Sonne hier an hinten. Ist ja ja 6, halb 7 oder was, mal gucken. Bin ja mal gespannt. Da fahr'n rückwärts rein. Da kippe ich dir da hinten so eine Straße hin und dann kannst du das schön verteilen. Es gibt ja so einen neuen Silo-Verteiler, der geht richtig gut. Der gelbe? Ja, der mit dem Schutz da nach außen rum. Ja, ja, den Silo-Break, ne, den habe ich auch hier drin. Oh, weil der geht richtig gut, ja. Können wir gleich mal gucken. Wir haben ja hier ein Silo, da wird's das voll, da haben wir noch jede Menge. Aber der braucht 150 PS. Hat der das nicht hier, der, der, der Dings hier? Ja. Den haben wir noch 45, der macht's eine, ne? Ja, aber ich glaube, das geht auch. Jo. Töd'l mal ein wenig rum, hepp für wat nur down hier. Ja, klar. Ist da so da ok, oh hier nebel, du? Bitt gif' nebel sich ja nebel, tömo döller sich ja malo. Hier, da stehen noch ne Palette drauf, die kannst auch nochmal immer an der Seite packen, naja. so ein bisschen auch immer natürlich wieder noch einen holen aber das für kohle das schafft ich habe den gemietet ihr zurück ja 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 glück gehabt aber wenn würde ich sagen gleichen richtigen wer soll den entziehen da hast du ja da hast du ja nichts zum ziehen nehmen wir die abschleppstange an zwei trecker vor und anständigen schlepper weil die geholt und t7 mal hier oder so oder was aber die kohle habe ich ja nicht mal mich pleite erstmal kühle noch ein und all damit die produzieren und machen können dann kriegst du damit am tag mehr von dem mais runter ab in die bga dann schafft das was aber nicht so hier müssen wir noch ein bisschen knapsen läuft ja schon an der ostsee läuft ja schon näher auch noch nicht richtig so geht das ist man den bga rein das gibt ja gelten ja besser wie hier auf jeden fall hier da sind die äcker da muss eine erde und abbrechen da wiederum flügen land kaufen wieder aber wir müssen doch jetzt eigentlich gar nicht mehr jedes jahr fliegen oder wieso wir haben ja ja hier aber noch nicht jetzt diese neuen dinge habe ich noch nicht gefühlt die anderen wenn du jetzt einmal drin aus brauchst nicht jedes jahr fliegen ja wo ist denn jetzt müssen streben wir brauchen gar keinen weg silo verteilen das geht so richtig gut schon einfach rumtütteln spielen wollen wir aber jetzt bringt sie auch schon was dann normal drüber zu fahren da gehen ja auch schon placken nein die kleinen bauern silo machen also oder mittel oder was ich so machen wir das jetzt machen wir auch nicht anders also haben wir nicht anders gemacht ja 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 japan ja 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 siehst du wir haben jemanden der unseren hof klastert und anbaut zocker for life ja dann siehst du guck damit wir mal schnacken was sie guck mal in die xml von bad aus die sinne wo man die xml von dg operherst du hast doch auch den neuesten ls 17 patch schnack ja habe ich wieso wieder immer nekelmann die leckerlige schwatten hier hier nach müssen wir gleich ordentlich kunstiger drauf werfen ja zu klein wie viel kreise ich war da habt ihr ein kreisung ein einkommen was zwei kreise zwei kreise die kuh oder schön von der arbeitsbreite schafft er dreimal so viel wie der einkreisung ja so lang für die stecken hier ja klar weil der einkreisung hat noch nicht mal die breite von einem kreisung was der zweig ist die unigurke die hände ja gut auch für so ganz kleine bob obdinger kann man den ja klar und immer so oder wie ich den halt immer nehmen so viel schuss stroh noch mal schütten oder sowas da ist ja schön ja es warst du nur mit einem moment ja wohl dazu modern aussieht ja richtig aber hier bei uns in der gegend ist sehr gut weil ich will viele viele schiefe ecken haben und bei denen kommt so richtig gut in die ecken rein das ist immer so gehört bei dir auch so sehr ist nur selten aber wenn dann richtig wenn ihr mal einer stock oder so dann kann das sein dass der gerade speichert hier mal eben ich habe die automatische speichern am bmw können ja einmal so das ganz kurz du weißt ja wir haben das ja mal vergessen und dann können wir nämlich drei tage zurück stuhlen spielen das ist jetzt sehen wenn man anfangen mit fliegen ja alles noch mal auf einer ostsee ja ich wollte angefangen dreiviertel reiche schafft ist doch meine frau guckt heim die zu und jetzt erschreckt sie bestimmt weil sie meinen post liest so war geile dna macht's gut janus ist ja meihofer das tag schön dass da bist ich habe damit kein problem also jörg also wie heißt die web eigentlich kultburg park farm heißt die bin schon unterwegs claudia wer zocker auch herr guten tag herr feier let's play einen wunderschönen guten tag wünsche ich ihnen die grüße aus aus friesland bernwiese moin so 100% verdichtet dann warte ich mal wieder auf den rutschern ich bin da wieder da das sind alles so mickerige voltens hier das ist das problem john boy voltens hier was soll ja ich kann die palette und gleich verliefen sie ihn to ralf gibt es eigentlich eine taste für muten in hier auf das court da kannst du selbst belegen und dort gehst habe ich mir zum beispiel auf dem lenkrad der taste belegt wird das ist mikrofon reise machen kann stimmt geknackt das auch nicht mehr so kann das nicht darum schwester hier ist das schön habe ich jetzt noch vermisst oder auch für muss bmw fällen muss also zubeck janus doch und so ich gehe auf einstellungen und dann auf hot case genau da guckst du beim mikrofon und ich habe zum beispiel eine von mir g 29 mit belegt ach so aktion und der mikrofon ein ausschalten genau und dann hinten einfach jetzt die tasse drücken genau der fern wir jetzt rein habe ich mir gedacht auch aber du kannst du aus dem spiel raus machen was du brauchst du dich hin und her tappen alles schön das ist egal wie es immer noch mal haben wir außerdem 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 potato park fahren heißt die ich hab das auch wenn ich den normalen ein und ausschalter nehmen für das mikro dann hört ihren knacken hast du über die software nicht und er hat auch noch ein paar tag Okay. Hm. wo soll der jetzt hin ist er voll ne der ist dings aber den kann er ja nicht mehr wieder voll machen hier hinten da steht noch mehr oder stand einer ne steht noch einer hier an der Wand da rechts vor mir oder wenn du rauf guckst links von mir da vor Schafe du n Weg ach da ja aber du die müssen wir ja auch mal verkloppen das gibt ja ordentlich knippe ich muss auch nicht warten bis da so ein bisschen Angebot kommt kannst du am meisten führen auch sehr gut jetzt haben wir jetzt mal was zu tun das ist schön ist es gut auseinander gemacht ja schön freut mich so du musst du nur ich muss noch mal in der Tante Meier meinen Kaffee drückt kannst du da wenigstens noch rausfahren dann ja hol du mal im Futter noch ja gut dann steig aus ja will ich dann warte mal 36 ne oder was war dann da muss weitermachen 36 37 36 muss noch weitermachen da ist noch ich stelle mich mal eben denn da komme ich da oben rauf nö schade ich stelle mich da hin wenn du gleich wieder kommst ach dein komischer Gang soll ich das wieder raus machen oder geht das ne ne das geht jetzt ach so gut bis gleich jo ciao toralf wie weit bist du da hinten bei dir äh ich mach jetzt die letzte das ist die 39 wie weit machst du das äh einmal rum weil ich muss immer mit dem ollen Ding so weit in die Heckenrennen fahren ok aber die 38 ist schon fertig ja passt ja ich hab ein linker aus was sie nicht angeschlossen hat er sehen sie erst dass er zu verraten das ist wie ich bin doch ich bin froh dass ich jetzt in der karte ja das ist schön ich will aber jetzt nicht noch mal neu synchronisieren das sehr blöd wie sie sehen fahren sie falsch musste gerade durch ja zur 36 siehst ja gerade mich hier rumguck auch in meiner richtung ja zu george auch da kann ich ja voneinander unten rein fahren ne ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, Herr Lehmann ist nicht auf dem Stuhl, er hat bestimmt mit runtergenommen auf Toilette. Ach so. Naja, ich... Ich sage, ich gucke den, äh, gucke auf dem, äh, auf dem Handy läuft der... der Stream mit. Hast du keinen zweiten Monitor? Noch nicht. Aber, äh, Liefertermin 8. oder 9.5. Mhm, wieviel Zoll? Ein 27er wegen Platz, aber reicht. Mit, äh, 25 noch irgendwas mal, 1440. Ah? Und G-Sync. Was ist das denn? Das ist von Nvidia, was von AMD gibt mit dem FreeSync. Mit 144 Hertz. Ah, cool. Ist zwar, äh, sozusagen werden jetzt viele sagen, es ist einer von Dell, aber ich habe seit Jahren Dell und bin hochzufrieden mit. Mhm, was hast du jetzt? Auch ein Dell, aber in, äh, äh, 22 noch. Ja, also das heißt, der 27 wird dann der Haupt? Der wird der Haupt und an dem anderen läuft dann, äh, der Stream mit. Und der Chat. Mhm. Weil vorher hat mich, brauchte ich das ja nie. Ja, und wie gesagt, solange der Monitor läuft, behalte ich ihn. Mhm. Und, ja. Und das Vorteil, das ist ein, äh, IPS, das heißt, den stört auch nicht, wenn er nachher schief zu mir steht. Weil der 78 Grad Blinkwinkel hat. 178 Grad Blinkwinkel. Oh, schön. Was für eine Internetleitung hast du? Eine 16er. Mehr gibt's bei uns leider nicht. Ja, ich weiß nicht, ich hab eigentlich immer mit 69, aber ich weiß nicht, was es jetzt mehr gibt. Ich hab ja schon mal als probiert, an eine neue Leitung dran zu kommen, aber irgendwie, keine Ahnung was, da kommt mir schon denen. Äh, ich sag mal, mein Bruder, der arbeitet bei der Telekom, der sagt, möglich ist alles, du musst nur das Geld haben. Ja. Und bei euch? Äh, gibt's bloß 16.000 in dem Ort. Aber, äh, die 16.000 habe ich durchgehend stabil. Na gut, dann, dann bist du auch zufrieden. Ja. Dann passt das. Ja, du hast es mit LAN verbunden, ne? Äh, seit dieser Woche mit, äh, Power LAN. Vorher war es WLAN, das erinnert mal, wo ich mitgespielt habe, auf der Ostsee. Ja, das leckt dann. Ja, hab ich auch gemerkt. Dann hatte ich mit, äh, hatten wir abends noch ein bisschen geschnackt, nach dem Spiel. Und da sind wir dann auf die Steckdosen LAN gekommen. Da hab ich mir ein Set bestellt, 1200 Mbitz. Einwandfrei. Ohne Probleme. Kannst du mir davon mal einen Link schicken? Dann, ich will das mir dann auch gönnen. Ich bin nämlich auch gerade nur mit WLAN drin. Ja. War, äh, um die 70 Euro, das Set. Mhm. Und kann ich da auch WLAN auch noch von holen? Nee, das ist das Einfache ohne WLAN. Nur rein. Gibt's teurere, aber den brauch ich nicht. Und gibt's das auch noch mit WLAN, also? Äh, musst du bei dem Hersteller denn da auf der Seite gucken. Ich hab jetzt eins von TP, Link heißen die. Und, äh, ich glaube, äh, Butcher hat hier eins von, äh, Devolo, wie die heißen. Äh, gibt's nicht Varianten. Also, musst du gucken. Ja gut, weil wenn, dann muss ich das gleich kaufen, weil... Ja. Ich will dann, wenn ich unten bin, auch noch WLAN fürs Handy haben und so. Dann werde ich vielleicht ein Ding da und fertig. Ja, ich sag, ich bin mit zufrieden. Funktioniert, mach das, was machen soll. Dann passt aber. Ja. Ne, und ich hab ja WLAN weiter an für der Handys. Das, das reicht ja, das passt ja. Der Streamy auf dem Handy, der läuft im WLAN einwandfrei. Na klar. Ist doch nur noch, weil du mitspielst, ne? Ja, ja. Aber bei mir lecken tut's jetzt eigentlich auch nicht. Vielleicht so, die Lenkbewegung nicht so ganz flüssig, aber das stört nicht. Ja, ich hab's an der Ostsee gehabt. Da war ich dann auf dem großen Feld hier, den 26 Hektar Schlag. Da war ich dann noch immer 40 Meter weiter vorn mit der Seemaschine als vorher. Ja, passiert. Ja. Ja, zum Glück war kein Baum in der Nähe. Ja. Hast doch mit GBS gefahren, oder? Ja, ja. Zum Glück. Das passiert öfters mal. Ja. Aber jetzt hier, äh, heute, ein Mann frei. Ich soll jetzt erst mal verteilen. Sieht man mich grade im Stream? Ja. So. Ja. Ja. Und weiter. Ach, deswegen schreiben, schreiben das hier alle in Chat. Ja. Vier Feuerwehren, Polizei, Krankenwagen, weiß ich ob da einer ein Gram gejagt ist oder brennt da, weiß ich nicht. Brennt nicht, dann würd ich das sehen. Ich hab immer ein Fenster geguckt, ja. Da hab mir eben auch gehört, ein kleines bisschen. Aber nur so Dinge. Ja. Weil sie sich im Chat drüber und da hielt. Wir haben grade voraus hier abgesperrt, die Kreisstraße. Ja. Eure Fläche. Ja. Muss ich nicht auch noch hin, du. Nö. So. Lukas fest. Ich hol wieder ein, jawoll. Ich hab nicht erstmal genug zu gehen. Oh, siehst du, wird ja langsam heller hier, wa? Sieht dann aus. Ja, ein kleines bisschen. Nö. Mal hin. Upa, ich hab dich vermisst, Angie. Jo, ich musste mal eben nach Tannemeier hin und dann hab ich mir nochmal eben so ein bisschen Butcher-Diesel geguckt, ne? Butcher-Win, sowas, ne? Ohne geil, ne. Ey, Ibus, wir hatten beide recht. Ja, ist hier. Volle Pulle. Kann auch sein, ups. Das wieder. Dass da einen an Graben gejagt ist. Wir haben hier so Zuggräben an der Straße lang, ne? Ja. Pass auf und zu mal. Besogen hier in Rielsgaden oder wann? Und dann zack, da rennen, fertig. Wie tief sind die? Hier? Das war schon ausgebuddelt. Zwei, drei Meter. Oh, das tut schon mal weh, wenn der Tasch fährt. Jo, ach. Ich sag, bei mir ist heute ruhig. Ich wohne direkt am Krankenhaus und hab eine Feuerwehr auch 500 Meter weg. Aber wette schön ruhig. Nö, sonst ist hier nix. Na nicht. Selten. Doch eben vor... Meistens Fehlernormen. Das Schlimmste ist jetzt immer durch die Feuerwehr. Einerseits ist es nicht schlecht. Aber es sind in Fülle Einsätze rein Fehlalarm vom Feuermelder. Ich hab gar keine. Scheiß kam. Vor, weißt ihr, vor einem Vierteljahr haben sie hier ein bisschen weiter hin. Ein paar Meter haben sie einen tot in Graben gefunden. 47 Jahre. Der war da auch für Fete. Die ist gehalten, aber wird immer Hochzeiten gefeiert. So ein großes Ding ist das hier ein bisschen weiter hin. Und der ist da irgendwie in Graben reingefallen oder was besoffen und abgesoffen. Ja. Oh, was. Ja. Als besoffener kannst du in der Pfütze ertrinken. Den haben sie, weiß ich nicht, irgendwie drei, vier Tage später gefunden. Fußgänger. Äh, nicht zurück. Zurück, zurück, zurück zu weit. Na, wo liegt denn noch was? Na, hier ist einer. Aber dein erster Stream war ja auf der Kolfrischparkfahrt. Ja? Weiß ich gar nicht mehr. Da haben wir nämlich die Ballen geholt. Mach's ein. Ich weiß doch gar echt nicht. Siehst du mal, wie lange wir die schon spielen? Ja. Und dann haben wir noch nichts gescheit. Ich sehe. Ne, von Anfang an. Kommen wir mal was Neues wieder. Den Schlepper hatten wir auch von Anfang an. Außer der hatte schon mal Achsenbruch gehabt zwischendurch. Der MF habt ihr doch ausgetauscht und nicht. Der kam doch schon einmal neu. Der ist neu. Garantie. Also Versicherungsfall war da. Dann gab's da so einen roten Transporter mit Beulen. Ach so, ja. Ja, da ist so ein Trascherin hier vorne, so ein roter. Ja. So ein Haio war da drauf. Oh, schon was da passiert hier auf der Map, du. Wenn wir den, wie heißt das so schön, wenn wir den kennen hören, wer das war, ja. Ach hei, der würde auch gar keine Ruhe fliegen. Das wäre wahr, ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das Geld rasselt runter. Genau. Ich geh jetzt aber auch mal raus. Ich bin echt müde, hab dich lieb, Toralf sei lieb. Nein, nein, bis zum wat. Bist immer lieb. Toralf, sei ähnlich. Hab ich lieb, Engie. Schlaf gut. Ich bin lieb. Ich bin lieb, Engie. Ja, ich benehm mich jetzt, ne. Richtig, zweite Nummer ein Gedanke. Irgendwie Crashern, Ritty. Was die lieb, schließe ich mich an, siehst du? 100 prozent dann gehen schlafen 100 prozent will auch knacken oder alle machen ja bis zwölf noch und dann machen wir alle ja zehn stunden rum das gut wenn sie wünschen eine gute nacht bis bald wieder in die stadt gut aber gerade schaffen wir ja nicht wieder auf die anker moin moin in die feierabend jetzt gucken wie an kado so lange an knuffen mensch 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 darum sonnabend da machst du denn irgendwo die ballen ziehen 30 frames was sind die die 10 30 fps welche wenn man da hinguckt die ballen ja bei dir aber mir nicht doch jetzt nicht mehr jetzt nur 23 das ist 10 50 die ist ja 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 aber jetzt geht es jetzt ja jetzt nicht mehr jetzt 602 wird schon mal wie wäre es mit beifahrerskript dann kannst dich bei jedem einsetzen wenn du nach tante meyer muss ja man aber der ist nicht einfach nur mode muss ich in jeden trecker einbauen in den sieben er haben wir da ist der automatisch mit drin und in dem in dem in dem class pack auch aber in diese dinge da muss ich dann jeden jedes ding einzeln einbauen das ist ganz viel richtig und dann will ich den trecker nicht mehr haben und dann ist das alles weg die ganze arbeit umsonst das lohnt mich bei den manchen schleppern wird sogar schwierig denn bei dem was weiß ich das schleppern und allgemein was wir darum liegen haben so über was weiß ich wie viel sechs gigabyte an mods und scheiß was wir da schon im ordner haben zweieinhalb dass ich das fertig habe ich habe mal die schlepper gezählt ich habe mal die schlepper gezählt wie viele es sind also ich vor zwei wochen waren es noch ich glaube so über schlepper über zehn zwei jahre arbeit bis dahin haben wir dann lust oder kommt irgendwann mal ein mod oder was weiß ich oder wenn ich es auch gut oba du hast ja niemand vergessen gehabt richtig oder eben in der tür stand das was passiert so schnell hingehetzt wenn ich nicht hin da sind wir noch leute fachkräfte oder einer dort gejagt oder so kann es haben ich bin dann durch vor den seht doch noch den schwadau auf den hof jo und dann mal gucken was wir denn noch so tüdel doch durch verhecken hier war ja mit der schneidwerke kommst du nicht durch durch die hecken ne stimmt ja auch gesehen was haben wir das erst mal müssen ja noch mehr mien irgendwann nachher aber jetzt mal gucken wegen dem wachstum mal gucken wo da reingeht weil für das schneidwerke hatte und der kolli rein je macht ne macht nur nix ist ok so meinte ich das einfach nur ein schlepper mit dem script auf dem hof ja das wären 7r das passt hier jetzt nicht her mann hier nicht bist der einzige jetzt bis jetzt naja müssen wir auf jeden hof haben und den drescher ja und hier auf diese dinge jetzt ein lexion 87 ne passt auch noch nicht ne noch nicht hier tüdel wir noch mit unseren kroms rum bisschen altertümlich wollen wir gucken ob wir hier mal so einen t7 nennen wenn wir kohle haben ne gebe ich nur jetzt nicht aus auch wenn es jetzt passen würde und da bleiben 4000 über oder so ne da meine ich wir haben doch schlapper wir lassen mal ein bisschen reisen mal richtig arbeiten oha kaum komme ich von vom ham hier du 1000 tommys an hier oh man von allen seiten ne ich hab's ganz gut platt gekriegt war's gut immer ran damit du hast das festgefahren ja ne oder ja du hast jetzt 84% aber was schönes was schönen grünen den deutzi willst mais legen torreis ja ich mache noch den kopf sauber und dann ich dachte die maisdrille mit dem vorne mit dem in den düngertank steht da hier den kärcher stehen hier vorne frisch und auch vorbei hier ist oben auf dem anderen hof ist der ganze scheiß und zum vollfüllen auch da dann nimmst die dann hauen wir doch mais rein ja warum nicht im moment da haben wir noch genug strohen kamen die 17 17 17 sind wir denn jetzt wir sind da 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 17 ist das die 17 da soll mais rein ja wir haben ja auch noch wegen man auch noch wegen häckseln denn die tage das müsste mit dem deutsch funktionieren wenn nicht dann muss du musst du den den sie muss gucken ob sie hier dann noch nähe bleiben geben 2000 damit dann sie einmal voll machen kann ja ich fahre ja mal vorbei sehen wir denn wie heißt dieses kind die mo keine ahnung ist nichts was für mich war ich gehe ist nichts was für mich alena was ist nix für dich gehen hier schon wieder ab ich habe auch torias verstanden was für ein kind wo hast du die meistrelle mit dem düngergewicht her von welcher seite justus das ist aus die dlc pack dlc hat doch jeder jeder sau heutzutage oder nicht irgendwas komisches ist ja genau hingucken ich würde sagen wie schick ihm das machen tut ja mitte rechts links wo hätten sie es gern machen sie das mit was die osi pro normal ja sicher machen wir doch noch mal das war erst der anfang wurde habt ihr doch erst mitbekommen so in 23 modes abgleichen und dann wollen wir eventuell mit basti noch mal also jetzt für für uns mehrere leute dann vielleicht auch einen kleinen server dann irgendwo aufmachen hat basti gesagt und dann auch ne weiß ich nicht oder 56 man sind dann auch eine andere größere map vielleicht die los hügel land oder oder die mecklenburg vormann mal gucken was schön passt das muss ja auch wieder im bauch kribbeln bei uns allen nicht nur bei mir sondern auch bei basti torralf jens janni und hause nicht gesehen leo wenn wir es mal eine konferenz abhalten dann und beschnacken und dann kommt dann noch die da los und dann zwischendurch hier und so ne hat spaß macht halt wo das andere dann halt mal so weiß ich nicht kann man auch mal den ganzen sonnabend ansetzen auf eine map denn auf so ein großes ding denke ich mir das wäre auch mal denn interessant aber ich muss sagen stabil lief das heute ja ja ne das läuft sehr gut ja hab ich mir auch gewonnen halt noch den d lang der dings da bunze hole ich mir auch da war schon mal dieses die wolontal da ja 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 sowas wie torräfte hat aber gibt es das eigentlich auch gleich mit wlan drinnen also lagen wlan ja gibt es auch glaube ich gibt es auch es gibt 1000 varianten ich habe jetzt eine für mich genommen die mir für mich passt also ich bin hier definitiv ich sitze jetzt hier mit mit diesem mit meinem spielezimmer hier sei mal direkt über dem büro und wurde ja die fritzbock steht und der anschluss ist lochbegewandt und dann hau ich mir da richtig noch mal ein kabel rein das allerbeste ist ja wichtig dass du guckst wenn du dir jetzt die d lan dinger holst dass du nach dieser version m im u guckst das sind die die auf allen drei phasen arbeiten weil die älteren die arbeiten bloß auf zwei phasen von der steckdose da kommen wir ja genau ich wollte ja keine lebensgeschichte erzählen ne 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 na ne 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 oder auch erst mal dünner ruf jetzt das nächste manne das ist die claudia nach 100 prozent was ist da nacht nach 100 prozent schlafgurt gemma 25 moin so man fix den kopf aus dem fenster hängen und in schmücken hohe kommt ihr schmuck so butscher ich sag mal gute nacht danke so basti selinger in unterhaltung schluck gut bis zum nächsten mal ciao basti schlafgurt träumat feines das sagt das auto schmuck was so bin ich dabei ja siehst du hängen alle kopf aus dem fenster und schmücken die waren auch so platten hier siehst du beschissen das kommt aber jetzt durch nebel und das ist alles um ist irgendwie schon besser auf dem frischen mädchen jetzt das ist ein mann frei sie schwanden mal größer machen muss nicht schlimm ja klar werden sie ja dann wenn er gedüngt ist kommt ja viel mehr ja mal gucken und wenn ich dann ist das nicht das andere text zu dem macht die schwanden einfach breiter und größer das kein thema sie drei auf die drei aufmachen da geht das aber im notepad ach so ja und dann einfach nicht im giant editor brauchst du genau brauchst du ein paar daten ändern fertig werte wie geht das eigentlich auf im 17er geht im 15er wusste ich es auch aber müsste im 17er passt genauso gehen der geht man muss nur die zeile finden wo das ist und dann ja aber ich glaube irgendwie das ist aber weil das ist ja dünge stufen abhängig ist und alles wenn wir gucken wir aber das geht ja nur um die schwanden und die texturen hat ja nichts mit der dünge stufe zu tun denke ich mal vom logischen her das geht ja eigentlich nur um die das was ich sehe das hatte ja da im 15er dann dünge stufen war man nicht das gilt richtig gut zu verteilen das kannst du meinen Trager auch üben das geht in echt auch einwandfrei von da her das jüdische groß geht das rein grüß dich maik ich leg einen drauf ich hänge meinen ganzen körper raus so zum schmücken grüß das ein kerl du wird der nächste denn ein armig aus dem fünften stock oben und dann mit rechten schmücken mit der linken an am fensterbrett festhalten hängen meinen ganzen körper raus weiß einer was jetzt mit banki banki ist mit seinem pc nee keine ahnung weißt du was ja nie du bist ja der erste mann an der spritze bei banki ich bin da gut so abgeschmiert oder was keine ahnung nehmt im disco ist doch noch also drin und da ist noch nicht raus weiß einer was jetzt war so ich weiß nur dass banki diese woche irgendwie platten auf hier auflegen muss dj machen hat er mir geschrieben doch heute abend auch dann hat er auch keine zeit der ist montag hat er wieder zeit montag glaube ich oder morgen schon weiß ich nicht so das müsste das gewesen sein und er ruppt und ruppt und ruppt schon konstelliert hier ohne oder wieder hier folge ist 26 alles nur so spärlich hier kann nickel vor wieso hat sich denn jetzt mein komplettes spiel aufgehangen da sag ich nur eins 1050 ti alles gut sogar auf einmal stand der ganze rechner musste ich neu stoppen der rechner also hier was ist wenn das internet ja alles noch an dann hat das da nichts mit zu tun kommt denn wenn man immer so viel kram drin haben und so ich habe ja botschaft sein und ich habe jetzt alle auf eine waffe macht die ebos gute nacht mein guter bmw hat ach so ich muss ich muss sagen sand andreas fragen er das ding verbrochen was verbrochen die auch so ebos aha lasst mich raten windows 10 war schuld sind doof richtig bestimmt mannig wieder wenn was kommt du auf haus dick ist geil 95 prozent aller computer fehler befinden sich zwischen tastatur und stuhl 30 zentimeter vorm bildschirm wie geht das mit pc an was ist maus die auch alex ach so alles schön hin und her da ihr alle mann da das ist klasse kein dünger raus affe mit waffe wo kriegst du kein dünger raus für die helfen kann weil sie nicht muss mal sagen ich denke sagt bmw aha was aber zu tun jetzt mit denken es kommt hallo der hesse komme der ganze spiel hält an der hesse da alle steht leute hallo der hesse blockieren alles haben die lieben auch wieder da sascha das schön affe mit waffe hast noch mal die neueste version gezogen da die tage ein was probleme gehabt womit denn hot online team ups jetzt gleich ins gras hier muss ja morgen auch arbeiten bin in einer firma wo maschinen putzen wo zeitung gedruckt werden ja das stimmt janka habe ich auch einen bekannten ist hier auch bei der nordsee-zeitung bremmerhaven und der muss auch immer auch wenn du mehr wenn du ihn gehst du noch oft angelst du noch auf kevin ich nehme moment ich komme gar nicht mehr zu letzten jahre ich habe mir alles auf dem boden und da komme ich doch mal wieder ran das spinnfisch nicht mal wieder los zu einfach nur so eine rute ein bisschen rumlaufen und so paar forellen tütteln und so war das macht spaß nicht großartig gerümpel mit durch die gegend schleppen da dem jen lang noch wie lang noch das fertige ist besser warten nun ja der hesse kumme entsteht alles ist er macht ja nicht nur unser konto platz oder ganz gespielt ist es auch hesse alles macht kaputt was habe ich jetzt gemacht ein bild ich komme geschwind so schnell der fände mich hierher fährt auch da mal ladewagen der passo für die größe für den hoff hier das war ein kleines ding hier ne aber gemütlich und schön nur ein bisschen vernebelt heute kann ein paar stunden vorlaufen lassen er nebelt dann nicht mehr so wenn ihr wollt mache ich auch für euch mal alles fast mitte mittig aber wir hätten es gern ja gut musst du wissen also wir haben doch krass genug ne schon lange ich kann es ja auch noch nie mal und wenn du willst und mal gucken was wir dann mal alles tun noch so war ich auch nicht bin ich aus sleepy hollow der hesse die hessensinger fragt der leute aber strahlt auch alles ruhe aus hier finde ich die aussehe die wir schon langsam zu hektisch rumgegurke darauf ne das ist alles für mich ist für der ostsee brauchst du schon zwei drei leute ja alleine kannst du die gar nicht packen macht dann keinen spaß ist schon viel zu hektisch dann alleine mit kurz mit jens mit follow me ich habe auf dem feld immer mit follow me und so voll gemacht und er hat abgefahren ja und wenn er da war hat das gerade so gepasst dann war ich voll mit dem nächsten zog da musste er aber schon ordentlich drauf drehen ja das so easy hier viel cool weiß ja nichts gebunden lass mal ein paar stunden zurücklaufen butter hatte keine zeit zum zocken yo ich weiß gar nicht das eingestellte kannst bis zu vier stunden zurück rollen dann kannst gucken dann muss ich das noch mal anmachen kann man hier und wieder da was ich glaube das zieht ordentlich internet bei dir das dann ist die quelle nicht so ne warum was hier raus ist aber ja nichts mehr mit zu tun wenn er zurückspult dann kommt das von youtube nicht von mir ich gebe ja nur das raus was hier zusammenläuft ich krieg die daten mein spiel kristu und krieg torreif jetzt im moment was ihr spielt wie auf dieser map von der grafik her kommt hier wieder an zurück dann wird das hier verarbeitet usb geht das sind ja und von usb geht das nach youtube und es ist raus und wenn die anderen jetzt zurücklaufen lassen hat das nichts hier wird ja nicht gespeichert das alles youtube usb platten usb platten usb platten usb platten usb macht ja eigentlich nur eben halt die daten alle zusammen also vom von meinem ton euren ton das spiel dann den ganzen scheiß und dittlitt und stellst du ein wie viel bytes das rüber geschickt werden soll quali nach youtube und youtube sagt ok und youtube europe verteilt die das an die user 4 4000 immer noch 1080 mal 1080 mal 60 fps die lasse ich jetzt auch wenn ich mir die dinger jetzt sage ich mal im fernsehen anguckt bei mir und morgen wie basti das schon sagt morgen früh ist meistens noch zum zwölf aufhören und ich würde jetzt früh um sechs oder irgendwie dann ist das schon fertig aber dann läuft das ist nur auf 360 mit morgen haben wir da glaubt was auf 10 80 und dann hast du eigentlich schon richtig lasst klares bild aber auf dem handy läuft jetzt auch ich sage ich lasse ja mitlaufen ja das muss muss den tag die haben bestimmt auch was rumgepastelt denn ihr habt ja auch ein update für die ständigen basteln hier und dann darum kann man hier eigentlich in den mf noch zwillinge dran basteln ich glaube nicht ich glaube da waren nur irgendwie pflegebereifung oder zwillinge ich weiß das auch nicht genau alle hallo männer aus martin tag also ja genau die premium aber ich aktiviert man ja für gewöhnlich auf space taste geht bei mir nicht bmw kommt nicht vielleicht hast du es umgelegt einfach mal unter optionen das naturbelegung nachgucken was bei ist die steuerung dahinter steht richtig oder lehrtaste ist es manchmal sogar die schon in das modul gehört von ls johmann den april scherz ohne fenster auch mal habe ich durch modul oder anständig ein fliegen lassen wir jetzt auch mal schlafen war wieder ein toller stream bis nächste woche fänd schlaf gut und treu was feines da ist mein duftmodul zu hause besser ich habe fast sieben tage der woche grill duft müsste weil sie hier nebenan die ostbadwurst gute das macht ja mit holzkohle grill die haben auch schöne hamburger besser als von mcdo's und das war frisch was darauf meistens frische gurken ist hat der hamburger da brauchst du bei mcdonalds 3 bis 4 musste kaufen der rippburger brüste auch zwei mindestens kaufen bei mcdonalds ja was hier auf einem drauf ist und schmeckt besser und drei euro da kann ich nicht mehr gehen ist so oft oder regelmäßig ob oder ein schönes steak mit zwiebeln die lassen so schön im topf auf grill das geil jetzt muss ich aufhören sonst schreiben oder alle die kriegen hunger im chat ich habe jetzt schon aber ich habe mir eben erst döner wo kriegt ihr näher bei euch dann hessen du wohnst auf dem tiefsten hessenwald da oder naja auf jeden fall also auf der anderen seite gibt es die anderen seite über den berg da ist da gibt es über den berg muss erst rüber er hat er hat das wieder auch auf der reise durch den wald auf der anderen seite über den berg ja boah wie rotkäppchen rotkäppchen im berg machen wir meistens auf der arbeit in der spätschicht woche da wir haben gleich einen nehmen an ja hier kannst du über den zaun rüber geben da drüben gibt sogar da gibt sogar getränkemarkt und edeka und selbst so ein elektro fachhändler und janine zu amma und der pc händler meines vertraums gibt es auch wenn ich auch mal aus der großen mund was sagte auch mal dann im bett genau was steht die decke hofe liegt da drin hopfi so war wenn schon ein bisschen hopfi genau nee aber da fehlt auch das ne das ist ja kein stromkabel ja nie kauf eh die gar siehst du alter vorher gab es mal röwe aber ich nicht mehr zu röwe gehen weil es nicht bekannt der mut habe hier auch schon wieder voll diese also placken hier nur gut wie viel wir uns morgen weg morgen die fuß schleim ab und so wo tipps und der böse dünner und geküsse aber hagen auch genau ich glaube das habe ich sogar irgendwo noch auf band haben wir machen wie bitte aber okay gut dann danke für mich da mein er ja ja grüß mich mal bitte julian ein wunderschönen guten tag wir freuen uns alle sehr dass du uns besuchen kommen kommst du ja oder so manchmal nur überhaupt hier ein tommys der stift wartet ich habe gerade die ziege für mich enthält die schafe für mich entdeckt siehst du schafe ziegel und den da weg von der schafe also hast du noch rummestiefel ich habe eine arbeitsschule ne habe ich nicht muss man bei euch auch so eine alte burg gucken deine ritter röste gut schön dass da bist du schon mal so ein paar blechbogen da vor den achten schau her, komm her, schau her, schau her, schau her runter, ey was hast du ab, deine weine am zauber hau dir wie ist nicht weg da denn diese blecheimer an den füße weißt du da aber mit den kühen geht es nicht, der ist ein bisschen hoch na klar immer doch, ich finde das gut, toll ehrlich schön dass da bist manchmal ohne hohen opa herz bist du wieder knackig unterwegs oder was genau knackig voll gegen schild hier, zack habe ich gleich die tommys auf dem hals hier walter und hermann, nee, helmut, helmut genau, helmut genau und Waller, Waller, Waller und Helmut um Fahrrad hier, Dorfscheriffe Christoph hat ein Hörbuch im Auto, gutschau ich habe ein Gerät, Hörgerät, habe ich auf die Ohren jetzt ne, der hört uns im Auto, deswegen sage ich das so, hat er grad geschrieben, so ich lausche euch aus dem Auto lauschen ja mit jungen walter, wenn er kurz geknallt hat da steht er wieder der Hühner schrecke der Ziegenvergewaltierer oh so jetzt bitte von dir aus nach links, schön links in die Ecke so rum gesehen, meinst du ja, kannst du machen so hin, da hin, hergeleiten ja dann, und dann, dann die nächsten zwei hier hin, auf die andere Seite ja, ja und hier ist ein bisschen mager das wäre doch ein Silo, wir gehen da rein, ein Silo ja, ordentlich was Junge, Junge Mensch für die paar Koi hier du bist ja immer noch am streamen nee, grüß mich bitte 1, 4, 6 Patrick ne Tag an so es gab doch das Spiel, Sven Baumwolle oder so wo steht die Schafe bumsen ohne dich vom Schäfer erwischen zu lassen ja ja pass mal auf, Janie dass der Schaf das Schaf sich nicht erschreckt sonst steckst du fest in der Besucherritze der hängt da hinten drauf fährt ein Moped wenn das Schaf abhaut nö grüß mal meine Kollegen lassen hä mikaS grüß mal meine Kollegen samenström ja wie jetzt immer noch aufnahme man man Frau Frau Eh noch aufnahme ja verstehe ich nicht muss ich auch nicht der dorfkorb im dreh esel da hat rück drückt auf cpf in die liste anhält dann geidert richtig los jo mark schneider hi rené fiedler thüringer sie ist gleich mal wieder in arsch gefahren aber das zählt nicht immer den chat aufpassen muss hier das wird auch so eine aktion hier dass überall noch gas drauf wie sau hier das für das voll haben das sind ja mindestens 87 streams sind macht nix man kann man den film in den bergmann der morse wenn wir jetzt zwei streams die ordentlich reinhauen dann haben wir ja 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 das soll gemütlich bleiben hier schön ruhig wir sind nicht wie sie das für alt ältere gesündete herren gehört hier die oftmals teuer einschlafen der kopf auf dem hupe bleibt ja es passt die noch da ist das stefan nehmen wir sicherheit nicht er guckt tv blank gezogen hat er gesagt zieht blank und rennt durch die bude ja kein hin um den arsch aber weißes moped fahren lol genau wenn sie da zieht die jugend heutzutage kein handy über morse aber moped fahren kommen sie wieder tommy so ein weise wo die alle hinwollen immer in die richtung die beerdigung dahinter war immer bei jochenwalde und schon wann kommt denn wieder eine folge dann diese auch die tage leute ich bin jetzt nur am streamen im moment habt ihr auch bock auf und dann schaffe ich das einfach nicht denn da zwischendrin jetzt muss er mal heuer machen dann noch eine tante hilse mit reinzubasteln ich mach morgen ein gewinnspiel 20 euro pc wenn ihr mitmachen wollt müsst ihr nur meinen kanal abonnieren und auf wiedersehen kartoffelgaming ne es sei denn da möchte jemand jetzt sagen 20 euro und so irgendwie dann aber nicht hier kartoffelgaming haben wir kein nerv auf haben wir dann noch jemand siehst du alles klar rudy hei spielst du mit lenkrad oder pedale und tastatur mit allem und noch mehr auch mit einem langen limmel da hinten ja ja aber die penner die lecker auf dem sack ne moinzen butscher dortmunder jungs sind unter anderem namen da sucht dies unter freundinnen lampenmeister dortmunder jungs sind unter anderem namen das ist euer name oder was sucht dies unter freundinnen lampenmeister aber ihr verlangt doch nicht von mir dass ich das jedes mal ausspreche oder war das war jetzt die sucht bolzen für mich oder irgendwie so war ja du hältst echt gut durch beim stream zehn stunden schon echt noch nicht ganz neun stunden 38 ja aber dass da guck ich nicht drauf du bekommst mehr auf muck zu lang bis pos haben nicht aber zusammen macht das viel mehr spaß wie allein ja schon doch aber ich kann auch echt ist nicht böse gemeint aber ich kann gut alleine konnte ich als kind schon hatte ich mal zeiten gehabt oder so da freunde immer irgendwie und so aber dann auch gespielt was auch so mit autos und lego und also war netto städte aufgebaut und hier auf bauernhof gespielt also müssen wir da auch schon da muss ich dir noch mal ein bild zeigen ich habe jetzt mein zimmer ausgeräumt was da an sie gut so ich zusammengekommen ist und alles mögliche da muss ich dir mal ein bild zeigen ich glaube das sind über 1000 euro alles zusammen wenn die richtige siko autos hast richtig alte da krieg das schon richtig knall auf sie die gucke auch noch dabei von meinem damals von meinem papa noch die packt man ganz gut weg das spiel man immer mit die sammlerwert die haben richtig schon schon klar die dinger ja so blechdinger ja kannst du wirklich ja richtig blech so richtigen alten fans ja ja die stehen auch hinter der vetrine schon da musst du die richtigen finden ich habe lego technik bei mir stehen wer hat circa 3000 euro weil ich auch noch die original verpackung habe ja aber richtig hast du auch noch so alte dinger bitte nee wir haben immer irgendwann mal verschenkt ich habe auch noch ganz viele gehabt ich war so nicht wohin das sieht aber schon mal gut das ist ordentlichkeit muss sein das war jetzt mal stumpf ein und wenn er da zählt das war vor allem wegen dem nebel nicht gesehen janni siehst du das bild wo ich jetzt stehe hier auf 38 sieben tor ist am drillen 37 schnapp dir mal eben den schwatter und kommen wir eben hierher und dieses stück hier ich lasse jetzt den ein schwatter liegen links daneben in richtung george dahinten das vernebel ich jetzt da musst du noch mal nach schwattern siehst du das und das auch noch zu fahren ja doch zumindest noch zwei drei schwattern hier ja das heini oder nein flüte oder was kommst du mir ja ich kipp dir denn schon mal ein zweiter wieder rein und dann ja jetzt dann schön also da genau an die andere seite wo du eben gekippt hast ja eine mitte auch noch mal auf die andere seite also da wo du eben hast und dann auf der anderen halt mache ich das marken also ein rechts und eine mitte also ein rechts und eine mitte so jetzt hat die ist sehr gut die aus dem app ja finde ich auch die sieht schick aus und die eigentlich auch wenn der scheiß nebel vorbei wäre glaube ich spiele einmal eine runde vorher ein miss keinem warum kommen das machen wir auch gleich mal eben warte mal dann machen wir einfach frühstück und in dem frühstück läuft ja ein bisschen zeit um die kochen und alles das dauert ja alles in england was gibt das für frühstück ja ham and eggs dann ja dann miss marvel macht das miss margret rutherford für den was gegen kopfschmerzen hilft ja frische luft erstmal spazieren gehen auch wenn jetzt welcher hast man so ein bisschen durch den garten oder am block laufen oder sowas tut gut die kiste ausmachen nicht mehr reingucken ja was trinken genau julio sein stream hängt gerade musste ihn starten ja macht hat f5 wie alt bist du 55 das haben wir heute was machen sie aber schon die waren die kümmern sich ja schon um schätzt ja klar so gut für die klasse astra ein vielen dank an euch ne wie sowas das finde ich ganz echt klasse wieder da manuel ist wieder da sie ist klasse bist ein super farmer sagt andreas danke macht mir auch ganz viel spaß das haben wir ja mindestens sechs mal gesagt das reicht jetzt ok also mal den tisten räumt auf adrian reiter moin mal den zapf sagt bitte danke kein problem bei herz für euch mache ich das gerne das nett von dir echt mal ernst ne viel spaß das wisst ihr selber das ist klasse das hier unten wo bist du denn schon da ja muss man hier gleich hoch warte mal ein paar pass mal auf wir machen jetzt mal eben ne so frühstück frühstück warte das zieht mich überhaupt nicht ne warte mal das war so ein bisschen doof zu sehen so dann ist doch eh irgendwo muss hier doch gut quatsch ja so jetzt siehst du das besser gelde oder wie ja vor allem auch was er macht ne so jetzt geht das schon besser hier scheiß licht ausmachen hier und jetzt würden in diese richtung zu mir muss jetzt mal links gucken da habe ich dir eigentlich ein schwatt liegen lassen und daneben habe ich schon diesen teil da das ist da kommen wir auch nicht zu sagen kannst du ein bisschen blöde sehen da bei dem hohen gras und den scheiß da die flächen hier sind richtig schief ja hier ist richtig zu reißen das wird gut ja ich mag was ich auch janus moin ja gute nacht claudia warte mauschen gehen am bett oder wann ja mach so ein die achte muss im morgen früh auch schon wieder ganz früh hoch jo geht ja bauernmarkt morgen mit ihre kerzen ne was hast du für einen pc fredy fredy tv ich hab so ein amd system ne alles amd das sieht jetzt gut aus hier drüben ist es noch nicht hoch bekommen wo du es jetzt ist geschwadet hast da sieht man es hundertprozentig ja ja das war ja auch frisch gemäht ja das passt ja das ist sogar echt ganz schlecht wenn man so einigermaßen geht es du siehst du der model da ne vato reif der deutsch hast du dich noch akkumiertet also ah oder ist bei ihm grad wie im zimmer oder so jo nice eckel fredy genau das war gut für in zukunft kann man den auch nehmen für soweit mit der müsste das eigentlich gehen ne also auf dem feld hier kein problem ach gut, unten wird es aber noch ein bisschen steiler ich hab das hier geeackert äh der typ der neulich im stream meinte er wird von seinem vater geschlagen und so weiter war an der geschichte was dran ein fake war das popcorn ein fake ein absoluter und darum müssen sich dann halt auch irgendwelche leute nicht wundern wenn wir da nicht mehr drauf eingehen mache ich nicht mehr so was kommt dass wir mir zu dumm schakos und sollen die sich um kümmern fertig der angebliche polizist der sich dann hier mit eingeklinkt hat das ist auch ein reiner fake gewesen also für uns ein fake aber derjenige der 15 jahre der glaubt selber der glaubt das wirklich dass er polizist ist also nicht mehr ganz recht da hat der eine der das da war ich glaube der war der war wo wir das video von gesehen haben mit dem habe ich selber noch mal geschnackt gestern oder skype hör bloß auf ich auch schluck gut bis morgen oder so schön dass du da warst man die klasse danke bitte doch mal nicht mal so was denn schlimm ja massel schlimm echt schlimm weg und mir sowie alle eingesessenen hier nicht meinen uns alle jetzt nicht dann kommt das nämlich denn wenn man da nicht mehr darauf reagiert oder irgendwie ist leider so was soll man denn auch glauben so jetzt rechts dran sagt man wieder hinten also irgendwie sie wirklich sehen ich hier nichts ich habe hier sind bei schwarten erwischt und eine so eine halbe ja dann ist noch gut dann war das war es das wohl so ungefähr vielleicht liegt dann noch ein zwei platten aber ja die schöne grüße von maus die farme maus die farme ja ich so ungefähr habe ich es erwischt es war aber echt schon schwer wenn wir uns überein ach so bmw fan danke wenn alles fit christian und selbst bmw das ist ja mal gerne auch kommen morgen wieder so war kommt morgen wieder so was philipp wieder so so ein ding meint doch das weiß ich nicht aktuell ist dienstag 18 uhr planmäßig und wenn einer kommt morgen denn aus jux und dollar rein dann sage ich rechtzeitig bescheid auf facebook facebook und einmal hier in youtube best und sicher ist es eben facebook und dann abo rein oder hier auch ein abo rein und die klingeln machen dann kriegt ihr ein bisschen nachricht ich mich dazu entschließt dann mache ich lasse ich meist immer noch eine halbe stunde oder eine stunde luft das heißt dann kriegt man kann man zeit genug sich da einzurichten ob man losberg am flügen findet die karte geil ja masselig auch darum mache ich auch eine alte da weiter die schicke ne du soll ich dann noch den dünger streuer anhängen dann nach ja aber erst mal nur silo fahren ja klar erst die felder leeren dann kann ich die vier hier hinten auf einmal kannst du auch düngen wenn du willst ja klar aber gülle ich nicht drauf oder haben wir so viel gülle deswegen ich glaube dass man mich mal lieber auf der agar frucht jetzt mehr nötig und da hier ist drauf auf dem rechten hier neben tor auf das das wollen wir nicht mehr fliegen heute tor auf der arme keller genug gespielt wurde sondern du hast noch bock aber wenn du einen richtigen flug hast ja ja jetzt musste ich erst einmal anmachen bei den bei der innen kuppe da kannst du auch striegeln gleich wenn du willst dann leiden wir uns ein striegel oder so hast du da nicht ein nee hier noch nicht 290 wir haben ja eigentlich jede menge gras naja können wir durchstiegeln ja auch gedüngt dann willst du striegeln hast bock ja nie meinst jetzt ja nie aber du bist doch noch am drillen da oder wir machen ja oder kras weiter dass die lösen noch nicht fertig oder nächste mal oder wie auch immer weil da hinten sind ja noch zwei dinger zwei wiesen weiden hast du nicht gesehen das ist meine nachricht mal bitte lohner entschuldigung ging es irgendwie um dem bergmann häckselwagen bergmann häckselwagen ach so wo ich den her habe ich weiß es nicht mehr genau guck mal genau guck mal bitte bei ich glaube der war bei motor drin bisschen zurück unter beta glaube ich doch da war der drin das sieht genauso aus wie der guck da mal nach bei motor hat also hier im ls-17 war ein modhut einfach mods aufmachen und dann mal eben da reingehen und gucken was er drin glaubt bei beta war der bieter oder ding sagen wir den her ja gut aber torreif dahinten wird es aber noch ganz schön steil das ist interessant wie am schlimmsten ist der puckel mitten im feld da musste ich jetzt erst eilrad anmachen da ist doch hochgezogen sauber wenn wir nachher die anderen dinge oder hinten in der ecke haben wir noch schlimmer ich glaube die drille hier die schafft er ja der deutsch darf es nur nicht die die schreiben ecke noch mal dran hängen die kreiselecke ja das ist ja jetzt die meisten maschine die geht ja die ist ja ohne jan los hügelland müsste spielen ja wir haben ja was vor so ein bisschen regelmäßiger mit bastian lasst uns dann ruhig drüber schnacken genau genau und da kommt denn irgendwas schön leckeres zustande was uns allen spaß macht wisst ihr ja das macht euch spaß und wenn uns die andere mit sich ausspannen nicht nicht irgendein kram dahin geballert so was gibt es hier nicht nur damit wir hier den usern was zum fressen geben oder sowas das musste im bauch kribbeln und das szenen maps sind und ich komme die in ruhe an um basti und und ralf und so weiter und wir alle denn das hat zehn maps die haben wegen deiner frage es kommt erstens darauf an spielte auf pc oder auf playstation weil bei pc christus glaube ich schon 4 24 euro und playstation ist teurer das spiel hier christus und unter 30 habe ich schon gesehen was mache ich fast jeden tag affe spiel stream oder waren so wie ich los habe können wir die sind schon was können wir noch so eine zwölf uhr ankündigung machen so zwölf uhr ankündigung wozu ab 24 uhr ist meinst du jetzt oder wann ja kann ich machen wie spiel sind das die uhr sagt jetzt 23 uhr 57 minuten und 40 sekunden zeitansage aus dem telefon damals das ist ein altes ddr radio so kannst du ja dein mikrofon einstecken max rabe schön hingekippt bist du bin nämlich der weltbeste hin körper und kannst du das am schönsten hinspritzen ne da keine die zeiten sind vorbei da kannst du besser bin der weltbeste hin körper bin ich genau naja wir haben viel spaß auf dem klo elias beim kacken oh geil richtig komm mal raus ich will wie ein abseher sein ich muss kacken in zwei minuten da hast du zehn stunden wäre ich also ja schon braucht auch nichts vielleicht wenn da so 11 oder 20 keine ahnung habt ihr denn noch lust ihr zwei ja gut dann tütteln wir noch leben ja kein problem hole ich mir leider noch einen kaffee und so dann kann ich auch nicht mehr ne warum nicht morgen kam muss ich noch auf eine konfirmation ach die ist ja geht auch erst willst du mit in die kirche oder was ja klar in der kirche kirche ich brauch doch der unterste ach ich muss doch bisher geschichte werden ja kannst du auch gleich ein bisschen silo fahren wenn du willst hier kannst du mal abwechseln ich hab den gleich weg hier hast du Bock drauf dann bleibst du auch noch ein bisschen ne ne ernst jetzt kannst du mal machen ich hab jetzt die du gefahren ich fahre immer ein bisschen fest auf dem hof und so wechseln wir uns mal ab ich drühe nachher ne Thoralf hat jetzt im moment einen dreh drin ne hast du noch viel nach huch 38, ne 37 das noch zwei so striche sind noch ich muss erstmal was anderes machen mach doch mal tante meyer begrüßen aber nee raus muss man schnell gucken ach oha louis fenning was nun louis also das hätte ja den ganzen tag nicht verdirrt gedacht was dass du so ein badause bist louis also wirklich hat er ja geschrieben gerade auf der weiß ich auch nicht gerade auf der sandy bay am ballen pressen auch eine wunderbare ja sascha ist glaube ich von muss ich lügen vom gleichen mapper hier aber auch die challenger die ist auch geil bisschen größere felder bisschen anders gemacht noch aber genauso muckelig und geil kann ich dir auch empfehlen die aber den finde ich auch nicht unübel ja die ist nur ein bisschen gleich richtig die hier ist vom bullet bill noch irgendwas und das andere ist oxygen david aber auch geil ass rein ja aber den ist ein bisschen größer schottisches hochland aber genauso glasklar alles müsst ihr euch echt angucken fit gut die tor wie hieß ihn die tor halt wollte ich gerade sagen vor dem island farm oder sowas gab es jetzt auch neu raus das habe ich mir auch angeguckt wir haben alle so den gleichen touch irgendwie aber so die landschaft ein bisschen anders also ich finde sie toll macht einfach laufen sauber sehen gut aus schöne farben nicht zu übertrieben also ich finde es cool das ist mega fühlt man sich einfach wohl ja nur ist gute nacht wie die anderen dass wenn du keine toilette hast klappspaten nehmen und loch buddeln im garten ja oder vielleicht taucht taucht svenny noch auf und schickt mir noch ein dixi vorbei oder mal zwei augen auf arsch banken und hält den arsch aus dem fenster genau und wenn läuft am nächsten tag läuft dann immer noch mit den kleinen kindern und gucken wir mal den onkel seine zigarre da oben die wird immer länger ja jetzt hat er mich erwischt zack voll im bergmann reingeknallt der bengel der tommy ja alle tommy du hast doch noch mal kommen ich werde ich zerbomben die erde hinein ich werde die v1 auf den kopf fallen lassen der lohner will dich noch mal anschreiben auf skype das sieht um den umgebauten bergmann von ihm ja und denn weiß ich nicht er weiß noch mal reingeschrieben hat diesmal bitte meine nachricht habe ich noch mal auf die scrollen so welche vorzüge hätte denn dieses vehicle wenn ich fragen dürfte ach das war nie das war straubmann mit noch dickere reifen und ja ich bin eigentlich wunschlos glücklich aber gleich maluer sind wir noch mal machen komm schäfchen was keinen schönen arsch p uhr 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 alles spaß so der elias möchte jetzt gehen elias hat kein bau mehr firma ein gesicht kacken das gesicht kann noch ganz immer versuchen nicht immer nur erzählen herkommen müsste ja da wüsste das mal machen zumindest versuchen mal sehen was dann kommt jungen elias wo bist denn jetzt ja nie ja dann muss noch wie 37 liegen noch zwei sohne streifen und dann musste wechseln auf die anderen dann musst du hin nicht durch den zaun fahren dann musst du da nicht weißt du doch also ja scheiße von hinten dann kommen von hinten ja das kennst du ja von hinten kommen nach rund gehen und dann von hinten die ganzen tommys berufsverkehr heute welcher wochentag ist ich doch noch da die engländer sind nun mal bekloppt sonntag ist bergmann wie viel pack alphamore wie war wo wäre ich aber hatte immer noch einen schönen dreiachser bergmann gesehen aber ich wollte eigentlich mal demnächst wenn du in größere klamotten geht auch mal den krone aus dem spiel ausprobieren empfangen habe ich auch noch nie gesehen irgendwie richtig ja ein häckselwagen 55.000 hast du noch gar nicht gesehen weiß gar nicht dass es den gibt achten ja klar ja cool nagelneu ja schön ja drum aber als zweiachser finde ich den noch geil den gibt es auch schon als mod 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 als mod und die bergmänner die waren die machen genau das was sie sollen nicht mehr und nicht weniger mehr wollen in den stoppen da hupft einer um genau ist und der martin sap shop mit sap schreibt gerade rein noch 223 zuschauer 444 daumen hoch danke an euch alle ja mal den danke 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 dass du das auch schreibt danke warum auch 224 zuschauer die jetzt nicht im schatz sind vielen vielen dank dass ihr zuschaut und ich hoffe es macht euch spaß genau wenn es euch nicht spaß macht dann dürft ihr auch gerne mal hier reinschreiben kritik üben vernünftig aber darf man auch nicht verboten ne finde ich gut ist ok da bin ich aber auf mike seine neue map gespannt weil wir die demnächst kriegen interessant sieht es aus sehr viele neue sachen darauf man muss gucken hat ja auch viele verbaut ja viele produktionen ja was man macht man muss es ja nicht machen mit den produktionen nein man kann ja trotzdem ganz normal auf der map ackern aber es war was anderes ist auch nicht schlecht aber ich denke mal wenn das alles so läuft was er gesagt hatte dann werden wir also community und wir als erste in den genuss kommen von dieser map so jetzt muss ich ja dann gleich von hinten auf die andere wiese dann sind wir von hinten länder ja wird sie auch schon langsam und stelle ich mal eben den master hier hin tor ist er noch am drillen das kann ja auch nicht mehr so lange dauern naja das ist schon noch eine helft wenn ich denn nicht du ja ja die hälfte die hälfte ist weg aber ich wusste ja noch mal tanken fahren ja macht das sauber gut heu gras bei kuh bei kuh bei kuh machen geben bei kuh kacka machen bei kuh kacka 16 denn der wendel geh nochmal mähen was soll's das lang noch nicht oder du streust schon mal hier hinten die wiese ich hab ja pflanzen wachstum ausgestellt im moment ja guck dann läuft uns nix weg ne warum kein bock auf stress ne ne ist gut nur noch ein stück abmähen oder irgendwas und dann ne genau landtechnik 7 die christoph schreibt g 29 bin ich habe ich jetzt auch seit ein paar tagen bin sehr mit zufrieden du warst du da noch was dran oder was dem von einem die seitenkonsole habe ich noch dran ja die neue oder die alte ne das ist schon die neue die logitech gebaut hat also die wohnung unter diesem joystick so ein anderes teil drunter ist nicht so so ja also wie im echten schlepper ja ich bin mit meiner sehr zufrieden von daher das war ja bloß das lenkrad was scheiße ist bis auf geht die die konsole spielt so habe ich nicht habt das machen sie schon und team ist nun auf der super läuft das wieder hoch der rasen er ist gemäht das wächst auch hat er eine und der gamer 2000 ist oder da die eimer sind leer kann man weiter darum habe ich auch das ding jetzt genommen wieder 35 in den ecke muss man sich heute irgendwie aufkommen das ist wieder von acker auf eine wiese das ist da hinten bei tor auf eine ecke ach da willst du hin immer raus den scheiß aus ecken hier kommt es immer doch über die 18 kommst du da an rand lang wenn sie auch noch schöne wiesen ja 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 die mal leiden an rand lang können wir hier mal die walze nehmen hier unsere bodenbeschaffenheit dann machen wir uns hier ein partner hin das geht auch habe ich schon auch sehr ich habe schon gemacht jetzt muss ich mich mal bei tor auf der ruft aber ich konnte nicht mehr so und verweicht ich einfach habe ich denn noch nach denn bis gleich bmw doch ganz schöne ecke hier hinten oder sieht das nur so aus was hier hinten nicht mehr hier hinten licht mehr an schwaden als dickere schwaden ja warum war sie auch nicht oder sah das so aus weil es da schon gewachsen war so aus weil das da schon so hoch gewachsen war es kommt doch definitiv mehr ladewagen rein ja frage mich warum war sie auch nicht jedenfalls das nächste mal wenn wir irgendwas hier machen dann vielleicht mit düngeln vernünftige ab düngeln ja halb außen rum und schon voll musst du jetzt mal inzwischen durch selber mit festfahren oder tor auf wenn du fertig bist oder wie auch immer abgang weiß ich das vorgesehen hat er noch in geschrieben und über die großen augen an in den fratzen voll unsere decke die decke lackierte landtechnik niedersachsen gute nacht schluck und das macht und das macht aber stimmt schöne grüße an claudia schreibt dann nämlich ja mache ich die stift schon aber das mache ich der hoher zu kämpfen Adrian gute nacht Adrian gute nacht Dann machen wir einmal so, upsala. Brumm, unser Mais steht ja auch schon in voller Pracht. Brumm, der ist auch schon fast gut, der geht ab Ende Biogas. Haben wir den gut gedünnt? Ja, warte mal, der Mais war glaube ich gut. Das andere hatten wir vergessen. Das ist nicht ganz, 100 Pro. Na gut, dann müssen wir halt abharten. Doch, das stimmt, Mais ist gut, die 10 ist gut, die 9 ist gut, die 8. Nee, auch nicht. Die 7 ist die beste. Das ist dreimal rüber. Die anderen wegen düngen. Muss mal gucken, ob du noch einen raufkriegst. Kannst du mal eben andüngen. Ja, aber klar, da geht noch einer drauf. Das sehe ich von hier. Aber, ähm... Ja, wer fährt schon durch einen vollen Maisbestand? Ne. Und? Muss, ob das noch was bringt, weil der ja schon fast hoch ist. Ja, Mario LS wegen deiner Frage. Ich habe mir für jede Map meinen eigenen Mod-Ordner angelegt. Ja. Aber du brauchst es nicht unbedingt, du kannst doch abwählen. Aber besser ist es immer nur eine Map im Ordner. Ja. Da läuft das echt am besten. Ja. Es sei denn, du spielst auf der Aram-Mappe mit demselben Mods. Ja, ne, trotzdem habe ich nur die eine Map, wenn ich die spiele. Ja. Ich habe meistens fast alle Mods an. Außer bei den kleinen, wo ich die ganz großen Klamotten nicht brauche. Weil während du spielst es dann immer, dann kaufst du mal dies, dann fällt dir das ein, dann denkst du, das kannst du mal anders machen, dann baue ich die Mods. Und dann wieder noch mal raus und spielen wir neu, reiflich doof. Ach, das ist halt drinnen fertig. Läuft ja auch. Super, hat er schon verteilt. Wo soll's hin? Was? Weiß ich nicht. Du! Ich bin jetzt im Moment am Mähen hier eben. Du musst auch gleich mal in der nächste Runde wieder fest. Auseinander tütteln da. Ja, klar. Ich fahre erst mal zwei drauf. Ja. Na komm, runter, runter. Gasoline. Ne, äh, Mario, die brauchst du nicht rauslöschen. Entweder so nicht mit, am besten nicht mit Anhaken. Ja, oder wie gesagt, äh, für jede Map einen eigenen Ordner machen mit deinen Fahrzeugen. Einfach, am besten, damit du nicht dringend anerkommst, den Haken raus, den grünen, ne? Raus oder rein, das, was du da drin haben willst. Pro Map. Und wenn du jetzt das nächste Mal wieder die Map anmachst, dann bleiben die Haken so. Du brauchst nicht jedes Mal neu an, antütteln da. Da kommst du nicht so drücken an, aber jetzt für Leute, die ein bisschen neu sind oder in der Materie. Ja. Und, äh, was man es schreibt, ist auch schön, dass man jetzt auch von den Maps, die nicht mehr drin sind, die Speicherstände sieht. Richtig. Ja. Die speichere ich mir sowieso alle weg. Naja, das mache ich auch. Die sichere ich immer nochmal extra. Ja. Ja, habe ich auch. Hast du es sei denn, ich hab da ganz verfeuert. Ja, dann weg. Na gut, nö. Ja, nö. Ja, nö. Ja, nö. Das finde ich auch gut. Hebs uff. Hm? Hebs uff. Bild safe game. Ja. Alles schön aufheben. Kann ich ja irgendwann mal gebrauchen. Hm. Scheiße, jetzt schon Jürgen, volle Festplatte. Früher auch. Alles schön. Moin. Wie geht es euch? Gut. Der Monster. Moin. Boccia. Auch. Gut. Äh, siehste. Ja, doch. Christoph ist wieder da. Am besten ein Backup-SD kaufen. Und man hat keine Sorgen mehr. Ein Backup-SD. Ja. Wie hast du das gemacht, dass sich die Zapfwellen mitdrehen? Das ist ein Mod. Ein Mod. Wie heißt der denn noch? Dings der Zapfwellen PDO oder so. Findest du... Animated PDO findet mein Bergmann Vehicle Pack. Das musst du nicht einzeln finden. Genau. Jetzt wird gleich, wenn er noch da ist, Juju meckern, weil ich schon mal Bergmann gesagt habe. Siehste. Ja, äh, Mario, dann musst du mal gucken, wovon die Lockfehler oder Errorfehler kommen. Ob die von den Maps kommen oder von einem Mod kommen. Steht manchmal dahinter. Ja. Ja, steht manchmal dahinter. Und dann den mal aus dem Wort-Ortner rausnehmen. Juju, du weißt da, wie es gemeint ist, ja. Alle spielen ja diese Map. Ja. Nur wir zum Glück nicht. Deswegen guckst du ja auch hierzu wahrscheinlich. Hm. Ach so das. Ja, da habe ich immer ein Stück hierher. Ja. Ja, dann, äh, Mario, äh, mal alles rausmachen und dann nur mal die Maps testen, welche die Eros verursacht und dann musst du die eben weglassen. Genau. Und guck mal, was der Alpha Motor schreibt. Jetzt einfach mal an ihn wenden, er kann dir da helfen. Ja. 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 Ja, du. rupees-auf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Und auch wenn ich Kröfter sagt Hi, voll der coole Kanal Erstmal ein Abo da lassen Dankeschön Jo, danke Herzlich Willkommen Christoph will nicht Der nimmt lieber Böller Wofür? Wer hat die kann das erste Mal aufreißen Und es knallt fünfmal hintereinander So Ganz schön krasser Nächste Mal müssen wir ordentlich dünken hier Und die Wiesen pflegen Ja Geh mal 2000 Hast du einen MB Truck Lenker zu Hause in deinem Zimmer oder was? Bei ZL noch irgendwas Das ist fünfundfünfzig Ja Christoph Ich habe leider nur ein kleines Handy vor mir stehen Wo ich das lese Nächste Woche kriege ich erst mal einen neuen Monitor Hast du einen bestellten Ralf Ja Auch schon einen Samstag? Nee, ich habe mir jetzt ein Dell bestellt Achso Ich habe mal bei mir ein bisschen geguckt Ein 27 Zoller Aber mit Für G-Sync Für Nvidia Mit 144 Hertz Das ist er Gut Den hatten wir so im Angebot jetzt wochenende Hast du bestellt? Mal gucken Was soll wohl Dienstag kommen Da kann ich ein bisschen umbauen Kann ich den anderen als Chatmonitor nehmen Ja Habe ich aufgesehen Ja Weil dem anderen ist egal wie der Blickwinkel ist Der hat 178 Grad Da stört das nicht wenn der schräg steht Der gehe nicht jetzt aber Ja Und dann hier habe ich glaube ich bloß genommen Hier diese 2550 mal 1440 Auflösung Das UHD oder wie das heißt Ja Das habe ich auch Und da kommt Passt schon dann Gleich noch einen Arm mit dazu Dass ich den anderen Monitor denn seitlich am Arm festmachen kann So, geh mal Geh ab wieder Pass auf Reiß ihn Reiß ihn De Bergmann Reiß ihn de Berg hoch Gib's ihm Gib ihm saures Ja Schön Der reißt ihn aber schon an Als die Hügels hoch hier Mal Schwung ausnutzen hier ein bisschen Erh Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, Jan, wir zocken auch andere Spiele. Ich spiele zum Beispiel gerne mal Arno und sowas. Ich hole auch gerne mal noch so ein altes Siedler 2 raus. Ja, ich hole auch gerne mal Arno. Ja, ich hole auch gerne mal Arno. Ja, Jan, ihr hört habe ich da schon mal was von Cossacks. Auch schon was Älteres. Ja, Sascha kenne ich, die Gilde 2. Sollte da nicht jetzt eigentlich irgendwie Nachfolger rauskommen? Ja, das muss ich dann nochmal eben schnell nach Danemaier gehen. Stellen wir uns hier ein bisschen hin, ne? So, ich komme wieder, was wir eben... Pool-on! Christoph, ich habe nur so einen Logitech G11. Der hat an der Seite Schlitze, die Tastatur. Da ist Handy reingesteckt. Damit steht es genau vor meiner Nase. Und ansonsten gibt es ja immer noch ein GPS-Mod. Ja, genau Sascha, gelesen hatte ich das schon mal. Weil das Gilde 2 fand ich nicht so schlecht. Hatte aber ein paar Bugs. Marc, der Jens, der liegt schon locker 2 bis 3 Stunden im Bett. Ja, das ist ja nicht so schlecht. Louis Agrar, ja, wünsche dir auch eine gute Nacht und danke fürs Zuschauen und Marc, äh, wenn du, kannst ja nicht alles mitkriegen, wenn du nicht die ganze Zeit dabei bist. Der hat ja vorhin mitgespielt noch an der Ostsee. Ich sage ja, Christoph, wir meinen G11 noch alles ohne Probleme. Was ich nicht auch schon, locker zehn Jahre alt. Das ist das ohne den Bildschirm. Das ist das ohne Bildschirm. Das ist das ohne Bildschirm. Sollte Ja, ja, ja. Hm, hm. genau man es ja aber lassen wir uns mal überraschen wie es wird fabian hallo ja 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 jan der butcher kommt aus niedersachsen und ich komme aus sachsen anheimen kristoff ich habe das schon ein bisschen verstanden das passt schon kristoff 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 doch irgendwie alles kurze wege da ist er doch wieder da ist er wieder sie ist das nicht idyllisch weiter idyllisch so ein bisschen festfahren wofi wofi morin 67 prozent ja ja bauen kann man auch besser denn je da gibt es jede menge menge platzierbare hallen jetzt und ein kram der mod hat zum beispiel wenn man jetzt wege und kram dahin haben will da gibt es diese diese boden liter dieser walze da kann man den beton oder asphalt wege hin machen also kam es geht gut das heißt du brauchst jetzt eigentlich wenn du was neu machen willst auf deiner map oder dazu oder irgendwas brauchst du eigentlich kein großartiger mapper sein für dich so kann man so machen wird gut fällt das noch irgendwie dahinter auch gut schön was ist gut ich würde ja eigentlich mal gerne mal die walze ausprobieren aber naja kommt noch wir sind ja noch lange nicht fertig wir müssen das ganze karte geht es ja genau wie vorher haben wir noch bei uns ist das alles ein bisschen blöd da macht die weise schon manchmal sind ja ja das silo krimo nicht fertig heute hier was richtig machen wollen nicht dann müssen wir noch weiter um ihn und aber wenn macht du es mal da dein ding der philipp fragt wie viel hast du jetzt schon drin im silo 367.000 immer drin 70 prozent verdichtet wie gesagt auch wenn wir das jetzt voll hauen das gras haben wir jetzt mal den kommt ja noch die tage denn also wenn wir hier weiter machen meist haben wir angebot für ein paar merkt mal zu machen und anderen trecker zu kriegen zum pflügen und für torräfte zum sehen und also waren anständig dass wir den meist in die bga hauen wie gesagt das machen die auch teilweise schon dann mischen die mais mit mit gras geht ja müssen wir nur sehen da was häckseln was die machen glaube ich auch ich sag mal hier gibt es nicht aber rüben schnitzel und sowas mit runter ja ja genau ja ja das können wir denn ja spielmäßig können wir das ja auch machen das heißt wenn wir hier zu viel haben neues silo das gas ist wieder hoch ne aber das machen sie glaube ich für futtersilage und so ja da machen sie ja noch so riebenschnitzel und alles so mit dazwischen genau dann kann man hier auch mal ein futter zwischendurch mit der bga fahren also das was wir jetzt auf der weide haben an gras ja oben bei schweine da schweine wollen wir auch noch haben ein paar mark gemacht haben haben auch schweine her und noch schafe und noch kühe dazu philipp zurzeit fliegen war gar nicht sondern ich lege mais mit dem mit der mais lege maschine aus dem kuhn die ist sie ja können wir gucken fahren wir mal hin und alle felder haben wir auch noch nicht sondern erwirtschaften denn dass das weiter geht ja und so wird das dann eigentlich nachher eine richtig tolle farm hier ne die masse habt ihr ja schon ja die masse habt ihr ja schon ja natürlich ich spiele alleine auf der map ich habe alles bloß um hof rum und die wiesen ja das reicht alleine haben wir schon 9 8 7 6 und 3 und 2 wenn du die alleine hast als singleplayer ja natürlich kannst du auch die ganze map als singleplayer spielen musst du halt nach und nach machen dann ja ja aber macht ja keinen sinn nach ja man akku brach liegen lassen auch nicht verkehrt ne wie in echt kann man auch ja ich lasse mir für die mission ab und zu mal so zu einem kleinen ovulus genau dazu zu verdienen nein 70er alter kantorio bühne nützt nix haben nix anderes bist du kevin er schreibt danke putscher und team dass ihr uns so lustig unterhaltet gerne das gehört dazu das lustige ne gamestar allgemein freunde ja wenn du das meinst was ich gerade denke das stimmt wir sind freunde oder der sucht freunde fürs zocken sagt hocks aha ja bis sie will nur einen guten plug wenn es geht sieben bis acht schaden zum aufs zum ansatteln aufsatteln flug meinst du ne zum ausheben meinst du jetzt so ein ding ne da gab es mal von lemken acht schare glaube ich aber das war so ein grafisch mehr ls 13 und euch keinen bock auf frei ausprobiert fliegt oder sonst alles drum und dran aber so vom aussehen her nur bei lempen diamant oder was das war ja genau ja genau irgendwo für platte rumfliegen ja 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 die flüge ist ein bisschen mangelware hier finde ich ja gut gute ich habe noch dass das pack von verbinden mods was sie da ziemlich zum schluss im 15 ausgebracht haben die sehen richtig gut aus das kenne ich ja da waren sieben schare bei ja 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 ... Musik ... der ludwig schreibt gerade hallo erstmal und großes lob an butscher und samt team sehr unterhaltsam wozu kann man den kompost gebrauchen zum verkauf auf die felder ausstreuen wie mist zum düngen das ist eine dünge stufe dann macht man echt ja auch ne aus einfachen mischsteuer rein und fertig mj dj jetzt sage ich mal hallo und christoph hallo christoph hallo und der ludwig sagt danke bitte fürs gewächshaus das weiß ich nicht genau ich habe noch keine gehabt hier aber einfach mal jetzt kaufen wie gesagt ich habe dann immer noch hier so für mich die originalen map zum ausprobieren und da kann probiere ich das aus bevor die sachen mit ihren so eine so eine map mit reinnehmen ins spiel und dann weiß ich das ob das geht oder nicht aber ich habe es noch nicht ausverhältlich problem ist es muss eingetragen sein ja beim gewächshaus das annimmt ja genau ja und wenn es nicht ist einfach das auf der felder und dem ist für sie wegshaus nehmen genau und da las schon tier und fanpower sagt auch jetzt gute nacht schlaf gut und irgendein böckel will gegrüßt werden aber grüßen ist heute aus ja das alle erst mal einer auch erst einmal schmücken wir erst mal eine sozusagen die zigarette danach ja was du abgelassen heute die ganze packung auf einmal rauchen und schöne dicker wanner und sie lodo so ist das gar nicht das ist auch 70 schön lang egal und grashabende rein damit jetzt ist der böckel froh dass man so halb gegrüßt haben böckel jonas holz jonas bin da butcher war novi party gewesen habe ich was verpasst wir haben eben unseren mb-tack gegallt hier ich glaube gehen wir das jetzt gehen wir 2000 muss restlos leer sein jetzt recht jetzt läuft die eimer nach dem stream sonst bleiben seine klötze die nächste wochen leer hehehehe 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 kist doch hehehehe 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 guck mal wie trocken er noch guckt er mit dem smiley hehehehe ma gawno oh ne ey hehehehe 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 cheff auch mal ausmachen schlafenzeit ralf let's play yo schluck gut ne so mir fallen die kieksen dicht geh nur zu bed gut nach randsburg farming schluck gut hehehehe auch nicht muck wir noch und dann wär auch gut wie lohn hab wir dann denn ein uhr sind ein bis 2 noch und dann wär gut oder so jo mann 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 wo wollen wir nächstes mal weitermachen hier wieder müssen wir gucken war jo klar wir haben genug Auswahl ja wie viel wir sind denn am dieser Dienstag war ich ja äh Frühschichter kann ich ja auch ab 18 Uhr ja wir können ja mal gucken was morgen noch ist was da läuft wie wir bock haben erst mal higher machen gehen ganz unverbindlich genau nicht im kopf haben oh ich muss dann wieder hoch und streamen oder irgendwas das nicht wenn dann was kommt dann kommt und wenn nicht dann nicht auch wie gesagt wir sagen ja rechtzeitig eigentlich bescheid ne wir uns auch für Dienstag müssen wir gucken wer mit dabei ist was wir für eine korte spielen na klar wir müssen das bloß noch mal gucken wegen der holland landscape ja die muss ich nochmal bei dir denn irgendwie hochschmeißen oder was ja da kann ich ja kann ich sie ergänzen und so dann ja das ist auch noch jede menge zu tun erst fertig drillen das auch noch Mais zu legen einfällt ne noch mehr noch mehr setzen wir denn Antje an oder was ich geh pennen sag Tony schlucko Tony bis nix im Mohl gut schon mein Kumpel Tobi wird am Dienstag 31 ich würde ihn gerne überraschen in dem du ihn gratulierst und grüßt würde mich dann am Dienstag bemerkbar machen wenn es soweit ist machst du das? ja klar Jojo mach ich das natürlich sagst bescheid und dann kriegen wir dann so ich mag auch mal vier oben ich muss morgen 20 Hektar mein achso mein ich wünsche euch noch viel Spos Elias jo ne se to da ist doch noch ein bisschen was to do morgen wie weit haben wir ihn denn? honey muss haben hier 88 nützt nix auf Dauer haben nächste Runde eher rüber hier dann haben wir nicht so viel beim gucken was braucht ihr denn an PEs hier äh wie wärs so ist sie 150 PS geht doch hm kann ich doch hin und links hängen und dann verteilt alles hier alles was hier unten drin ist wird zur verteilung von Hexeln verwendet joo und 0 und warte am Tag 0 hm Unterhaltskosten vielleicht keine nö irgendwie nicht 10 km für das Ding ja auch gut 40 ne 40 Euro am Tag Kosti ach 40 ja ok achso bestimmt äh das lädt ja nichts das Ding ne naja gut das bisschen krieg ich jetzt noch so fest eben und dann mal gucken da kommt doch doch noch ein bisschen was zusammen hier das war unbedingt eine Dings kaufen wir ne 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 Spiesenstriegel mhm ein bisschen rüben sehen da jetzt die 35 wo ich bei bin da lütsche Ding da vorne abmoppeln und da rüben rein da haben wir schön was füre Schweine auch mal oder meinst du die 18 mal ist das ne ist das die 18 35 ist die Wiese da warst du gerade 18 ist dieses kleine Witte Ding ja genau so beten eben weil man hat hier runter hier fahren bis zur Wiese hm dreschen müssen wir auch noch sind die wenung großes stück mit dreschen zu tun genug interessant ist dann halt noch mit dass das über ein bisschen auch mal anders aussieht das handy wir ja gut hat auch ähnlichkeiten mit den gebäuden und so hat die landschaft noch ein bisschen wieder anders das wird gut also hier muss ich sagen auf diesen dingen bin ich im moment wirklich recht gerne ich spiele selber im single player war einfach die gerade wenn die sonne scheint ist die angenehm von lichtverhältnissen die textur schön finde ich auch aber mit wir es heute hatten mit fünf mann oder so da das schließlich fest sich doch mir auf dem ding das macht keinen spaß die gemütlichkeit ist weg das selbst auch von north barbarn ist nicht genug zu tun für fünf mann im moment das ist ja auch nicht jedes mal das war ja heute ich bin ja auch erst am einkaufen gekommen da gucke ich gucke ich rein bei discord sind da sechs sieben leute drin da war ja auch habe ich auch nicht gewusst habe ich auch jetzt zehn minuten vorher gesehen hier war doch schön natürlich ich fand das cool und jetzt wirst du auch das geht also wenn das internetverbindung steht ja auch doch wenn man mit fünf leuten selbst jens hatte ja ja keine probleme mit seiner leitung darf dann haben wir 93 klein bisschen noch ja ich fahr gerade außen rum ich bin dann auch mit dem feld gleich fertig gut mache jetzt die vorgewende putze aus und dann fahr ich hoch auf den hof wenn wir da noch mal eben schütten dahinten ein bisschen gas holen oder wart der christian burgstaller fragt was du da eigentlich machst festfahren silo festfahren hier 94 prozent wenn du unten guckst verdichten genau der monster antwortet auch schon drauf verdichten richtig muss ist wie in echt wenn das nicht richtig verdicht ist dann faul und schimmelt das und fermentiert nicht richtig und so ne früher haben wir dann noch mal zucker zwischen geklappt zentnerweise nur silo und dann mit der platzschaufel zucker rüber kennt auch keiner ne also nicht so würfel zucker jetzt oder was ne das ist jetzt 95 prozent na ja wir kommen der sache näher und sitzen anständige schwere ding der wird dann natürlich schneller gehen aber verdichtung kann ich auch im mod einstellen dann geht es auch fixer das machen ja herr monster nein aber tante hilse hat ihm einen kuchen mit einer nagelfeile gebacken der todel hat die feile mit gefressen jetzt treibt er sich an den stehen mit der hoffnung dass er da rauskommt so war christoph warst du so ein scheiß hergeil alter der trottel hat die feile mit gefressen und sich die bilder vor augen hat siehst du doch doch zucker machen war auch sie ist ja hey wie heute noch ja das haben wir damals auch zentnerweise zucker so zwei drei zentner waren ja nicht so eine silo damals dick gemacht so riesen dinger alle paar lagen kam denn so eine lage zucker noch mal inzwischen sagen danke für den super stream eine gute nacht butcher ich mag dich sehr martin ich wünsche auch eine angenehme nacht und schlaf gut träumen was feines ne und ja ich mach dich auch wenn ich dir mal alle hier martin ist ein feiner kerl ne der monster der war gut du kommst du her butcher marius ziesel von der nordseeküste komme ich da wohne ich da bin ich geboren und da will ich wohl auch dann irgendwann mal den aarstich knallt der gemach morgen aus der worte sascha guten morgen aus der worte nordseeküste sascha kommt auch von der worte nordseeküste siehst du ach ja ich will gar nicht wissen wie lang der am schlucken war bis die feine weg eine schöne alte schlosser feine eine große eine schrubfeile grobe grobe zähne ja die nach butcher eiko scharf gut und träumen was feines ne da wollen wir noch 164 zuschauer um die zeit vielen vielen dank dass ihr zuschaut und ich hoffe es macht euch spaß diese einen noch los von dort auf die post so abgeheilt noch eine runde gamer ist ja schon im bett oder was ich wollte los jungen ihr habt das will ich auch nicht herr master so christoph ralf gute nacht christoph gehen am bett oder wann schon wieder warst er schon mal am bett er ist da er wartet auf seinen einsatz ok war 2000 23 daumen nach unten siehst du einfach mal die zählen bei youtube alles mit und wenn es macht nichts ich kann und will nicht jedem alles recht machen müssen hauptsache ihr habt spaß und wir haben spaß und wir alle zusammen haben spaß mehr juckt doch gar nicht ja hier ist ja schnell den eimer los geh mal pass ab da wächst das fenster auf voll sound so guck von außen hier ist noch besser grau sebastian bei uns ist alles klar volle pulle was er hergibt hier zocker for life dir wünsche ich auch eine gute nacht bis zum nächsten mal die botche und team alles klar weiß die bastian körper ja auch bei dir auch uns ist immer alles klar du null probleme full pull marius zippel aber holla bleifuß hat ein gas oder wieder hat er nur gar nicht er bricht das ding auch noch erwischt noch her dass sein zimmer damit der tag schreien nach vollgas kriegte auch nur jetzt nicht hier auf diesen hubbel wie hier der kriegt nur feuer oder bengel hier julio soll ich noch mal was fragen noch und wenn das hier gut war scheiße ach siehst du da kam schon einer der nächste der fragt also worüber nach der ostsee links gefahren wird auf den england hier jung darum aber julio hatte eben gemäckert dass er nichts zu tun hat da kam gleich der nächste wirst du musst nicht alle zwei tage wirst du nicht so ein geraubt oder warte cool ich einfach genial der mandel Ach, da steht der Kärcher. Ach, das Ding habe ich bei mir abgerissen, den neuen Schuppen. Ach, das Ding da oben, ja. Ja, ja, wurde die Ecke daneben gepackt, das ist aus meiner Karte schon abgerissen. Die Bruchbude. Ja, die macht das erst alles so. Ja. Christoph, war da nicht irgendwas mit Nordsee, eher England als Ostsee? Aber kann schon sein, haben ja eine Verbindung. Ja, das passt schon. Kommt ungefähr hier aus. Christoph, mach nix. Einer Comedian hat auch mal gesagt, Dänemark liegt rechtsrheinisch. Ja, weil da rein fließt ja eine Nordsee. Ja. Ja, stimmt. Dann bin ich Dänemark rechts vom Rhein. Ja, dann bin ich ganz unrecht. Ja. Ist so, ja. Was hast du für eine Telefonzelle? Ich? Wieso? Den MB Truck meint doch. Ach so. Das fahrende Scheißhaus ist aus. Ach. Einmal freie Dinger waren, das heißt, gerne dran geschraubt. Ja. Ja. Ja, Mercedes halt, ne? Schrauben kannst du auch gut dran, damals. Ja. Fahrer aus der Seite kippen, hast du die Triebe rausgebracht. Mhm. Aber ich glaube mal so richtig Trecker war es nicht, ne? Ne, das ist ja unten rum und im Bock. Ja, ja. Bis leicht geändert. Ich sag mal, die Hinterachse ist hier starr. Beim Unimock ist ja die Hinterachse auch gefehlt. Ja, müssen sie auch. Sonst wäre das ja nie hingehauen mit einem Flug oder einem Bad. Oh, Junge, komm, wen schwarz ich haben. Christoph nimmt leider nichts, also kann er uns davon nichts schicken. Was nimmt er nichts? Ne, er raucht nichts und so, also er kann uns nicht schicken, er ist so. Ach so. Ja. Das ist geil, Chris. Fick gut. Klasse. Hut ab. Echt. Wer mich abonniert bekommt einen 10 Euro PSN oder Xbox Live Card. Und tschüss Schillings. Du kannst deinem Kumpel Bescheid sagen, ne? Hier nicht. Fliegt hier gleich raus. Und nie wieder. Oder? Ne? Du klärst das jetzt ab hier. Ansonsten ist hier Schicht auf dem Kanal. Äh, schon zu spät. Ist ja Pech gehabt. Ätche, pätsche. Hat schon 2000er zugeschlagen. Hö. 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 Christoph, dann müssen wir die Patsche noch mal ein bisschen optimieren. Mit dem Vergaser war zu langsam. Die Sau wollte nicht anspringen. Bei uns im Dörf, achso, hat auch einer einen Tausender im Betrag, der geht wie Gift. Marius, ne im Dorf, da hake ich schon fast an. Ich glaube, die haben den schlechtesten YouTuber Deutschlands gefunden. Sein Name ist Butcher. Tim, siehste. Da lache ich auch drüber. Gute Sache. Diese Hubbelstrecke ist mir voll beladen im Wagen, ja. Aber ist cool, geh da rein, viel klasse. Kannst du auch Unfälle bauen? Ja, ja, natürlich, hab ich auch schon gemacht. Muss mal die Dinger alle zurückgucken. Jetzt war einer reingefahren, da haben wir eine neue Achse und auch noch ein Dings gebaut. Also Scheißarbeit. Stefan, die Visser, moin. Einfach mal, PM mal. Geh mal. Geht mal los. Hier. Hey, ritt den Berg hoch. Gif ein Gummi. MB. Gif ein Wagen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So Ich bin schon oben auf dem Hof, waschen, tanken... Ja, einen Augenblick hätten wir ja noch. Einen fertig, bis zwei Runde Zeit und das ist gut. Marius, aus der Fragekante, kannst du einen hattest, du selber Landwirtschaft? Ja, hatte ich mal. Ich geboren, groß geworden und hatte ich mal. Einen Hof. Ich bin schon oben auf dem Hof. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 fx place fx moin marius grins wie geil die dat butscher gott hast du schon gehört dass es hat sachaus bürger bei penny gibt felix nee das ding waren wir schon mal am tisch hier gestern ist das ist ja komisch hast du mal geguckt ob die e mail zurück haben einfach mal das habt ihr unter euch ne daumen hoch dafür top dankeschön das ist einfach nur so aus spaß ne alles spaß wo bock haben sonst schon lange aufgehört wenn nicht oder gar nicht angefangen die bulten um bin welchen google ist so muss ich immer schwatten wenn oder du will los hast verstehe hier schon wo am schwatten haben sie noch da fällt meistens fertig hier nicht und steht alles schon oben gewaschen und folgierter kommen ein paar minuten noch mal 46 kannst du sonst nehmen und den center wo steht der schwatter der hast du hier gelassen den richtigen stellte jubel dann auch mit ihr nehmen dann auch mit ein paar minuten über hin oder ist egal wo ich noch ein fuder und dann ist auch gleich schon da du denn ach ja janni ist mit gefahren ja ja wenn der drive control aus ja wie immer 35 warst du noch wie 35 war das die ja darunter ja genau links eine kreuzung und dann wieder rechts auch mal drauf da haben eine weide vorbei ach so dass da steht daheim vorm schwatter ja nimm doch einig kann so machen ist egal was du willst du legt noch mal eben da die wolle weg die paletten gabel da die muss ja erstmal eben ein bisschen vorsprung kriegen dahin wo ist die denn jetzt scheiße ganz da vorne vor die gehen auch dafür ich glaube die passt da genau eine leckere rein ich muss die wegschieben die piekt doch alles auf eigentlich ja dario meinst du meinst du meinst du jetzt diese map weil das ist hier die v2 die will auch nicht schade sonst frisst ja alles hier das ist 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 hier gefixt und so grafisch nicht viel nix und glaube ich an einer stelle hat doch ein bisschen platz geschaffen dass man platzierbare objekte hinstellen kann schluss 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 Oha, was ein Mess, du, Achtung, wie die Corrie, du. Jetzt sind die Gewaltwoller entschäd'n. Haben sie den Stallwoller zugeschissen? Oh, aber gewaltige Bullen, Lächterin. Oh, die machen's ja immer schön auf den Haufen, da geht's ja. Ja. Und hier muss ich auch missten. Ja, ich weiß, ja, ja. Hä? Na, 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 na? So. Boah, sieht die Karre aus, du. Dein Mario LS, gute Nacht. Schlaf, schön. Schlaf, schön. Siehst du, der Martin Helm schreibt, um diese Uhrzeit noch live zu sein, ein fettes Lob von mir. Butcher the best. Dankeschön. Ein Tor reifst du, ne? Aber sowieso. Ja. Du zählst immer mit. Macht dir auch Spaß. Richtig, sonst würden wir es ja nicht machen. Ja. Nur sei jetzt mit Lenkrad und alles, macht das noch mehr Spaß. Das glaube ich dir. Das war bei mir genauso. Soll ich hätte das 29er auch behalten damals. Bloß da war das mit diesen blöden Treibern da. Du hast die Ulle. Für ein 15er musst du ja unbedingt die, äh, naja. Kombinierten Pedale. Genau, und das ging alles nicht. Und du konntest auch nicht die Zentrierfeder ausstellen. Ja. Und er macht einen Knicks. Manuela, Jakobi, moin Butcher, Sorgza. Moin, so spät noch unterwegs, Manu. Was schön, dass du noch reinguckst. Lenker ist, äh, äh, der ist echt genial. Spiele auch nur noch mit Lenkrad. Jo, Sebastian, dann Logo. Wenn das hast, das macht am meisten Spaß. Ja, Marius fragt, ob wir auch einen Joystick haben. Du hast, glaube ich, das G13 mit dazu, ja. Und ansonsten machst du alles mit der Maus. Mit der Maus, genau. Am G13 ist zwar so ein Joystickchen dran da. Ja. Ich hatte auch mal einen hier. Ich habe da auch noch mehrere auf dem Regal stehen da oben. Siehst du, und, äh, ich nutze das G29 und hab dazu noch die Seitenkonsole vom LS. Genau. Siehst du, und der Sebastian Köppen schreibt, seine Frau hätte ihn beinahe gekillt, wo sie den Preis vom Lenkrad erfahren hat. Aber ich glaube, manche Paar Schuhe von der Frau kosten mehr als ein Lenkrad. Ja. Ne, einigermaßen anständiges Hass und Hass aus ewig. Wenn du mit umgehst und so. Gerade so hier, die Logitech-Dinger, die sind ja auch Kugelgelagert. Irgendwie da, was soll da großartig kaputt gehen. Na, dann los, Fabian, wenn du einen Einsatz hast. Aber ganz fixi. Ja. Ach, Sebastian, da musst du, glaube ich, bloß mal im Internet gucken. 350 Euro für ein Lenkrad. Es gibt Schuhe, die sind teurer. Ja. Nur das wird dir wahrscheinlich deine Frau auch nicht verraten.